Sony Computer Entertainment presents Ein Spiel von Supermassive Games Until Dawn Der Schmetterlingseffekt Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deinen Handlungen mit Bedacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh mein Gott. Echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Sch, sch, sch. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen, Chris? Ach, komm schon. Sie hat es verdient. Was kam sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Oh, und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, Anne, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darlene. Oh, sie ist hier. Mike, hier ist Hanna. Hey, Hanna. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? So, damit hallo und herzlich willkommen zu Until Dawn. Ein Spiel, das, glaube ich, schon sehr, 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 sehr oft gewünscht war. Und jetzt habe ich mir ein Herz genommen und habe mich entschlossen, es zu spielen. Es handelt sich hierbei um einen quasi interaktiven Teenie-Slasher, ja, Teenie-Slasher-Film. Und die ganzen Figuren, die wir sehen, sind tatsächlich echte Schauspieler, die mehr oder weniger verkörpert wurden hier in diesem Spiel. Und wie ihr es schon am Anfang gesehen habt, wir haben Entscheidungen, die wir treffen können. Und das wird den Verlauf des Spiels sich verändern. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so scheiße, wenn wir das nochmal spielen. Weil selbst wenn ihr das schon gesehen habt, haben wir vielleicht eine ganz andere Geschichte als alle anderen, die es gespielt haben. Und falls ihr es gespielt habt, natürlich auch eine andere Geschichte als ihr. Hier, so, ist ein PS4-Exklusiv-Titel, das heißt, ich bin wieder an den Controller gebunden. Ihr wisst, was das heißt, ne? Quasi, was der Mann mit zwei linken Händen auf dem Bau ist, das bin ich am Controller. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um, was wir hier tun können. Hier wurde gerade ein lustiger Streich vorbereitet. Ich glaube, da leuchtet was, da können wir eventuell, können wir da hin oder so? Ich muss mal gucken, wie hier die Steuerung ist. Wir latschen mal ein bisschen hier rum und gucken, was passiert. Warte mal, ich glaube, auf die andere Seite. Genau. Fängt schon gut an. So. Und ich glaube, es soll, ja, es ist ziemlich, ziemlich gut. Benutze den rechten Stick zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Da schimmert doch was. X. Tutorial. Halte R2 gedrückt, um die Flasche zu nehmen. Ja. Rechtes R2 gedrückt und benutze den rechten Stick zum Untersuchen. Der gute Jeremiah Crack. Ja, gut. Josh, der alte Wegstecker. Den ganzen Jeremiah hat er getrunken. Gut, da hinten hat auch noch was geleuchtet. Gucken wir mal da. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Brief. Ja, komm. Take it. Ja. Anna, du siehst in deinem Shirt heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike, mit drei Küsschen. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Aha. Sind also drei Geschwister oder was? Weil das hat sie zum anderen gesagt. Schön, dass du hier bist. Der Schönling, ey. Und das Nerd-Mädel. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Das Problem ist, die benehmen sich wie 14, aber sehen alle aus wie 25. Da gehen ihm die Haare hoch. Sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Mit Kamerastick, du. Was wollt ihr denn hier? Äh. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Du meinst. Mein dummer Streich. Äh. Ach, Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah. Okay. Ich glaube, ich mache mal gleich die Untertitel aus. Die stören doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Zumindest, wenn so viele reden. Benutzt ihr den rechten Stick zum... Auswählen. Andere suchen oder Josh wecken? Gehen wir mal zu den anderen. Leute. Da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Hannah ist abgehauen. Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut. Sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Auf Kosten anderer. Hannah! Ja, sie sind Idioten. Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mann. Drücke die richtige Aktion dazu, bevor die Zeit abläuft. Super! Quicktime-Events. Gut. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Oh, ach. Ja, 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 ey. Äh, schnell oder sicher? Wir gehen auf sicher. Denn sicher ist sicher. Würde sie sonst da runterspringen oder was? Das sind so Aktionen, die man dummerweise schnell machen muss. Deswegen heißt es ja auch Quicktime übrigens. Geräusch folgen oder Fußspuren folgen? Hm. Sind das denn ihre Fußspuren? Wir folgen den Fußspuren. Geräusch kann was anderes sein. Das kann ein Tier gewesen sein oder so. Oh. Oder die Fußspuren sind Hirsche. Scheiße! Fuck! Shit! Demonetarisiert. Verdammt, Hanna! Wo stehst du? Schlaf zu fluchen. Hanna ist weg. Hanna ist bestimmt schon tot. Der. Tutorial. Benutze das Touchpad wie dargestellt. Cool. Das ist cool. Okay. Hanna! Hallihallo. Du kannst den Lichtschrei mit dem rechten Stick führen. Oh, nice. So, Moment. Ich gucke jetzt mal eben, ob ich hier in den Optionen, in den Einstellungen die Untertitel ausstellen kann. Ja, das kann ich hier tun. Wahrscheinlich habe ich die sogar eingestellt. Okay. Zurück, zurück und fortsetzen. So, jetzt war es gerade nicht ganz so spannend. Habe ich das mal eben gemacht. Ich sehe hier nichts. Hm. Das ist mal eine wahnsinnig Taschenlampe, du. Das ist das X-Phone mit eingebauter Atombatterie. Scheiß Reh. Hirsch. Drücke L1 gedrückt, um schnell zu gehen. L1. Ich muss noch mal gucken. Gehen wir jetzt schneller? Ja, wir gehen schneller. Hallo. Da liegt was. Hier. Es ist... Achso, wir müssen wieder annehmen. Umdrehen. Ein Todes-Totem. R1. Was bedeutet das? Totem-Prophezeiungen. Okay. Der mögliche Tod der Person, die sie findet. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totem-Fragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiung sich erfüllt. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Okay, Tod. Führung, Verlust, Gefahr, Glück. Können wir den jetzt irgendwo platzieren? Ach ne, wir können es einfach nur sehen. Totem 1 von 6 in Sachen Tod. Okay. Wir sind irgendwo runtergefallen scheinbar. Auf einen Felsen. Das heißt, wir sollten nicht irgendwo hochgehen. Können wir das Ding jetzt nochmal angucken? Na ja, komm. Lass es. Huch. Lass es einfach. Gehen wir mal den Fußspuren hinterher. Was war das? Man sieht zu wenig. Hallo? Oh. Ja, ich geh wieder zurück. Mach's gut. Adieu. Ich verpiss mich. Können wir wieder zurückgehen? Wäre das eine gute Entscheidung? Ich versuch das einfach mal. Ich glaube, die Option war nicht vorgesehen. Cool. Wir können immer nur in Richtung Kamera gehen. Aber... Soviel zum Thema freie Entscheidung, ne? Vom Wegen. Wir können hier machen, was wir wollen. Wir nehmen jetzt doch den anderen Weg. So ist es nämlich. Sofern wir das können. Ich bin... Hier ist es einfach Ende. Ja, ja. Open World und so. Okay. Geht nicht. Schade. Scheiße. Der Typ hatte noch irgendwas auf dem Rücken, ne? Ich glaube, es war ein Flammenwerfer. Es sieht sehr schlecht für uns aus. Wie viele Fußspuren können wir eigentlich hier reinmachen? Wir laufen einfach immer hin und her. Vielleicht gibt es da eine Schiff nun für. Oder die Trophäe heißt es ja hier. Trophäe. Los, geh mal weiter. Hier wird schon nichts passieren. Hier ist doch eh kalt, Schätzchen. Dann wird es halt... Wird es halt warm. Mein Tier. Noch macht er jetzt seine Späße hier. Der Mann in der Kamera, ne? Der... Aber bald wird es mir das fürchten, ne? Da bist du ja! Nicht so blöd. Haus einfach ab. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier. Da ist ein Schmetterling auf dem Arm. Ich bin so ein Idiot. Das ist der Schmetterling. Ich bin so dumm. Oh oh. Hannah, da? Auf! Hannah! Nein! Warum stolpern die immer? Es ist immer so ein Horrorfilm. Jetzt habe ich auch mein Handy verloren. Wie soll ich denn jetzt Fotos auf Instagram machen? Von der Flucht. Aha. Es sieht schlecht aus. Nein! Nein! Shit! Geht! Fuck! Nein! Ah! Ich will dir helfen. Gib mir deine Hand. Keiner fallen lassen oder loslassen? Ah. Ciao. Ich will dir so leid. Tja. Tja. Tja, wir haben es beide nicht geschafft. Toll. Der Psychoanalytiker. Dr. AJ Hill. Und die Szene kenne ich sogar. Weil hier seht ihr jetzt genau, dass es Schauspieler sind. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das alle anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Bestimmt, ja. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Einatmen, ausatmen. Gib dir bitte diese Karte. Und ziehst du das Bild auf der anderen Seite. Sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Das ist cool. Ja. Muss ich jetzt runtergucken? Smile. R2. Okay. Und einmal umdrehen. Oh, Vogelscheuchel. Mhm. Ja, was... Das sieht verdammt cool aus hier. Sehr fotorealistisch. Also jetzt die Hand und sowas alles. Was empfinde ich dabei? Ich denke an Pineview Drive. Was haben wir denn für eine Auswahl? Und... Was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Marvin. Und sei bitte ehrlich. Ich bin glücklich. Ich bin nervös. Auf jeden Fall nervös. Okay. Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Die Vogelscheuche natürlich. Die Vogelscheuche und ich weiß nicht. Definitiv Marvin. Ich verstehe. Ich verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche. Zum Beispiel. Ohne Vogelscheuche? Klar. Nein. Nein. Definitiv nicht. Ach nein? Warum? Ich wäre einsam oder ich hätte Angst. Ich habe bestimmt Angst. Das ist... Das ist ja auch das Kornfeld und alles. Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Ja, ich weiß nicht. Ja, das Kornfeld irgendwie. Wie kann ich das sagen? Verschieben wir das Erforschen der Tiefe deiner Ängste. Doch aufs nächste Mal für heute ist die Zeit leider... Ja, du hilfst mir ja super. Echt der Ängste. Aber... Smilen kann er. Ja? Hm? Hm. Er hat eine leichte Gesichtskirmes, finde ich. Der macht mir auch Angst. Okay. Sony Computer Entertainment. Supermassive Games. Until dawn Nach einmal Well, what is this that I can't see With ice-cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold Who'll have mercy on my soul? Oh death, oh death, consider my age Please don't take me at this day Oh death, oh death Won't you spare me over till another year Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Penny Klein die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gar nicht. Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojektes. Behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein? Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Ähm, erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Also, ähm, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber, ihr sollt alle wissen, ähm, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich, ich weiß, wir machen, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu, zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen. Okay? Yeah! Na, wenn er das nicht mal falsch sieht. Ich bin genau für den Film, was ich sagen würde, was wir hieruern will. Blackwood Pines. Schwarzwaldpilien. So, da wären wir also. Status-Update. Memento Moog. Zehn Stunden bis zum Morgen. Oh, super. Dreh dich doch mal um, Mädel. Dreh dich um. Sam. Hannas beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Die gute alte Sam. Gut, weiter. Hallo? Ist jemand hier? Nein. Sam. Der Weg zur Seilbahnstation. 21.02 Uhr. So, und damit nochmal. Willkommen zurück zu Until Dawn. Beziehungsweise willkommen zu Until Dawn. Und wir schleichen jetzt mal hier durch den Weg. Du kannst den rechten Stick benutzen, um die Kamera zu bewegen. Der gute alte Blackwood Forest. Und hinter uns ist natürlich wieder irgendeiner. Ich würde mich ja mal umdrehen, aber ich glaube zurück... Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich glaube, das will das Spiel einfach nicht. So, und wie ihr es im Intro mitbekommen habt, wir treffen uns anscheinend einmal im Jahr in dieser Hütte zu einer riesen Mordsparty. Und letztes Jahr sind halt die... Waren das Zwillinge? Oder zumindest Schwestern verschwunden? Das Tor ist kaputt. Klettere rüber, Chris. Yep. Warum nicht? Achso, rechts. Ja, rechts. Ja, und hoch. Ja, komm, klettere rüber. Sie soll auch rüberklettern. Hä? Haben wir eine andere Möglichkeit? Achso, über den Zaun. Hochklettern. Also über die Mauer. Zaun geht nicht. Sicher oder schnell? Wir machen es mal schnell. Wir sind hier abenteuerlustig. Ah. Na, das war ja nicht so gut. Nochmal schnell. Klettern. Wäre blöd, wenn wir jetzt schon... ...fallen. Mensch, dabei müsste ich es doch eigentlich drin haben. Komm, versuch was nochmal. Klettern. Zack. War doch ganz einfach. Ich und Quicktime Events. Ich werde das Spiel lieben. Aber die... ...die Filmsequenzen sind schon cool. Die sind schon cool. Guck mal, dieser stille Beobachter. ...dem jetzt schon einer abgeht. Nur wenn er sieht, dass er die Beobachter morden kann oder so. Sehr atmosphärisch hier mit dem Licht. Oh, screw! Wenn das Nicht-Bewegen-Symbol auf dem Bildschirm steht. Nicht-Bewegen. Nicht-Bewegen. Halte den Wireless-Controller ganz still. Echt süß. Okay. Das ist ja cool. Okay. Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun solltest, kannst du dein aktuelles Ziel durch Drücken von R1 ansehen. Eigenschaften. Aktuelles Ziel geht zur Seilbahnstation. Wir sind ehrlich, hilfbereit, witzig, tapfer. Kaum romantisch. Neugierig. Und unser Beziehungsstatus zu den anderen ist ungefähr gleich. Außer zu Jazz. Da haben wir nicht so eine gute Beziehung. Die anderen kenne ich jetzt noch nicht. Okay. Wir haben viel zu lernen. Viele Namen. Viele Eigenschaften. Möglicherweise. Aber das kriegen wir zusammen hin. Okay. Können wir wieder schöne Spuren in den Schnee machen. Können wir da was lesen? Ach ja. Ach, ist auch noch Indianergebiet hier. Cool. Was? Naturvölker und Schmetterlings-Prophezeiung. Stämme, die einst auf diesem Berg lebten, glaubten Schmetterlinge berechten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge, sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterlinge, warten vor Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge, sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung, gelbe Schmetterlinge, was brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Aha. Von schwarz bis weiß, alles dabei. Ein Totem. Während du dich umsiehst, kannst du Totem-Artefakte entdecken. Wenn du ein Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling und eine Vorahnung einer möglichen Zukunft. Einen farbigen Schmetterling. Wir haben einen gelben. Ein Führungstotem. Kann ich nur mal gucken? Die Zukunft ist ungewiss. Ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von deiner Entscheidung ab. Durch jederzeit R1, um deine Totemsammlung anzusehen. Okay, wir haben gelb. Eine Vision der Führung für eine zukünftige Entscheidung. Führung, ein Vogel. Vielleicht sollten wir dem Raben dann folgen. Führung. Okay. Weil wir einen Raben sehen, folgen wir dem Raben. Beziehungsweise ist der Rabe ja irgendwie aufgeflogen, als der Typ aufgestanden ist. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Okay. Ach ja, wir müssen ja mit der Seilbahn fahren, ne? Scheinbar... Da steht der Rucksack. Gut, da gucken wir mal später. Was gibt es hier sonst noch so zu entdecken? Hier im Haus vielleicht irgendwas? Können wir definitiv nach hinten gehen. Boah, dieses schwingende Ding hat mich jetzt da ein bisschen nervös gemacht. Da war doch irgendwas. Alles klar. Ein Gewehr. Können wir das nehmen? Können wir nur angucken. Also hier kannst du Schießübungen machen. Gibt es hier in der Ecke noch irgendwas? Ich geh mal kurz Pipi machen, ne? Oh, warte mal, da. Wanted. Das hat auch geleuchtet, meine ich, oder? Ja, ja, das leuchtet auch. Guck mal da mal. Wie konnte ich das denn mal sehen? Hinweis entdeckt. Steckbrief. Gesucht. Milgram Victor. Männlich. 1,88 Meter. Letzte bekannte Adresse. Blackwood Pines. Zuletzt gesehen am 16.03.98. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung. Ersten Grades sowie mehrere Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Police Monti Provincial de Blackwood. Juli 98. Sammle Hinweise, um die Geheimnisse von Antidone zu lüften und deine Überlebenschancen zu erhöhen. Aha. Gut, dass wir uns so umgesehen haben. Also gut gucken, wo es hier blinkt. Dummerweise müssen wir dann, glaube ich, immer erst in die Gegend. Naja, da blinkt es auch. Haben wir sonst irgendwas anderes, was hier blinkt? Ein Rucksack. Im Rucksack. Oh, ein Telefon. Telefon. Herum schnüffeln oder Tasche schließen. Wir schnüffeln herum. Oh, das war eine Schmetterlingsentscheidung. Der Schmetterlingseffekt erscheint, wenn deine Handlung die Geschichte des Spiels beeinflusst. Oh, was ist das? Ah, der Chris ist verknallt in Ashley. Ist beschützerisch, humorvoll, methodisch. Wer ist Ashley? Weiter. Erschreckt mich nicht. Äh, I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Äh, es hat vibriert. Cool, dann... Danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Wer ist Ashley? Ich brauch gleich nochmal die Übersicht. Die Waffe oder was? So, ich will mal eben gucken, wie wir hier nochmal... ...in dieses Menü kommen. Sam, Charakterinfos. Die Zwillinge. Hinweis 1. Nicht gefunden. Wir haben noch einen Hinweis gefunden. Geht sich nichts an. Charakterinfos. Die Zwillinge. 0 von 20 Hinweisen gesammelt. Ich hab doch den Hinweis gefunden. Muss ich dann nochmal gucken. Oder muss ich einen anderen Hinweis finden. Muss ich mal eben gucken. Keiner gefunden. Folge Chris und sieh an, was er dir gefunden hat. Ashley. Ashley. Okay. Das ist Ashley. Beziehungsstatus zu Ashley. Neu. Geht dich nichts an. Sam hat Chris erhaltene Nachricht gelesen. Oder Chris war beleidigt wegen Sams Taktlosigkeit. Achso. Er war beleidigt. Meinst du, er war wirklich beleidigt? Wirkt ja nicht so. Wow. Ein Gewehr. Der Junge zeigt in der Frau ein Gewehr. Sie ist begeistert. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Ähm, sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großvilliger oder so. Willst du mal? Äh, nein. Wo ich groß war. Selber an Station. 21.11. Los geht's. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht schießen. Oder übernehmen wir jetzt. Immer der, der da steht. Okay. Ziele mit dem rechten Stick. Drücke R2 zum Schießen. Oh Gott. Zielen und Schießen. Ja. Genau mein Ding, du. Genau mein Ding. Was vibriert hier? Hä? R2. Habe ich doch gedrückt. Ich will wieder zurück. Ich wollte die scheiß Dose treffen. Was muss ich denn? Achso, ich muss da. Achso. Bums. Ich dachte, ich könnte irgendwas abschießen. Nicht ein guter Schütze. Da oben. Ah, das tut schon weh. Okay. Okay. Ja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ich werde nicht auf das Tier schießen. Hätte ich nicht tun. Pfff. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Ey Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris. Die Seilbahn. Irgendwie ein bisschen verwirrend ist, wenn wir immer einen anderen spielen. Schmetterling-Aktualisierung. Sehr schön. Darf ich jetzt Chris spielen? Gut. Welchen Schmetterling haben wir denn gemacht? Wir haben... Ratten mit buschigem Schwanz. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Aha. Ah, da war doch was mit dem Raben, der irgendwie weggeflogen ist oder so. Können wir vielleicht diesen Hinweis hier finden? Können wir da noch was sehen? Warum sind da Klimaanlagen an dem Gerät? Es ist arschkalt hier oben. Man, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt in dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Vielleicht muss Chris diesen Hinweis finden. Aber wir können es einfach nur lesen. Müssen wir ihn irgendwie einsammeln oder sowas. Echt schwer sein für Josh. Ich... Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich? Ich wäre ein Bug. Wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und... Er ist nicht gerade der Typ, der andere um... Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, ähm... Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Ähm... Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Äh... Josh ist... Ist, glaube ich, der Bruder von den Zwillingen, die verschwunden sind. Das heißt aber auch, man hat niemals ihre Leichen gefunden. Ich kann mir jetzt schon die Namen nicht merken. Ist das... Ashley? Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Oh. Wie lange dauert das noch? Ja, das dauert eine Weile. Ist das ein großer Berg? Ja. Es ist ein großer Berg. Es ist der so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein Schaum der Riese. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese vom Blackwood Forest. Blackwood Pines. Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Ein Monitor. Überwachungskamera. Das ist quasi der Eingang. Mehr kann man da nicht sehen. Hallo. Grüß Gott. Guck doch mal in die Kamera. Es hat schon ein bisschen was von Alone in the Dark. Nur halt mit sehr moderner Grafik. Ich mag es bisher. Okay. Wir können nur da gucken oder da gucken. Das hat uns aber jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Endlich. Kommst du? Tja, naja. Ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Ah, die flachen Sprüche, ey. Los, geh mal rein. Du kriegst sie noch rum. Einsteigen. Können wir das Ding auch einfach so losfeuern? Kann sie alleine fahren? Ü, ü, ü. Ich guck überall. Okay. Ich glaube, ja. Hier kann man auch nichts anderes machen. Ich denke ja immer, dass wir möglicherweise noch irgendwas anderes machen können, um die Geschichte zu beeinflussen. Das war vielleicht... Das war nicht so. Und los geht's! Ja! Auf ins Abenteuer! Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Na ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut. Gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war... Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh. Als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schickwahl. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, drei Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß. Du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten? Der Schmetterlingseffekt. Schmetterlingseffekt. Ah, ich kann weiß sagen, ey. Weil ich so viel Schnee sehe, deswegen kann ich weiß sein. Verstehst du? Ha, ha. Hey, ein Dritter im Bunde. Oder eine Dritte. Die Jazz. Mikes neue Freundin ist gutgläubig, respektlos und selbstsicher. So ein richtiges kleines Dummerchen wahrscheinlich. Weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oberseilabschätzung. 21 für 17. Ist das Joshs Freundin, ne? Joshs Freundin? Ich bin versteckt. Keiner sieht mich. Ja, wunderbar. Wunderbar. Kann man hier schöne Hinweise... Oh. Was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Äh, was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Misting fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Boah, nur weil du bitte, bitte gesagt hast. Äh. So lange, wie ich gedrückt halte, hält sie auch fest. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgelagt. Ach, ihr geht, Chris. Hey, ich hab viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag? Ich will's wissen. Bei Harren gibt das Zurück, Erklären. Ich bin mit Mike zusammen. Hm. Erklären oder beharren. Ich würde sagen, mach, was ich sage. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in andere Leute Nase stecken. Äh, ja, äh, ja, äh, das mach ich auch nie, prinzipiell. Komm schon, Jazz, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay, gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich hab's das ganze Naturzeug schon sagt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier oben. Konntest noch, wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Boah, wie schnell die wegfährt. Diese Bahn da. Ich hätte die die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet. Die Emily Mike's Ex. Einfallsreich, überzeugend und intelligent. Mike's Ex. Und Matt. Emily's neuer Freund. Ehrgeizig, sportlich und motiviert. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Jetzt spielen wir Matt in der Washington Lodge Außenbereich. Ich bin der Gepäckträger, den du brauchst. Komm, ich trage deine Scheiße hier hinter dir. Du bist ja so lieb. Und so freundlich. Ich drehe mal ein paar Runden. Wir sind fast da. Nein, ich meine nicht. Warte mal, da liegt doch was, oder? Wer hier durch den Morast stiefelt, ey. Ich bin bescheuert. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir nicht gehört, was die Dame gesagt hat. Ich finde es einfach so geil, wie er, wie so, wie so ein Idiot, hat er so gehen kann, wie er geht. Hui. Ich kann sogar rückwärts gehen. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Schade. Ja, ich komme ja schon. Der Schnee sieht sehr schön aus. Ey, was? Scheiße! Das ist der Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert und überzeugend. So ein richtiger Gewinnertyp. Ich sehe es schon. Zu geil. Zu geil. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist Schaden. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Solange bis jemand deinen Arm verliert. Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Drohnen, hau ab, Mike. Begrüßen. Wir sind doch alle Freunde. Wir bleiben nett. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm. Und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken. Okay? Meh. Verstanden. Ich sehe es ein. Ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut. Wir knutschen auf jeden Fall. Äh, nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay. Bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Status Update. So ein richtig geiler Hengsthaut. Oh Mist. Was? Sie erfüllen alle Klischees, die man erwartet. Wollen Sie die dafür den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, äh, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Zustimmung überhaken. Okay, ich gehe. Ja, komm. Okay. Gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Weges. Wir sind ja ein guter Guy. Ich glaube, wir sind ein guter Guy. Na, dann sind wir eben Quint. Was? Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Ich hoffe, sie stirbt zuerst. Jemand oben, Schätzchen. Dank dir. Wir sind halt Gentleman durch und durch. So. Status Update. Da wurde noch ein Block nachgeladen. Rechts. Gucken wir mal rein. So, jetzt sind wir wieder. Wie heißt die? Ashley. Ist verknallt in Chris. Ist neugierig, offen und fleißig. Wir lernen die ganze Bande kennen hier. Washington Lodge. Außenbereich. Aha. 21 Uhr irgendwas. Können wir mal was Tolles entdecken? Oh. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Hm. Ach so, das ist die Ex. Sie unterhalten sich ja nur. Noch unterhalten sie sich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, hey. Wow. Tut mir leid. Tut mir leid, Herr Schiche. Wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also ich meine, ich wollte dich schon erschrecken. Also scheiß. Nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Ein Let's Play von Schauerland. Äh, ermutigen sie es dir an. Täuschung, es ist kaputt. Ermutigen sie es dir an. Komm. Ähm. Klar. Wenn du willst, zieh es dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte. Scheiße. Ja, aber ist das halt auch, ne? Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Hör zu. Der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Äh, ja, bestimmt. Sie haben nur gesprochen. Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt. Merde. Will er was von ihr? Na gut, er hat hier ihre Koffer getragen. Wahrscheinlich schon. Und lässt sich für ein Stück Scheiße behandeln. Die Liebe macht halt blind. Statusupdate. Jessica. Oben eine Seilbahnstation. Achso, wir sind das Dummchen. Also eigentlich die Freundin von dem Typen, der gerade sich mit der, okay, Buch lesen oder aufs Handy schauen. Handy. Buch. Krr. Ah. Oh, ho, 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 das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist am Zingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, dennoch, als mich dem jungen, stramen Militärober zu ergeben, der mich festnehmen will? Zur Bank laufen. Oh, das war Zufall. Oh. Ha, geschafft. War da nicht der Rabe bei der Bank? Oh. 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 Hey. Äh. Oh. Hast du gerade eben geschafft hier. Ein Vögelchen. Miss mir nicht da hin. Komm schon. Hey, Mike. Oh, du Schakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Da war irgendwas mit dem Vogel. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenn all deine Tricks. Einfach nichts tun? Oh. Oh. So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Oh. Es reicht. Oh, 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 ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Okay, okay. Mal küssen. Schneeball. Ach, komm. Mal lebt nur einmal. Lieber die Liebe. Es geht doch nichts über die Liebe. Wir sind ja noch jung. Endlose Reserven. Ja. Oh, Gott. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen fieren wir uns zu Tode. Ja. Ein bisschen Cringe, ein bisschen Jumpscares. Status Update. Oh, da kommt noch jemand, glaube ich. Ja, ein weiterer Besuch. Da sind wir wieder. Ja. Und wie fühlen wir uns jetzt? Erfrischt. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Dieses Mal versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Oh, Gott. Männer machen mich nervös. Frauen machen mich nervös. Eher Männer. Nächste Seite. Flugzeuge machen mir Angst oder Gedränge macht mir Angst? Eigentlich beides gleich viel. Was macht mir denn mehr Angst? Flugzeuge finde ich schon schlimm. Weil das ist so endgültig. Gedränge, da kann man vielleicht immer irgendwie abhauen, möglicherweise, wenn man Glück hat. Aber es ist auch schlimm. Aber ich würde sagen, Flugzeuge sind da ein bisschen schlimmer. Oha. Ich fürchte mich vor Hohnen oder ich fürchte mich vor dem Ertrinken. Ist auch beides schlimm. Aber Ertrinken ist schlimmer, glaube ich. Es könnte länger dauern. Schlangen oder Ratten? Eindeutig Schlangen. Die finde ich gefährlicher. Ratten sind, glaube ich, nicht schlimm. Hallo, ich habe mir was ausgesucht. Ja, ja. Er schreibt einfach nur. Oh. Waffen sind beängstigend oder Messer sind beängstigend? Ja, Messer können einen ganz schön blöd verletzen, glaube ich. Waffen natürlich auch. Also Schusswaffen. Aber wenn man Glück hat, ist es dann vorbei mit einem Schuss. Also, Messer. Schlangen oder Kakerlaken? Ich bleib bei der Schlange. Der ist einfach nicht beeindruckt hier. Oh, Clowns oder Vogelscheuchen. Vogelscheuchen, natürlich. Clowns oder Vogelscheuchen. Blut ekelt mich an oder Krähen sind beängstigend. Blut ist, glaube ich, Blut ist schlimmer als Krähen. Höh! Dankeschön. Sei nicht nervös. Ja, ich bin angespannt. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay. Spinnen. Na, Schlangen. Ich bleib bei Schlangen. Spinnen sind aber auch schlimm. Blut oder Nadeln? Blut. Blut und Gedärme. Vogelscheuchen oder Zombies? Ich bleib bei der Vogelscheuche. Zombies sind langsam. Vogelscheuchen sind jetzt glücklich. Blut oder Wölfe? Blut! Ich nehm immer noch das Blut. Hm. Blut oder Stürme? Blut, ey. Stürme sind romantisch. Gemütlich. Wer hat denn Angst vor Stürmen? Das ist sehr interessant. Jetzt kriege ich extra viel Blut. Danke. Bitte. Dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen, Vogelscheuchen und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Ich bin ja mal echt gespannt, was für Sitzungen, ob wir das jedes Mal haben. Was bisher geschah bei Until Dawn. Ja, geil. Ist ja echt wie eine Serie aufgebaut. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Schwester. Nein! Shit! Zwei Tote. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh. Als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Schmetterlingseffekt. Ja. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mein Herr Körf vor. Neun Stunden bis zum... Das denke ich mir auch immer. Josh. Bruder von Hannah und Beth. Nachdenklich, liebevoll, aber auch kompliziert. Okay. Ach komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du hier mal für ein paar Handymasten. Ich hab schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Die Sprüche sind so verdammt flach, ey. Das ist... Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit dem? Wenn immer wieder treibt sich dieser Killer hier rum. Scheinbar. Chris. Yo, yo, yo. Steigt hier oben mal die Party, oder was? Klar, Mann. Tratschen. Oder Sorgen. Ist alles okay. Okay. Sorgen machen. Wir machen uns Sorgen. Weil... Matt und Emily. Hey. Geht's dir gut? Muss echt hart sein, ohne deine Schwester. Ich meinte nur, dass... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Hm. Klingt aber nicht so, als ob man drüber weg ist. Dann blöde Ding. Ja, alles. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt tausend Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht... ...aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaub nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Ey. Nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Ähm... Mal voran, Kumpel. Okay. Hey, Ash. Hey, Chris. Unruhig, seltsam, zurück zu sein, zuversichtlich, schön wieder hier zu sein. Wir sind positiv. Und? Wie läuft's bei dir? Ist er ja auch. Gut, Noah. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Sehr schön. Status-Update. Gut, wir können uns wieder ein bisschen umsehen. Aber wir brauchen einen zweiten Eingang. Können wir da irgendwie hoch? Und... Der Fuß, guck mal, der linke. Also da geht's nicht hoch. Oder gab's nur noch einen Hinweis? Kann ich da wirklich wieder diese ganze scheiß Treppe hochgehen? Vielleicht gibt's hier oben ja noch einen zweiten Eingang oder so. Hm. Der läuft mir immer hinterher. Ja, der gibt's nicht mehr. Scheiße, ist... Okay. Dann gucken wir unten. Einen alternativen Eingang soll es ja irgendwo geben. Ich folge dir mal. Vielleicht haben wir noch irgendwo Hinweise hier. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Ashley, was ist das? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihrem Schnee wälzen, klar? Zustimmen, protestieren. Schluss damit. Ja, komm. Absolut, Mann. Absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Zustimmen oder widersprechen. Ja, komm. Wir lassen uns ermutigen. Das finde ich super. Wir sind der Idiot. Killer. Oder wir sagen es nur, damit du zufrieden bist. Mal sehen. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Naja, wir könnten einfach eine Scheibe einschlagen oder so. Da ist doch was zum Einschlagen. Eine Axt. Feuer-Axt. Sieht doch gut aus. Sie ist weg. Hinweis entdeckt. Axt-Halterung. Warum ist die Axt weg? Wir haben andere Hinweise nicht gefunden? Wie schlecht hab ich mich denn umgeguckt? Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Zwillinge. Die Zwillinge. 1952. Der Unbekannte. Okay, vielleicht können wir die aber auch später finden. Hier sind die Totems. Und hier sind die Entscheidungen. Das hab ich noch nicht gelesen. Ashley hat Matt ermutigt, das Teleskop zu benutzen. Matt sah Mike und Emily flirten. Sam hat Chris Nachrichten erhalten? Aha. Chris war beleidigt wegen Sams Taktlosigkeit. Chris hat Sams Neugier kritisiert. Und wir konnten da auch umblättern. Okay. Warum... Achso, wir können... Wir schieben das zur Seite, damit wir dauernd durchs Fenster einsteigen können, denke ich mal. Ich fall erst mal runter. Juhu, wir sind drin. Ja. Mein Rö... Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hochmarschen. Oh! Oha. War ich das? Bin ich das etwa? Oh Gott, was für ein Junge. Glaub nicht. Hier. Nimm das. Juhu. Ein Feuerzeug. Wir werden garantiert als Erster beschleunigt. Oh Chris, ich hab gerade ne Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Äh, lass hören. Okay, also... Ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Äh, ich schnall das nicht. Wie soll er uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja. Die so schön schmissen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und... Bye bye, verheißt das Schloss. Bingo. Okay, du kriegst das hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durch Dunkel kämpfst? Was muss er erledigen? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Er ist der Killer. Hm. Irgendwo hier muss also das Spray sein. Vielleicht finden wir hier noch Hinweise. Ich mein, die Axt ist ja weg. Wahrscheinlich hat er einfach die Axt genommen. Schon vorher. Juhu, ein Totemstein. Und zwar haben wir hier... ...ein Verlusttotem. Okay. Irgendwas ist explodiert. Und brennt. Von Chris Washington in der Lodge gefunden. In der Washington. Also von Chris in der Washington Lodge gefunden. Verlusttotem. Gibt wir irgendwas machen? Nein, ich glaub nicht. Hoffentlich nur Ratten. Da steht noch ein alter Generator. Okay, wir können da durch die Tür oder da links durch die Tür. Da ist irgendwie noch so ein Schaukelpferd, steht da. Ich geh erstmal hier ganz links. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, wo dieses Ding ist. Das Geräusch kam von ganz links. Gehen wir mal hier gucken. Ah ja. Was haben wir da? Ein Zeitungsausschnitt. Vielleicht ein Hinweis. So, was haben wir denn hier? Aha. 5. Juni 1997. The Alberta Bugle. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschuhe gegen Familien des Film-Moguls von Charlie Scott. Leitender Reporter. Victor... Nein. Geh mal her. Hier. Ich hab noch nicht... Ja. Ich muss die ganze Zeit festhalten. Das ist ein bisschen doof. Victor Milgram, 52, wurde gestern während schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem Alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Ist das unser Vater quasi? Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obsidianitäten. Er nannte sie eine dreckige Hure und schwor euch allen ein... ... ...besch... ...beschwass? all deinen beschissenen Mann und eure Kinder heranzukriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtliche Umfassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgram Strom sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, um ihre Familie zu schützen. Das macht mir Angst mit dem Feuer und der Prophezeiung. Aber genau das sollen wir auch denken, denke ich mal. Wir sollen ja Angst haben. Hey Chuck. Du bist da. Ich suche noch was. Ich suche noch ein Kanister hier hinter der Tür. Eine Spraydose. Müsste im Bad sein, ne? Das ist ja mal tolle Kunst hier. Ja, die Familie. Hinweis entdeckt. Familienporträt. Okay. Die zwei Geschwister, der Sohn, die Mutter, das da ist, die Mutter hier, das hier, der Sohn, der jetzt noch was zu erledigen hatte. Ich glaube ja, er ist der Killer. Zwei Schwestern und der Vater. Okay. So gut soweit. Gleich gibt's wieder einen billigen Jumpscare. Bereitet euch schon mal drauf vor. Eine Tür, die zugefallen ist, du Idiot. Da können wir nicht her. Wir können nur da rein. War nur der Wind. War nur der Wind. Gibt's hier keinen Strom? Kann ich die scheiß Lampe anmachen? Hi, Mädels. Ah, okay. Alles cool. Viele Chucks hier. Ja, stimmt oder so. Die kommen irgendwie daher. Was war das? Ich hab keine Ahnung, wo dieses scheiß Deospray sein sollte. Ich habe leider nicht aufgepasst. Ja, zwei. Haben wir keinen Strom hier? Fernseher geht nicht an. Hier stehen ja echt viele merkwürdige Sachen rum. Warte mal, was steht denn da auf dem Tisch? Eine Kerze? Ich komm irgendwie hier nicht raus. Wir können da gar nicht hin. Hi. Da ist noch eine Tür. Was steht denn da hinten? Das Haus ist ganz schön groß. Warte mal, hier ist was. Ein Foto. Ein weiteres Foto. Hinweis entdeckt. Abschlussball-Foto. Aha. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily. Vierter, 15.04.2013. Ich hab keine Ahnung mehr, wo dieses Spray sein sollte. Oder was wir hier so finden könnten noch. Ist auf jeden Fall ziemlich gruselig, diese... Und jetzt sind wir wieder am Eingang. Okay, wir können auch noch die Treppe hoch. Ich fühle mich ein bisschen eingeschränkt von der Sicht. So, das Bild hatten wir. Da gab es auch noch eine Tür. Machen die mal auf, wovor wir hochgehen. Oder auch nicht. Gab es hier noch was in der Ecke? Hier ist noch ein Gang. Okay, da ist noch was. Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Okay. Das scheint wohl dieser Typ zu sein, der ihr gedroht hat. Dieser Brandstifter, weißt du? Okay, wissen wir mehr. Gucken wir mal, ob wir irgendwie die Treppe hochgehen können. Das Haus ist wirklich groß. Ist irgendwie auch gemütlich. Können wir eigentlich nur hier um den Hocker rum? War da was? Warte mal, hat da was gelöchtet? Ne. Ich bleibe irgendwie mal hängen hier. Zwischen den Stühlen. Ich hänge zwischen den Stühlen. Okay, gehen wir mal die Treppe hoch. Ich glaube, hier unten haben wir alles abgegrast. Ich verstehe aber auch nicht, warum man nicht erstmal das Licht anmacht. Ah, da ist ein Fenster auf. Können wir das zumachen? Mach doch das Fenster zu. Ja, lass es halt auf. Was wir nicht können, können wir nicht. Schau mal, da ist wieder diese dämliche Maske. Die habe ich im Intro schon gesehen. Hi Chuck. Ah, da ist was. Was ist das? Ein Preis. Ach ja, Regisseur. Gewinner bester Horrorfilm 2000 Euro. Regisseur, Bob Washington, Bloody Monastery. Mhm. Ein Horrorfilm-Regisseur, also. Äh. Das Kabel. Hier noch irgendwas in der Ecke. Leuchte doch mal in die Richtung. Hä? Da ist eine Tür. Da, da, da. Komm mal da rein. Ist natürlich zu. So, kommen wir, glaube ich, nur auf die andere Seite. Und gehen einmal rum. Da war dann das offene Fenster. Okay. Ich schätze mal, wir müssen da hin, wo die Maske war. In diesem Eingang. Das war, glaube ich, hier. Da hat diese Maske, meine ich, hier. Leuchte mal dahin. Uah. Es ist so groß hier, ey. Okay, da können wir rein. Was klopft denn hier? Hier rechts war nichts mehr. Oder hier? Irgendwo noch irgendwas? Zeit mir deinen Schritt. Da. Hier ist noch eine Tür. Irgendwie ziemlich verwirrend, wo man hingehen kann. Können wir da auch noch hin? Ne. Okay, ich glaube, wir müssen durch diese Tür. Wo war die noch? Da. Ah, das Badezimmer. Ich glaube, er hat gesagt, im Badezimmer ist so eine Spraydose. Ah ja. Inferno. Ich glaube, er hat das Badezimmer ist so ein Trick. Ei, 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 ei. Da. Perfekt. Wir frieren doch hier draußen. Okay. Ja, jetzt ist natürlich heiß. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Fuck. Shit. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Das war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby vielfraß. Baby? Keine Sorgen. Du wirst bald ein großer Junge sein. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Feuer. Gefährlich. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Was geht, Party-People? Hey. Hm. Ich fühle dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Ja. Komm doch rein. Erinnert sich dran. Mach es dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmst? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Schmetterlingsaktivität. Warnung. Halt dich von Emily für herausfordern. Hab dich von Emily gesehen. Wir fordern ihn heraus. Wieso verdammt warst du mit Emma auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Misstrauen? Entschuldigung. Ich hab überreagiert. Wir bleiben höflich. Klar. Ja. Ach, Mann. Sorry, es war ein langer Tag. Ich hab einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja. Total. Alles cool. Gut. Nette Ankunft. Also er ist jetzt mit er zusammen und er war vorher mit der anderen zusammen. Mit der da. Oh mein Gott. Das ist so eklig. Ein Glück ist er mit er nicht mehr zusammen. Provozieren oder entschärfen. Wir nehmen etwas das Schwung aus. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Ist das eigentlich schon zusammen? Ja, ganz beste Einserzeugnis. Wahrscheinlich schon, ne? Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Entschärfen. Wir bleiben beim Entschärfen. Emily, stopp. Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, ähm, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Hört auf. Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach zehn Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Power-Roll. Das macht jemand anders dann. Mike, zieh dir doch mal die Gestritte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Uhre. Sie legt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Okay. Also, Josh, ähm, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Habe ich vergessen. Meine Tasche. Die, äh, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo-Drive. Matt, äh, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab es diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine... Sie hat doch nur nach meiner... So eine nette Freundin. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine... Ich wusste nicht, dass sie zusammen sind. ...deine... ...deine Station vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Okay, die sind zusammen. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Na gut. Palsch und Zuckerbrot von hier. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Auf. Gut. Statusabdick. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Und auch das Letzte. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig. Vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostars? Ich würd's mir ansehen. Äh, yes. Ich würd's mir ansehen. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Puh. Ach. Was musste er erledigen? Oh, hast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Mhm. Ist dunkel da draußen. Okay. Okay. Schatten. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Bitte fragen, ob wir kommen. Wird eifersüchtig. Was wirklich? Was? 22. 23. Okay. Damit würde ich sagen, äh, machen wir an dieser Stelle einen Break. Denn wir wollen das Spiel ja nicht in einem Einteiler durchspielen. Äh, schaffe ich zumindest nicht. Und wir sehen's dann beim nächsten Mal wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet bitte den Part. Und, äh, haut rein, Leute. Schaui. Hey, ich bin Schaui. Willkommen zurück zu Until Dawn. In der letzten Folge ist eine ganze Menge passiert. Äh, fast 90 Minuten gegen die Folge. Äh, vielen Dank an alle, die dabei waren bei der, ähm, Premiere. Und, äh, die das Video bewertet haben. Und die auch jetzt wieder dabei sind. Vielen Dank. Wir machen uns jetzt auf den Weg in ein kleines Liebesnest mit unserer Freundin. Und eine Sache habe ich noch gesehen. Und zwar, äh, wir können diese Schmetterlingseffekte, warte mal, Charakterinfos, Totems, wir können uns das alles nochmal angucken. Aber was mich eigentlich interessierte, waren die, äh, Sammelobjekte. Denn hier ist tatsächlich dieser Steckbrief, wo ich nicht wusste, wo der hin ist. Der ist hier drin. Und wir haben hier tatsächlich alle Hinweise gefunden. Es gibt allerdings verschiedene Kategorien. Das ist die Kategorie der Unbekannte. Wir haben noch eine Kategorie 1952, zu der wir überhaupt nichts gefunden haben. Wobei ich allerdings meine, dass, äh, 1952 diese Sache mit dem Flammenwerfertypen war. Wo wir da die, äh, den Zeitungsartikel gefunden haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir die Zwillinge. Das, die Sachen haben wir hauptsächlich in dem Haus gefunden. Hier fehlt allerdings noch ein Hinweis. Da müssen wir mal nochmal genauer hingucken. Und da sind wir wieder beim Charakter. Und genau, was wir auch noch gesehen haben. Hier unten links steht, äh, abspielen. Wenn man also Totems hat, kann man irgendwie einen Film zusammensetzen. Dann fehlt ein Stück. Und wurden wahnsinnig Mörder. Und dann fehlt wieder ein Stück. Es wird sich also im Laufe der Geschichte noch eine Geschichte bilden. Ich bin sehr gespannt. Äh, vielleicht kennt ihr ja sogar alles, weil ihr es schon mal, weil es ihr schon mal gesehen habt. So, hier haben wir... Auf welcher Seite stehst du? Mäthild während des Streits mit Emily zu Jessica. Aber wir haben dann noch ein weiteres Kapitel. Möglicherweise können noch weitere Entscheidungen uns beeinflussen. So, und jetzt müssen wir in diese kleine Mini-Hütte. Für ein kleines Techtel-Mächtel unter Teenies. Ihr wisst schon. Achso, was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, als ich die letzte Folge geschnitten habe, mehr oder weniger. Also... Hier. Was? Ach, wenn wir stehen bleiben, dann sehen wir sein Gesicht. Das ist ja geil. Ähm, da habe ich gesehen, dass, ähm, als die Zwillinge geflüchtet sind, die eine, ich weiß nicht mehr welche, die hat ihr Handy verloren. Ah, wir sind so schön. Okay, können wir uns mal merken für Thumbnaids hier. So, wo gehen wir denn hin? Ich bin wieder der, ähm, verwirrte... Oh, es ist eisgeist hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Mit meinen heißen Sprüchen. Oh Gott, es ist so klischeebehaftet alles. Es ist einfach alles so klischeebehaftet. Hier, die, die, die Leute sind alle klischeebehaftet. Die Hütte ist klischeebehaftet. Die Sprüche sind noch klischeebehafteter. Also es ist halt einfach alles... Aber, aber ich liebe es. Es ist halt wie so ein... Ne, also wenn ihr... Ach, wie hießen die ganzen Filme denn nochmal? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Scream natürlich. Äh, da gab es noch so was, so was ähnliches. Äh. Wo immer Leute gestorben sind und die dann ihren Platz einnehmen mussten oder so. Wenn sie dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Da gab es fünf Teile von denen. Ich glaube sogar ein Sechster ist in der Mache. Ich will jetzt nicht auf den Namen kommen. Irgendwie, irgendwie will es mir gerade nicht in den Kopf schießen. Können wir diese Lichter hier irgendwie anzünden? Ah, ich glaube da ist die Nebenhütte. Äh, hier ist zumindest ein... Tor. Komm Baby, ich zeig dir mal einen Generator. Er ist groß. Und heiß. Ah ja. Guck mal, da hinten. Ich habe Schwierigkeiten, die Taschenlampe zu bewegen. Ich hoffe, mein Controller macht noch... Hast du bald den Generator, oder was? Jetzt zicke nicht rum schon wieder. Ähm, ich hoffe, dass wir diese Folge durchkommen. Denn, äh, der Akku meines Controllers ist ziemlich weit unten. Ich habe nur noch einen Balken. Mal gucken. Mike! Wäre es nicht toll, den Genie anzuschmeißen, damit es weitergeht? Was ist ein Genie? Generator. Yes. Wir haben einen Totem gefunden. So, wir finden ihn gerade. Und es ist ein... Gefahrentotem. Mhm. Okay, da war so ein Typ. Ein Clown. Der ihr volle Kanne in die Fresse haut. Wer ist denn das? Ich kann sie nicht erkennen, ehrlich gesagt. Totem 1 von 6. Rot. Warte mal. Können wir noch mal... Können wir noch mal gucken, was rot heißt? Gefahr. Die Bedrohung durch eine zukünftige Gefahr. Hm. Okay, eine mögliche zukünftige Gefahr. Das könnte hier in der Hütte sein. Es sieht zumindest so aus. Warte mal. Ist das... Ah, ja. Was haben wir hier Schönes? Eine Schublade. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Oh, ja. Es wäre der Licht. Ich bin der Held. Was? Ja. 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 Wo stand der denn? Ich gehe nochmal da rein. Hä? Wo zum Teufel stand der? Hallo? Ich dachte gerade so... Was ist das? So eine beschissene Aufnahme. Können wir die Tür zumachen oder so? Irgendwas? Oh, ich hasse das. Alles, was ich will, ist Liebe. Bam. Ja, rauf. Auf, runter. Ah, tada. Sesam, öffne dich. Okay. Ist sehr komisch, dass man hier alles irgendwie steuern muss. Diese Hose ist sehr eng. Ach so, was hier du... Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Haha. Kommen, verstehst du? Was? Absperrbart. Policeline? Wegen Hannah und Beth. Wieso rollen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Woran erinnerst du dich? Respektvoll. Mögen sie in Frieden beruhen. Wir fragen mal. Ich bin neugierig. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß ist... Wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt. Und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey. Ich meine... Vielleicht. Es ist nicht unsere Schuld, dass sie... ...in den Wald gerannt sind. Ja. Der hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun. In den Wald rennen, oder was? Status Update. Gut. Tja, das war schon echt dumm, in den Wald zu rennen. So ein kleiner Prank mit den Herzen zu spielen, ist natürlich total harmlos. Das kann keinen kaputt machen, sowas. Ernstes Gesicht, so als ob ich selber betroffen bin. Das war nur die Katze. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich mache es jetzt mal. Weil die Scars sind wirklich laut. Ich komme einfach weiter. Was ist denn hier ver... Hier der Stock, oder was, der hier im Weg ist? Der Baum? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Hm. Klar, durch die Höhle. Klischee-Höhle. Du Bote, ey. Alles gut. Alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Äh, hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen sieben Armen dran. Äh, ja. Kannst du raus? Äh, ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Hm, vorsichtig. Schieb die Lore weg, oder? Hier, ruhig. Ich springe runter. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Herr Donis. Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ja, klar. Sind wir noch mal dem Tod von der Schwippe gesprungen? Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Ah, ist das schlecht. Ich liebe das Spiel. Es ist... Die Sprüche könnten auch alle von mir sein. Ich sollte das Drehbuch für den nächsten, äh... Einzel Dorn 2 schreiben. Lore, 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 la... Habe ich es noch geschafft, rechtzeitig zu drücken? Okay. Oh Gott, ich habe dich jetzt gerade voll erwischt. Danke. Die Zähne sind noch drin. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja. Okay. Du kleiner Fucker. Oh, Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Willst du meine Vibes mal spüren? Damit du die Gänsehaut los wirst. Spar dir das für die Hütte, Poser. Hier geht's hoch. Hoch ist immer gut. Baby. Okay. Folge mir unauffällig. Ich weiß, wo es lang geht. Ähm... Da! Rechts! Links! Aber wo lang? Aha. Warte, da ist was. Zigarren. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Hinweis. Es frisch. Wer wohl hier war? Zigarrenstummel. Ein Hinweis. Der Unbekannte. Axthalterung. Axthalterung. AB-Nachricht. Zeitungsausschnitt. Das ist alles der Unbekannte. Okay. Ein mystisches Symbol. Das hier ist ja... Historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Zum Schrein. Okay, den haben wir uns angeguckt. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Ich mag gar nicht weiter reingehen. Vor allem, wenn von Quicktime-Events unsere Leben abhängen. Dann bin ich ein sehr, sehr schlechter Lebensretter. Da liegt noch was. Da glänzt was. Ein Plan. Hinweis in der Welt. Der Laden ist die Fensterbruch, Bruder. Wo sind wir denn? Kollaps-Support-Rust. Das hier zu gut ist? Warte mal, da war auch noch ein Weg, oder? Geh du schon mal vor. Hier ist auch noch ein Weg. Oh Gott. Da, kann ich da rein? Ich will da rein. Da. Da in den Gang? Nein? Ach, da ist zu. Okay, whatever. Genau, geh du mal vor. Ein Ausgang. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir hier lebend rauskommen. Vorerst. Ich suche immer nach Hinweisen die ganze Zeit rechts und links. Deswegen gucke ich mich immer so gut um und versuche, in meinen Ecken zu gehen, wo man vielleicht nicht so direkt hingehen würde. Sind wir hier auf der anderen Seite des Baumes? Kann das sein? Da ist was. Ein weiterer Totem. Verlust-Totem. Sie ist irgendwo runtergefallen und auf so... Sie ist kalt. Sie ist kalt. Aber wie geil. Warte mal, was? Ich muss noch mal gucken. Verlust-Totem. Sie ist irgendwie auf so ein Gitter gefallen. Und eine Puppe? Das ist eine Puppe. Eine Holzpuppe? Von Mike bei den verlassenen Minen gefunden. Der mögliche Verlust eines Freundes. Warum sah das aus wie eine Puppe? Der mögliche Verlust eines Freundes. Was ist da vorne? Cabin. Ah ja, Hütte. Sehr gut. Ich dachte, da glänzt was, aber es ist nur der Schnee. So. Gehen wir mal in die Sexhütte. Dämonetarisiert. Verfolgt der uns immer noch? Der will nur zugucken, bevor er uns abschlachtet. Kleine Puppe. Als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Linke ins Spiel ziehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Plast auf einen Flug mit der Air Force One. Okay, okay. Spaß, der für die Wahlkampfrede, Baby. Es ist aber, oh Gott. Es ist so glücklich. Ja, Flasche. Oh, ein Teleskop. Oh mein Gott. Was können wir sehen? Ein Blick auf die Wolken. Ein Blick auf die Hütte. Ein Keller. Ja. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Ich will es sehen. Okay. Lass mal sehen. Wo? Bei der Hütte? Huch! 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 Heimlich vom Eierpunsch genoscht, Bay. Huch! Wir sind ganz allein hier. Äh. Möglich. Ich hasse diese Jumpscares. So, wir können uns das Schild angucken. Na ja, geh mal von der Bank weg. Es ist so scheiße kalt, ey. Mir ist auch schon kalt. Okay. Huch! Was ist los? Ach. Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh! Michael! Ich habe eine mega Idee! Was? Los! Wir streichen einen Bären! Komm schon! Bitte! Komm schon! Äh! Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Blackwood Pines, Gebirgsbewohner. McKenzie-Wolf, Canis lupus occidentalis. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Vapitis Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly-Bär. Ursus Arctos Horribilis. Horribilis, das klingt gut. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Ars, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch und Forelle, weshalb man ihn in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzly-Bären als extrem gefährlich gelten, sind die Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Morton Vapiti Kervus Kandensis Nelsoni, der prächtige Vapiti, durchstreift dieses Land schon seit tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, auch Bullen genannt, dafür bekannt, ihre Herden vernehmend gegen Eindringende zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Jetzt haben wir etwas über die heimische Tierwelt gefunden, sie ist, äh, ihr ist immer noch kalt, sie hat Hunger und sie muss pipi. Und, hu, hallo. Wo gehen wir jetzt hin? Wir sind von da gekommen. Da geht's nicht weiter, wir, ich renne mal wie so ein, äh, Affe rum, der die Orientierung verloren hat. Warte mal, wir kommen doch von da, oder? Wo ist denn jetzt die scheiß Hütte? Wo ist die, da, ach, da ist die Hütte. Kevin, 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 Kevin in the Woods. Ups, ah. Hineinspaziert ins Liebesnest. Auf uns wartet ein Schlachterfest, möglicherweise. Ich frage mich die ganze Zeit, ob der Typ uns schon hätte vorher erwischen können. Die Musik gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Jesus. Ein hirrisch. Oh, my goodness. Jesus. Genervt, Ratten mit Flügel, witzig. Ich hab nur geflirtet. Wir sind witzig. Wow, du Flittchen. Sag die Richtige. Good babe. Babe. Status Update. Status Up Babe. Eine gemütliche, kleine, wow. Das ist schon schön, ne? Das kann man ja anders nicht sagen. Fall bloß nicht ins Wasser. Können wir ins Wasser fallen? Nein, können wir nicht. Wir moonwalken am Rande der Klippe. Mein Gott, was sind wir denn eigentlich über der Scheißhütte hier? Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Cabin. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Du hast auch gleich was im Gesicht. Sie ist weg. Klischee. Das? Das? Okay. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Äh, tja. Ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha. Sam. 22.44 Uhr. Washington Lodge. Haben wir den Wasser überhaupt? Komm schon. Nur kaltes. Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Hallo? Okay. Wir dürfen wieder eine Frau spielen. Finden wir hier irgendwas Schönes? Guck mal runter. Guck mal nach rechts. Guck mal in die Kamera. Guck mal in die Kamera. Oh. Hallo. Ich liebe sie. Sie ist cool. Wenn sie noch frech ist und intelligent, dann wär's mein Typ. So. Gehen wir mal runter. Vielleicht können wir ihn ja... Ich meine, wir mussten uns ja bei dieser komischen Sitzung was aussuchen, ne? Ich meine, Schlangen, Vogelscheuchen und sehr viele Gedärme. Was... Wo geht's da rein? Grüß Gott. Clowns-Masken. Was? Was? Auf geht's, Josh. Auf geht's. Was? Ich wollte mich eigentlich da oben noch ein bisschen umsehen. Ich geh nochmal kurz zurück. Wir konnten, glaube ich, noch in die andere Richtung gehen. Äh... Ich glaube... Wir konnten auch... Renn ich gegen die Tür. Die... Ich finde es schon ein bisschen... Ich glaube, wir konnten auch in die Richtung gehen, oder? Könnten wir auch in die Richtung gehen? Nein? Von wo sind wir gekommen? Von da? Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Ist noch irgendwas, was wir angucken können? Chuck auf jeden Fall. Ich geh mal da oben gucken. Das sieht so aus, ob wir da irgendwie auf den Dachboden kommen, oder so. Auf jeden Fall geht's da weiter hoch. Aha. Ein Glück haben wir hier nochmal geguckt. Hier gibt's so einiges. Mehr Hinweise. John D. Smith, Tattoo-Künstler. Aha. Hinweis entdeckt. Tattoo-Karte. 18. März 2013, 9.30 Uhr. Ein Termin für einen Schmetterling. Sie hatte einen Schmetterling... Also hier die Schwester. Die eine, die gestorben... Die... Eine von den Schwestern, die gestorben sind. Hatten einen Schmetterling... Tätowiert. H.W. Aha. Frohe Weihnachten 2010. Schwester, Herz. Hab dich lieb. Josh. Josh. Hm, hm. Okay, der Hinweis mit dem Tattoo... Haben wir wo bekommen? Oh, wir sind nicht mehr ganz so ehrlich, wie wir eigentlich waren. Ich bin in Joshua und frage ihn nach heißem Wasser. Okay. Eine unglaubliche Aufgabe. Da ist das Symbol. 1952. Gefahrenkarte der Mine. Okay. Die Zwillinge. Ein Hinweis auf die Zwillinge. Alles klar. Ah, da haben wir wirklich ein bisschen was verpasst, so wie es aussieht. Ach, das ist ihr Zimmer. Wohnen die da? Party-Time? Sag mal, was steht da? Lieber Hannah, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party. Um 19 Uhr am 13.07.2013. Hier, Casa de Maik, bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten. Das war der Typ, der sie reingelegt hat, glaube ich. Und Hannah war die mit der Brille. Die Montana. Da unten ist auch noch was. Hm. Ein Stück von deinem Foto oder einer Postkarte. Hallo, das schreit ja förmlich nach Maik. MM4HW. Hinweis entdeckt. Partner-Test. Hauptsächlich COO. Das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ. Und du bleibst zu Hause und bestickst Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf. Oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg. Lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was deine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, du tust es für die Liebe. Also, tu es einfach. Tattoo. Sie hat sich also für... Wie heißt der, Josh? Sie hat sich also für den Typen tätowieren lassen. Den Schmetterling. Weil sie dachte, sie hätte Chancen bei ihm. Armes Mädchen. Man denkt immer nur, Männer sind so verzweifelt, wenn es um die Liebe gegenüber Frauen ist. Aber anscheinend ist es auch andersrum. Und natürlich auch Männer bei Männer und Frauen bei Frauen. Können wir das Licht anmachen? Eine weitere Karte. Generell. Scheint bei allen so zu sein. Hannah, Josh und Beth. Ihr seid eingeladen zu Sam's Halloween Party am 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Ah, die kennen wir doch. Ah, die kennen wir doch. Zu welchem Strang gehört das denn? Da sind doch überall Schmetterlinge an der Wand. Aha. Dann muss es hier aber noch etwas geben, oder? Gibt es hier möglicherweise noch etwas? Es blinkt immer nur kurz. Also das Ding haben wir. Das Ding haben wir. Hier vorne, die Tattoo-Karte haben wir. Und das Ding haben wir auch. Gibt es noch etwas in diesem Zimmer? Der Liebestest am Ende des Ganges? Das ist das Einzige. Okay. Ich glaube, dann müssen wir mal runtergehen und nach heißem Wasser fragen. Sonst geht es hier nicht weiter. Ein bisschen schneller ruhig. Sonst noch irgendwas Schönes hier? Ist ja echt cool, wie sie so daher stampft. Okay, hier ist nichts mehr. Das ist nur die Ecke. Eine sehr komische Hütte von der Aufteilung. Ich finde mich noch nicht wirklich zurecht, muss ich sagen. Wie soll es euch da erstmal gehen? So, hier war auch nichts mehr, ne? Da war nichts mehr. Gehen wir mal runter. Beziehungsweise gucken wir uns erstmal hier in dieser oberen... Okay. Lester Miner, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Wann? Rushen wir mal eben hier durch. Wer will hier oben noch irgendwas finden? Überall diese scheiß Masken, ey. Was haben die für ein Problem? Wer findet sowas denn schön? Da hinten ist noch eine Tür. Aha, die können wir auch aufmachen. So dachten wir zumindest. Hm. Aber die Einstellungen sind schon irgendwie cool. Ab und zu. Nein, ich will da lang. Stampf, stampf, stampf. So, hier links können wir, glaube ich, noch... Da ist noch was. Ach, dieser Filmpreis. Den hatten wir ja schon. Beste Horrorfilme 2019. Äh, 2009, nicht 19. Gut. Gehen wir mal runter. Stampf, stampf, stampf. Stampfen wir nach unten. Nehmen wir die Treppe da hinten. Die sieht vertrauenswürdig aus. Ich glaube, es gab noch eine andere. Der Keller. Der Chris. Wie eine Schnitzeljagd. Total. Mit Spaß. Wir haben Spaß. Natürlich. In den Keller. Ja, komm. Vielleicht finden wir noch andere Hinweise hier. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal direkt in den Keller. What the fuck ist denn das da hinten? Warum guckt sie immer hoch? Das ist eine Skulptur. Warte mal, da leuchtet was. Die Tür. Kommen wir da hin? Äh, ist alles zu irgendwie. Da war auf jeden Fall eine Tür, die leuchtet. Warum kommen wir denn nicht da hin? Kommen wir nicht. Doch. Doch. Hier. Jetzt. Da war irgendwas. Hier. Auch zu. Da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Ich suche nämlich immer hier irgendwas Tolles, was ich mit meinen Wichsgriffeln anfassen kann. Oh. Ja, ist er ja. Der gute Aussehen. Hier ist noch ein Foto. So. Das haben wir, glaube ich, auch schon gefunden. Ah ja. Bereit für den Abschluss. Ball. Und da kann man ja nicht raus, ne? Alles abgeschlossen. Sehr sicher hier. Sehr sicher. Gut. Dann gehen wir jetzt in den... Komm, wir gehen in den Keller. Was stehst du denn da rum? Mann. Ich brauche endlich warmes Wasser. Wie bist du so schnell da hingekommen? Achso, da war noch eine andere Treppe, glaube ich. Oh, da unten liegt auch noch irgendwas Schönes. Hey. Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Schmeichelnd. Chris muss was unternehmen. Sie sind süß zusammen. Hm. Status Update. Aber er denkt genauso. Deswegen habe ich das gesagt. So, wen haben wir hier? Ah, er und seine zwei Schwestern. Hinweis entdeckt. 13. August. Cape Cod. Josh mit seinen hübschen Schwestern, Hannah und Beth. Ihr seht super aus, Leute. 16.8.2013. Okay, da ist der Keller. Ich gucke mal eben, was hier sonst noch so ist. Ihr wisst es, ihr liebt es, ihr schätzt es. Wir schauen uns alles ganz genau an. Weil wir dann vielleicht Sachen finden, die andere nicht finden. Oder wir laufen halt einfach stupide irgendwo gegen und finden überhaupt nichts. Das ist übrigens in 90 Prozent oder 95 Prozent der Fall. Können wir da auch rein? Wenn ich für jede Tür, an der ich gerüttelt hätte, 5 Euro kriegen würde, dann müsste ich jetzt kein Video mehr aufnehmen hier. Gut. Gehen wir mal in den Keller mit. Ich habe schon wieder deinen Namen vergessen. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Josh. Ich wollte nur sagen... Ach. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass... Du da bist, Sam. Beruhigen, wir sind für sich da, nervös, seltsam zurück zu sein. Wir beruhigen ihn. Josh, wir sind für dich da. Ja, ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Was auch immer du brauchst. Ähm. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Oh, ho, ho, ho. Alle Spaß. Warte, da ist was. Tür. Noch eine Tür. So viele abgeschlossene Türen. Sind wir da nicht hergekommen? Ich hoffe, er wird nicht der Einzige sein, der Spaß hat. Wenn er mich enthauptet oder so. Ich traue ihm irgendwie nicht. Kann man auch erklären hier, ne? Durch den Verlust seiner Schwestern ist er durchgedreht und wurde zum Killer. Man kann hier fast unter den Rock gucken. Hab ich das gerade laut gesagt? Dieser Scheiß-Keller ist ja riesig. Hallo? Warum ist der Keller so riesig? Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Kein Strom. Oh. Ein Baseball-Schläger. Humorvoll. Baseball im Schnee. Ernsthaft? Ist das deiner? Was macht der denn hier? Ist das deiner? Klar, klar, klar. Ja, ich hab früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war... ...bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzählst deinem Friseur. Stimmt's? Okay. Mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwassergerät anstellen kann. Mhm. Mussten wir wahrscheinlich damit, dass da hingestellt hat, ja? Vielleicht ist das wichtig. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe mich gerade nicht bewegt. Meine Hände liegen auf. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Beuler in Gang bringen. Den Druck erhöhen bin ich gut. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. So, wir müssen eine Kombi machen. Okay, jetzt versuch's nochmal. Da war jemand. Geschafft. Da war doch jemand. Streich hinter dir ist was. Protestieren, ich hatte keine Angst. Ja, klar. Ja, klar. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Nein, ist etwas. Sein Grins ist echt krass. In den scheiß Baseballschläger, Josh. Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich, ich, ich finde ihn nicht gleichmäßig. Ich schaue nach. Wir sollten nachsehen. Ach komm, ich mach das schon. Powerfrau. Ich geh mal nachsehen. Was? Wieso? Was hast du denn, Angsthase? Nein, das ist wahrscheinlich eh überhaupt nichts. Fährt. Ähm, dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Ja, es war eine super Idee, Schaui. Super, super Idee. Status Update. Super Idee. Ganz klasse. Ich will nochmal zum Pferd zurück. Das gibt mir Sicherheit. Wo kommt es denn her? Da, guck mal. Können wir uns das nur angucken? Das Puppenhaus? Puppen. Puppen, die irgendwie auf Metall gefallen sind oder so. Das haben wir bei dem einen Totium gesehen. Und da noch was? Ah, nur das. Ah, okay. Äh, vielleicht könnte es jetzt doch mitkommen. Da hinten war ja auch noch... Da fehlt ein Griff. Also da sollten wir schon mal nicht lang rennen. Was da hinten schön ist? Nichts. Nichts. Hey, es hat aufgehört. Ach, scheiße. Wie geduldig ist der wohl, der Killer? Oh. 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 Oh, komm schon. Wieso ist hier abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt. Hey. Was? Hey. Was zum Teufel? Buh. Ich hab dich erwischt. Boah. Arschloch. Was? Schön. Schönes Ding. Der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit... Hätte ich mir die Gelegenheit... Ist das... Ist das dein Ernst? Boah, mein Herz, ey. Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Hm. Immer die Mädels verarschen. Ich sag zu, dass dein dummer, kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig macht. Jokemeister. Hey, ich sagte... Jokemeister. Ich sagte Streich. Ja, der Jokemeister. Oh, Scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Ach, er hat das Witcher-Brett gesucht. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich gebaden. Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Hätte ich auch gemacht. Aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Puh. Oh, nein. Sie. Sie kann ruhig sterben. Sie mag ich nicht. Matt. Ja, ja. Oh, wenn wir jetzt zurückgehen. Achte drauf. Sie hat ja ihr Handy verloren. In diesem... Äh... Was ist das? Ein Totem. Give it to me, Baby. Führungstotem. Irgendjemand hat sich an... Was war das? Ich guck mal eben nochmal. Ich glaub so ne Art Kettensäge. Von Matt außerhalb der Washington-Lore gefunden. Okay. Das heißt, es muss also nicht immer direkt passieren. Führung. Eine Vision der Führung für eine zukünftige Entscheidung. Okay. Wir sollten also mit Kreissägen aufpassen. Vorsichtig sein. Okay. Aufmachen. Das kann immer ein bisschen länger dauern sein. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Warte mal. War da nicht die Brücke? Oh, wir können ja was gucken. Ein Elk. Mehr nicht? Ist er da? Sieht so rot aus im Wald. Okay. Hm. Schön. 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 So, mit dir rede ich nicht. Komm, lass weiter. Lass mich hier auf den Sack. Wenn ich die Stimme höre dann. Hä? Geil. Wir konnten auch gar nicht mit dir reden. Wir konnten es einfach sein lassen. Ich will auch mit dir nicht reden, du blöde Ziege. Ich mach Schluss mit dir. Sobald ich kann. Ich werde jetzt immer gemein zu... Huh. Was ist das? Immer gemein zu dir sein. Na schön. Hm. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Vielleicht parallel mit dem Anschalten des Generators oben bei der Hütte. Bis. Geht's da lang? Flirten. Widerstehen. Lass zurückgehen. Wo wir... Was? Wo wir unter uns sind? Wir widerstehen. Also ich weiß nicht, ob es so gut ist, den Weg zu verlassen. Sei kein Weichei. Komm schon. Es wird sich lohnen. Glaub's mir. Nein. Ich widerstehe. Merkwürdig. Hm. Schon wieder kein Strom. Na gut. Wenn's so aussieht, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Ist der Taub, du Spinner? Wieso? Ich bin doch zurück. Braver Hund. Jetzt gehorche. Das ist schrecklich. Aber solche Frauen gibt's wirklich. Mir ist kalt. Leck mich. Ich ignoriere sie komplett. Ich mag sie einfach nicht. Scheißegal, ob das meine Freundin ist oder nicht. Nimm sie, nicht mich. Ja, wir können nur weiter. Falls er sie angreift, laufen wir weg. Warte mal, kommt mir da noch lang? Dann Weg. Ja, Zaun nur. Ich hab mehr Angst vor irgendwelchen dämlichen Jumpscares, die jetzt kommen. Aber schön ist es. Oh, heute Abend ist es so schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du's schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Hm. Da ist was. War hier nicht die Schneebeifelung? Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist? Bank drücken. Nicht zu deinem Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon. Sehen wir uns um. Oh. Na, sieh mal an. Was steht da? Nein. So, da, Sam. Nicht eifersüchtig sein. Warum bringst du mich her? Ich komm mir vor wie ein Depp. Sei nicht so empfindlich. Ich bin mit dir hier. Jetzt gerade. Mike ist der Depp. Okay. Vielleicht ist Depp nicht das richtige Wort. Was denn? Glückspilz. Hm. Schon besser. Er versucht immer noch zu baggern. Mensch, die ist nicht gut für dich. Merk das doch mal. Und wir gehen noch mal hin. Tja. Mike und Em. Also, sie waren mal mit Mike zusammen. Das wissen wir ja auch schon. Ich geh aus dem Bild. Jetzt komm ich wieder rein. Guck mal, Kopf nach oben. Oh, ist doch schön hier. Das kommt, weil ich den Controller nicht bedienen kann. Nein. Nein. Ich weiß nicht, ob die Entscheidungen richtig sind. Aber irgendwie ist mir danach. Hm. Guck mal, wir können da oben zum Totem gehen. Oder da links. Ne, da blinkt was. Warte mal. Ich weiß ja nicht, was hier der richtige Weg ist. Springen. Mhm. Nein, wir springen nicht sofort. Dann gehen wir noch mal zum Toten. Und zwar schneller. Ist ja echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ah! Oh! Bedrohung! Nichts. Das ist gar nicht cool. Das ist gar nichts. Gucken wir uns erstmal in Ruhe hier oben um. Hm. Na, komm schon da raus. Wir hängen im Schnee. Wir sind festgeglitscht. Wo kam denn das Kreusch her? Hm. Komm, wir springen mal da runter. Er hat hier runtergeholfen. Was daran beeindruckend. Okay. Gibt es da irgendwie hoch oder so? Ja. Ach, das ist das Tor, was von der anderen Seite verschlossen war. Merkwürdig. Okay. Es ist immer noch verschlossen. Geheimnisfälle. Hier, Schweinchen, Schweinchen. Blut und Bedäume. Er war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Willkommen zurück. Hinweis entdeckt. Schweinekopf-Notiz. Northern. Provinz. Was? Penny. Ten. Terry. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Hau! Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir mein... Das Licht ist... Scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Wow. Warum sieht das jetzt so komisch bei ihm aus? Ich hab versehentlich Nein gesagt. Äh, ich habe Mitleid. Ich fühle Hass. Menschen, die sich fürchten. Ich habe Mitleid. Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Ja. Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst. Nicht wahr? Interessant. Interessant. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt. Was du wertschätzt. Was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ich schätze Ehrlichkeit. Ich schätze Loyalität. Schwierig. Ich finde beides wichtig. Aber manchmal muss man auch unehrlich sein, um loyal zu sein. Ist Loyalität nicht eine gute Form der Ehrlichkeit? Ich gehe auf Loyalität. Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Loyalität oder Nächstenliebe? Tja, ich würde also eher Nächstenliebe ausüben als Loyalität. Weil wenn mir jemand zum Beispiel sagt oder befiehlt, bring den um. Dann wäre ich ja Loyalität, wenn ich es machen würde. Aber ich hätte Nächstenliebe gegenüber dem anderen. Würde es nicht machen. Also Nächstenliebe. Ja. Oh. Ah. Ach, verdammt. Alles klar. Wir sehen uns auch bald wieder. Denn ich mache jetzt hier einen Break. Und dann geht es das nächste Mal weiter mit Until Dawn. Haut rein, Leute. Ciao. Was bisher geschah bei Until Dawn. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen. Wir machen das auch für Hannah und Beth. Dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gestritte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Hast du das gehört? Was in einer Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin... Isolation. Mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien. Von allen Vorurteilen lösen. Alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich? Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin tot ernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Mal sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium... Ashley. 23 Uhr. So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Und wir fangen direkt... Wir haben gerade direkt mit einer kleinen Rückblende angefangen. Und wir fangen jetzt an mit Ashley. Ashley. Und nehmen wir das ernst? Ernsthaft? Ist da jemand? Oder flapsig? Aber Kadabra. Wir... Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir genau sind. Können wir das noch irgendwie sehen? Während der Entscheidung? Tatsächlich. Wir sind ehrlich. Wir sind hilfsbereit. Wir sind witzig. Naja, eher nicht so witzig. Wir sind aber sehr neugierig. Da wir neugierig sind, würde ich sagen... Sind wir ernsthaft? So lädt man Geister ein. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Wer bewegt sich schon wieder? H? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es befiegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. HP? Ja. Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Klarstellen, wer braucht Hilfe. Vorantasten, wie können wir helfen? Vielleicht eher wie. Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert das? Er bewegt sich schnell. War no shit. Oh mein Gott. War no? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Wer bist du? Klarstellen, was meinst du? Okay, dann fragen wir mal, wer es ist. Ich hoffe nicht, jemand Böses. Damit treibt man keine Spielchen. Ich kann dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Oh. Was geht los? Sag doch nein. S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja? Okay. Na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag wer es ist. Hannah oder Beth? Wir fragen Hannah. Hannah war die mit der Brille, glaube ich, ne? Ich glaube, sie hat irgendwie noch mehr gelitten. Wir fragen mal, ob es Hannah ist. Wer spricht dann mit uns? Hannah? Hannah? Weißt du das? Oh Gott. Oh. Jetzt frage ich mich, ob es egal gewesen wäre. Josh. Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können auch aufhören. Nein. Alter, äh, alles cool. Ich will hören, was es sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine... Dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komme schon klar. Okay. Ähm... Mal überlegen. Was ist dir passiert? Es tut uns so leid. Wir fragen, was hier passiert ist. Wir haben nur wenig Fragen bestimmt. Hannah? Du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B? E? T? L? Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K? I? L? L? E? D? Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streit. Äh, beruhige dich, okay? Wir... Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Wer ist dein Mörder? Wie bist du gestorben? Wir fragen direkt nach dem Mörder. Wir sind neugierig. Okay. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? Weil sie sie hat fallen lassen. L? I? B? Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E? R? O? O? Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Beweise in der Bibliothek? Chris? Ihr müsst euch verabschieden. Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter! Es ist nicht... Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Soll... Das ist ja nicht so gut gelaufen. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann... Du hast du verdammt übersorgend... Das war kein Fake! Ehrlich nicht! Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Warum nicht? Wenn es da die Lösung gibt. Status Update Mike. Der Weg zur Hütte. 23 für 22. Jess verarscht uns nur. Verdammter Scheiß! Hoffe ich. Denke ich. Oh, ich habe so keine Ahnung, was passieren könnte. Ich habe wieder Angst, alles falsch zu machen, weißt du? Deswegen diese Entscheidungsspiele und dann mit den Quick-Time-Events. Oh, super! Super! Wir haben wieder eine Taschenlampe und können jetzt hier... Jess, Jess, Jess... Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein... Pardon. Jess, Jess... Schatzi... Schatzi... Bist du hier... Was? Liebe meines Lebens? Ich gucke, ob da vielleicht irgendwo noch ein Totem liegt. Was ist das denn? Ein Bagger oder so? Okay, da geht es lang. Genau, bist du da in dem Bagger? Wir können da lang, wir können da lang. Können wir rechts auch? Ich weiß nicht, gehen wir links oder gehen wir geradeaus? Ich glaube, wir sollen geradeaus gehen, weil das ist so offensichtlich. Deswegen gehe ich da lang. Warte mal, hä? Wir konnten doch in die Richtung, oder nicht? Ja, doch. Jessi! Lauf nicht immer gegen Bäume. Können wir da lang? Ah, ein Totem. Na also. What the fucking fuck? Give it to me, baby. Todes Totem? Gefahren Totem. Ein Hirsch. Ein Hirsch. Der Hirsch sagt Gefahr. Hirsch heiße ich. Wie heißt der Hirsch? Okay, das war nur für den Totem. Sind wir dahin gelatscht. Guter Junge. Okay, ich gucke mal eben nochmal rein. Das war ein Gefahren Totem. Guck mal, bisher nur ein Totes Totem. Von Mike zum Pfad der Hütte gefunden. Brüllende Hirsche. lauern, Gefahr. Ich kann das irgendwie noch nicht so ganz einordnen, wie das uns dann eine Warnung sein könnte. Verstehst du? Also wie jetzt, wenn wir jetzt Hirsche sehen, dürfen wir da nicht zu den Hirschen hingehen. Müssen wir wegrennen. Heißt das einfach, dass Gefahr in der Nähe ist? Ist das so eine Art Vorwarnung? Ich schwöre hoch und heilig. Ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde. Nein, vielleicht ist die schon kalt. Oh mein Gott. Nein. Das war so genial. Nein. Warte, warte, warte. Das musst du sehen. Das musst du sehen. Das ist ein Hirschgeweih. Gefahr. Ich hatte Angst, Jess. Du kannst dich einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann mache ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Mürrisch oder witzig? Wir sind witzig. Komm. Wir nimmst es gelassen. Nope. Noch ein Totem. Todes-Totem. Totem. Tandem. Oh Gott. Nein, das ist gelb, glaube ich. Nein, nimm es. Take it. Warum legst du es hin? Junge, nimm das. Killer ist in der Nähe. So, und umdrehen bitte. Ah, es ist wieder in der Höhle, ne? Führungstotem. Okay, warte mal. Führungstotem. Wir müssen quasi irgendwie beim Wasserrad oder sowas. Bei einem Wasserrad. Warte mal. Da ist Wasser und eine Brücke. Möglicherweise ist es doch ein Wasserrad. Aber ich möchte wissen, was links ist. Ist da überhaupt irgendwie was? Hallo. Ist... Warum können wir da hergehen? Das ist doch nicht der Weg, den wir hingegangen sind. Da... Ne, da liegt nichts. Oder irre ich mich? Hä? Dieses Spiel verwirrt mich immer wieder. Gehen wir jetzt zurück? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, wir sind komplett falsch. Ah, das ist einfach der andere Weg. Hä? Dann sind wir den Weg einfach nur zurückgegangen? Das ist ja krass. Da kannst du einfach diesen ganzen Weg zurückgehen. Und kommst du anders raus? Ach, guck mal. Hier ist der... Hier ist das Geweih. Hier ist das Geweih, ne? Was sie da benutzt hat, um ihn zu erschrecken. Da konnten wir aber auch zwei Wege gehen. Einmal rechts, einmal links. Guck mal, der Killer war doch eigentlich schon ganz in der Nähe und hat sie beobachtet. Da müsste er doch eigentlich... ...der langkommen. Wir können doch noch da lang gehen. Aber da ist wieder die Brücke. Ein intensives Spielerlebnis mit Schaui. Wir gucken uns hier alles ganz genaui an. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Komm, lass doch einfach mal hier... Oh, da ist was. Was ist hier? Da ist was. Aha, M und E. Er ist, ähm... M. M und ein E. Weißt du, eine Ahnung, was das heißen könnte? Ist das nicht er? Vielleicht, ähm... Elizabeth und Myron. Oder vielleicht Michael und Emily? Entspann dich. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Wir stehen... Okay, ich stehe auf Kitsch. Leugnen, das war ich nicht. Wir gestehen. Hey, vielleicht sehe ich aus wie ein taffer und raubeiniger Macho-Typ, aber tief drin. Stehe ich zu meinen Gefühlen. Ich scheue mich nicht, ein bisschen Zuneigung offen zu zeigen. Ach ja? Und später bekomme ich auch ein bisschen Zuneigung? Oh, jede Menge Zuneigung. Oh, darauf werde ich zurückkommen. Zwinker. Los, komm, Casanova. Gut. Statusupdate. Schön, dass wir das noch entdeckt haben. Hat sich die Rundreise doch gelohnt. Hat sie sich doch gelohnt. Vielleicht finden wir noch ein Totem hier. Aber was anderes Schönes. Ich sehe auch gar nichts Blinken mehr hier. Ich weiß nicht. Okay, also wir müssen, denke ich, mal über die Brücke. So, den Totem hatten wir. Und ich hoffe einfach mal, dass da irgendwie ein Wasserrad ist oder so. Oder so. Sie sind ja nicht gerade hin. Wow, das ist ja kein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Aha, juck. Ist aber ganz schön weit bis zu dieser Goddamn-Hütte. Aber irgendjemand hatte Zeit, hier den Weg freizuschaufeln auf der Brücke. Und noch mehr Treppen. Leucht. Ein Eichhörnchen. Das war der Paarungsruf des gemeinen Eichhörnchens. Ich guck die ganze Zeit, ob da irgendwie was leuchtet oder so. Boah, ich würd so gerne ne freie Kameraführung haben. Ich find's irgendwie ziemlich anstrengend, diese festen Kameras. Hirsch. Genau, bewaffne dich mit einem Stein. Achso, hä? Okay. Manchmal ist es sinnvoll, gar nichts zu tun. War das jetzt gut oder schlecht? Ich glaube, das war schlecht. Die Frage ist, muss man das geschehen lassen, was das Anzeichen tut? Oder muss man es vermeiden? Hey, du da. Der hat sich dazwischen versteckt. Hey, da ist die Hütte. Das ist die fucking Blechhütte, oder? Äh, hä. Das sieht aber nicht gemütlich aus hier. Oder ist das nur so ne Art... Ja. Oh, da ist was. Ne Maske. Hinweis entdeckt. Alte Maske. Zeigen. Schau die Maske an. Erschrecken. Rache ist süß. Nein. Wir sind ein Gentleman. Wir nehmen es gelassen. Schau mal. Schau mal die Maske. Oh, Bäh. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Roger? Oh, Mike. Hör auf. Okay. Dein Pech. Das ist cool. Genau. Schmeiß sie einfach dahin. Das wird den Killer besänftigen. Status Update. Äh, wie gesagt. Rache ist ja normalerweise nicht so mein Ding. Und wir haben den kleinen Erschrecker unserer Freundin einfach wie ein Mann. Und mit Huben. Oh, genau. Ich glaube, das ist immer das Beste. Hier, guck mal. Die Haken, die da hängen. Alter. Scheiße. Scheiße. Gibt es noch Kaffee oder so? Ich renne hier wieder wie so ein Idiot rum. Weil ich mit der Steuerung nicht klarkomme. Okay. Komm, gehen wir weiter. It's not the cabin you're looking for. Okay. Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass quasi so eine Warnung... ...wahr geworden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich rätsel noch. Hm. Vor wen oder was ist der weggerannt? Geflüstert doch was, oder? Ist der hierher gekommen? Können wir da gucken? Komm mal da rein. Oder war da? Ist überall Zaun, ne? Gott, schon wieder diese... Ich würde ja jetzt umkehren. Alright. Hirsch beruhigen, Hirsch stülten. Wir beruhigen ihn. Hey Mann. Hey Kumpel. Oh mein Gott, das arme Tier. Ist okay. Wurde er jetzt von dem... Ist es okay? ...ast getroffen? Oder soll man das nur denken? Mike hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay Kumpel. Es ist bald vorbei. Oh mein Gott, was soll er denn waren? Keine Ahnung. Ich bin drückend. Ich bin drückend. Ich bin drückend. Nein. Shit. Nein. Oh Gott. Ich bin Quick-Time-Events, ey. Scheiße. Komm hier, Rewe. Ist ein Bär. Bestimmt ein Bär. Bestimmt ein Bär. Weg folgen. Bleib auf dem Weg. Wir sind fast da. Das konnte man gar nicht so schnell laufen. Was? Na los. Hilf ihr. Komm schon, wir müssen weiter. Ja, ja. Das ist falsch. Hol die Trüffel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100 Prozent. 100 Prozent. 110. Sucker. Mann, wie krass. Ich fühl mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich hab ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche's. Bist du da dann sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich hab gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Kein Bär. Ja, du hast recht. Hatten wir da nicht so eine Vision? Geh von der Tür weg. Scheiße. Schmetterlingseffekt bei Türisierung. Und du bist gerade ins Wasser gefallen, du Idiot. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander... Soundfall. Mike? Soundfall. Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja. My Lady. Aber ich geh da nicht raus. Ach, die Arme. Okay, Status-Update. Studios-Update. Oh, wir sind nicht so ehrlich. Wir sind nicht so tapfer. Beziehungsstatus, aber Jess ist ganz schön, ganz schön hoch. Ja, romantisch sind wir auch. Neugierig. Wir sind nicht so tapfer. Wir sind ein bisschen witzig. Wir sind nicht so ehrlich. Okay, eigentlich, das, was ich eigentlich gucken wollte, ist, war hier, was... Etwas für später. Ne, das war es eigentlich nicht. Seid ihr Held. Jessica bewundert Mikes Heldenmut. Aha. Mike schindet weiter Eindruck. Jessica bewundert Mikes Heldenmut. Ja, okay. Ah ja, okay. Das haben wir also aktualisiert. Ich wollte mir nochmal die Totems angucken. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Weil irgendeiner war hier bei der Hütte. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das war ein Führungstotem. Ne, das war das. Das war das. Führung, Führung, Führung. Ähm. Da ist was explodiert. Feuer. Ein Verluststotem. Ein Gefahrentotem. Das sah auch so aus, als ob das in der Hütte war, ne? War das Jess? Okay. Oh Gott, ich habe gar keine Lust weiter zu spielen. Gucken wir mal beim Feuer. Also ich habe schon Lust, aber ich will eigentlich nicht, dass irgendeiner stirbt. Äh, so. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ach komm. Das geht so. Auf jeden Fall. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Anmachung. Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Ein Streichholz. Streich, Streich, Streichholz. Sie hat ihr Handy verloren. Wo ist es? Was? Was ist los? Weg. Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße, nein. Ich habe es wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen den Bären. Oder was immer das war. Okay. Können wir doch morgen machen. Juhu. War da auch ein Schmetterling drauf oder so? Ich gucke erst mal, was es hier sonst noch so gibt. Ob wir hier noch schöne Sachen finden. Ah, Strom vielleicht. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Ich glaube, wir sinken ein wenig in der Gunst unserer Frau. Was haben wir denn da? Ein Bild? Oh, das ist Hannah, oder? Hinweis entdeckt. Tennisfoto. Da hat sie schon ihren Schmetterling. Falls du nicht auf Umknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du ein Feuer machen. Pronto. Hannah holt Bronze beim Alberta Junior Invasional 2013. Okay, mehr bei Hannah rausgefunden. Komm, ich gucke mich erst mal hier um. Ich suche Streichhölzer. Offiziell. Guck mal, ein Bett ist hier. Apropos Roman. Das Kamasutra. Bearbeitet von Tom Heaton. Wenn einer der Liebenden ein oder beide Schenkel des anderen zwischen seine oder ihre eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird die Schenkelumarmung, so wird das die Schenkelumarmung genannt. Vielfältiger Einsatz des Vergnügens in seinem höchsten spirituellen und physischen Form. Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss, muss die Frau oder Geliebste... Ja, komm, ich mach dir Feuer an. Das ist wieder Beschäftigung später damit. Ich geh trotzdem noch ins Badezimmer. Erstmal scheißen. Mann, verdammt! Weg, weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Gibt es da jetzt wenigstens irgendwas Tolles? Wenigstens war sie nicht dabei und hat es gesehen. Okay, Schlafzimmer, check. Das haben wir schon gesehen. Jetzt gucken wir uns vielleicht später nochmal an. Je nachdem, was wir da so haben. Gibt es hier auch noch was in der Ecke? Die Bibel im Nachttisch oder so. Das ist doch eine größere... Größer als ich dachte. War da nicht noch irgendwie eine... Okay, hier ist die Küche. Da war ja auch nix. Nimm das Messer, was da liegt. Komm, machen wir das Scheißfeuer an. Ein einziger. Ohne... Ohne Papier und alles. Brennt sofort. Zieh die Nassensachen aus. Querträglicher, wolltest du sagen. Beruhigen, verführen. Wir beruhigen sie. Alles gut, Mädel. Ein Gentleman wartet. Das war aber nicht beruhigen. Und schon wird es wieder rumkommandiert. Da guckt keiner. Status-Update. Ich wollte eigentlich die Fenster lehnen. Erschrecken, Hände hoch, zeigen. Zeig die Waffe. Wir zeigen sie ihr. Nicht erschrecken. Nichts. Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Was? Jetzt mach die Läden zu. Status-Update. Achso. Mensch, wir dürfen hier alles... Alles selber machen. Bis das mal funktioniert hier, ey. Ich hab da einen Kamasutra-Wut gefunden. Ich glaub, ich bin ein bisschen durch den Wind. Und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und... Was? Was durchzuziehen? Also, ich geb mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das. Aber eigentlich... Ich will ehrlich sein. Ich bin... Eigentlich ziemlich unsicher. Sein Blick. Beruhigend. Abschätzen. Klingt kompliziert. Du bist super heiß. Hm. Klingt kompliziert. Wir bleiben ruhig. Tschüss. Das kann ich dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh. Du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber... Du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake. Aber... Es ist echt. Ja. Ich schätze schon. Ja. Und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja. Auf jeden Fall. Komm her. Eigentlich wollte ich der verständnisvolle Typ sein. Vielleicht hab ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Oh Gott. Die Flachwetze und Anspielungen. Es ist... Schmetterlings-Effekt aktualisieren. Warum sieht er die so leuchtend? Ich hasse es. Lass doch einfach ab. Wrap the gun. Können wir das Gewehr nehmen? Warum können wir nicht das Gewehr nehmen? Ist das Musik? Er hat das Handy durch das Fenster geworfen. Wetten? Wetten? Ich fucking wusste es. Ich hab dein Handy gefunden. Dein Telefon. Was? Der merkt nichts. Kommt mal durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße. Verdammt Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. 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 Ich meine euch. Ich weiß, dass ihr da seid. Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja. Wartet mal. Euer Pech. Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken. Genau. Wir haben jetzt... Demonetarisiert. Und der wird echt heiß. Also genießt es, denn wir... Warum wird der so groß? Wir werden das jetzt sicher tun. Mach die Tür zu. Du eine Scheiße. Oh. Oh. Guck mal. Ich hab ne Lampe gefunden. Hehehe. Hehehe. Komm zu mir. Ich schwenke dir. Der heiße Kerl im Unterhemd. Schießer Feintrip. Oh. Ja. Ja. Okay. Da waren es nur noch. X minus 1. Haben wir uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Ashley. Sollten es rausfinden. Bibliothek. 23.14. Wir sollten es rausfinden. Ich weiß nicht, was ich da hätte großartig anders machen können, oder was ich das hätte vermeiden können. Achso. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir ihn aber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Ich trau ihm übrigens nicht. Ich glaube, er ist auch irgendwie komisch. Können wir da irgendwo lang? Hallo, ich bin hier hinten. Bibliothek. Oh, überall diese Masken, ey. Scheißmasken. Ich gucke mich mal eben hier ein bisschen um, ne? Da ist was. Ein Gitter? Hinweis entdeckt. Licht von unten. Also irgendwas... ist unter dem Haus. Im Keller. Gut, da kommen wir schon mal nicht durch. Da hinten in der Ecke lag ja auch nichts mehr, oder? Zumindest blinkt da nichts. Da liegt ja was auf dem Boden. Ich... Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Ein Knopf! Ist das ein Knopf? Woher sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Für ein Geheimnis. Da hat sich ein Knopf da, schätze ich. Ja, ich drücke drauf, aber ich will erstmal gucken, ob ich hier noch was finde. Das Spiel möchte ja, dass wir jetzt auf den Knopf drücken. Und uns nicht erst hier umsehen. Möglicherweise. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Hm. Ich würde gerne da in die Ecke. Genau. Ja. Aber da leuchtet auch nichts. Gut. Scheinbar gibt es doch nur den Knopf. Drücken wir den Scheißknopf. Wow. Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falsch ja. Hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington. Sogar mit Geheim. Bei deinen Zellen, Junge. Vielleicht wussten sie nicht davon. Das Haus ist super alt. Super alt. Sollen wir reingehen? Ja, geh mal. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Du gehst. Vielen Dank. Okay, jetzt sind wir Chris. Wir übernehmen die Kerze. Aha. Eine Überwachungskamera. Hinweis entdeckt. Porträtfoto. Hinweis entdeckt Roboiv. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Ehrlich, schau dir das an. Beschützend, hier ist nichts. Komm. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Ich gehe nochmal da reingucken. Ist das einfach nur dieser Geheimraum? Gibt es da nicht mehr? Nicht in die Ecke? Ein geheimer Raum? Hinter dem Bücherregal? Mehr nicht? Wie beschadet ist das denn? Ist das ein Indianer da? Ein Jesus? Einladend. Jetzt sind wir quasi hinter dem Geheimraum, ne? Der müsste hier so dazwischen sein. Da hinten leuchtet was. Eine Weiche. Ach so, es war wirklich jemand hinter Hannah und Bethair? Ja, das ist ein Indianer. Dann wäre das wirklich beschissen. Ein Brief. Was haben wir denn da? 8. November 2013. Dr. CJ Swatham. Abteilung für Ethnizität. Amsterdam Road, Vancouver. Sehr geehrter Dr. Swatham. Vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben. Zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit dem Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihren Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag, 21.17 Uhr. Hingen beim Generatorschuppen rum. Ich werde jetzt Buch, ab jetzt Buch führen. Auf der Rückseite. Hinweis entdeckt. Der stammt anscheinend von Joshs Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht. Sehr, sehr weit. Aha. Sie haben es also mit Indianern, deswegen auch die Bilder. Also sie versuchen halt, auf dem Land der Indianer. Das ist immer, immer schlecht. Schlecht. Da liegen bestimmt Flüche drauf und so. Könnte schlecht sein. So, ich sag nur Friedhof der Kuscheltiere und so. Okay, wo zum Teufel sind wir hier? Da geht's wieder raus? Diese Hütte ist so groß. Ja, da geht's raus. Aber ich will mich erstmal noch hier oben sehen. War hier auch noch eine Tür oder war es einfach die... Ja, hier ist auch noch eine. Kommen wir nicht durch. Oder noch nicht. Also, ähm... Ich hab über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Äh, da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Western-Filmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war... von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie... wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen, das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzähle... Warte, warte, warte. Welcher Kerl? Der, der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psycho-Brief. Chris, denn das deiner Art ist, mich aufzumuntern. Bist du gefeuert? Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Hier kommt! Halt los! Ashley! Ashley, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ashley! Alles klar? Ich... werde... Rrrr! Hörst! Hörst! Oh! Oh! Ohohohoho! Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja gut, es ist ein Horrorgame. Ich hab's schon irgendwie erwartet. Tja, dann werden wohl noch ein paar mehr sterben, diese Folge. Oh, er mag Spiele, der Clown. Das hatten wir ja schon mal. Das kommt mir sehr bekannt vor. Es wird immer komischer hier. Da hängen Fleischerhaken jetzt auch bei ihm. I don't know. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Hm. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Ich mag Sam am liebsten. Oh, auf jeden Fall. Sam ist super. Ich mag Matt. Natürlich am liebsten. Das sind wahrscheinlich alle die, die jetzt tot sind. Also dann tot werden. Ich mag Ashley lieber. Der ist irgendwie komisch, der Typ. So. Mag ich Mike oder mag ich Jessica? Jessica ist eigentlich ein bisschen zickig gewesen. Sie ist halt ein bisschen dümmlich. Aber Mike ist so ein Angeber. Es ist schwierig. Aber Mike ist irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise dann doch so eine bemitleidenswerte Art und Weise sympathisch. Ich habe gegen keinen was. Aber ich glaube, ich bin dann eher Team Mike so ein bisschen. Josh oder Emily? Ja, dann gehen wir auf Josh. Emily mag keiner. Emily ist eine Zicke. Die soll als erstes sterben. So, Chris oder Jessica? Dann doch lieber Jessica. Ich mag Emily nicht. Ein bisschen biestig für dich. Nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach mir? Ah, ich sehe gerade. Die Zeit ist auch... Ach, verdammt. Wir sehen uns bald wieder. Und wir sehen uns auch bald wieder. Denn ich denke, wir beenden diesen Part hier. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ich bin gespannt, wie viele noch sterben werden. Ich hoffe nicht allzu viele. Aber vielleicht ist sie ja gar nicht tot. Das alles dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ciao. Was bisher geschah bei Untill Dawn. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hat eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Ich... S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das... Das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Oh! Oh mein Gott! Hush! Hey! Oh! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Was? Ah! 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 Marc, Hütte 23.59 Uhr. Jess! Jess! Abkürzung riskieren oder Weg folgen? Und wir riskieren die Abkürzung. Hat ja gut geklappt. Hey, Quick-Same-Events! Jessica! Jessica! Kerr! Jess! Fuck, fuck, fuck! Was da, was da? Okay? Jess! Melvin! Runterspringen, herumgehen. Wir sind sicher. Es beginnt so plötzlich. Ich sag mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Hansel Down. Sie lebt noch. Und wir versuchen sie zu retten. Wir springen nicht einfach blindlings runter, aber vielleicht hat die Zeit auch nicht mehr gereicht. Okay. Weiter, weiter. Bitte keine Quicktime-Events mehr. Scheiße. Mann, ich hasse es. Okay, das hat geklappt. Hier. Balancieren oder springen? Wir springen. Oh nein, wir sind rutschig. Oh nein, 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 nein. Oh. Warum immer Kreis? Okay. Okay. Dreieck ist gut. Dreieck weiß ich. Runterrutschen oder Weg folgen. Wir rutschen. Okay. Wir stehen. War das nicht die Mühle? Ja, wir haben sogar noch unsere Laterne. Laterne, Laterne. Ja, komm, nimm sie mit. Aber sie lebt noch. Aber sie lebt noch. Jessica! Da ist sie. Okay. Status-Update. Schnell umgucken. Und damit nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin sorry und willkommen zurück zu Antildorn. Fängt ja hier aufregend an. Ich komme. Wo lang? Hier lang? Runter? Hoch? Wahrscheinlich müssen wir beide dran glauben. Unsafe. Keep out. Ich will gucken. Da. Da liegt was. Da. Wir brauchen jeden Hinweis, den wir kriegen können. Skate. Ein Hund. Führungstotem. Sollen wir uns an den Hund widmen? An den Richtung Hund? Es ist scheiße. Wir sind in den Minen. Hier sind überall explosive Fässer. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir uns ordentlich umgucken, ob das zu unserem Nachteil ist. Weißt du? The fuck? Nein! Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! Jessica! Was zur Hölle? Scheiße! Okay. Haben wir getroffen? Malke, den Bienen. Jolo 12. Oh. 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 Sicher oder schnell? Wir nehmen den sicheren Weg. Ich hasse es. Ich hasse es. Nein! Auf ein neues. Wir nehmen weiter in den sicheren Weg. Ich muss hier mitgucken. Scheiße! Oh. Ich hasse es. Ich hasse Quicktime einfach so. Was kam jetzt nochmal? Klettern. Klettern. Klettern, klettern, klettern! Angeln. springen. Okay. 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 Scheiße. Ey, wir sollen... Das... Ich... Oh Gott. Nochmal alles von vorne. Ein Fehler und man ist... Ist dran. Das ist das Problem. Ich will klettern diesmal. Scheiße. Ah, immerhin. Immerhin müssen wir nicht alles normal machen. Oh Gott. Ein Spiel? Ich hab... Ganz das erhält. Shit. Ist das das? Toll. Ein Schuss. Komm schon, du blöde Schrott. Quicktime Events. Oh fuck. Nein, nein, nein. Shit. Shit. Ich glaube, alle werden sterben unter meinen Fittichen. Einfach alle. Wait. Er hatte die ganze Zeit ein Feuerzeug? Und hat nach Streichhützern gesucht in der Hütte? Da gab es schon so ein paar Logikfehler. Irgendwie total dumm. Nicht so schnell, Cowboy. Ja, genau. Was für ein Idiot. Okay. Er hatte die ganze Zeit ein Feuerzeug in der Tasche. Und hat nach Streichhützern gesucht in der Hütte. Halten wir mal fest, ja? Fuck, das war's. Was war da? Komm schon, komm schon. Was war da? Ah gut. Immerhin. Hoffen wir, da ist ein bisschen was drin. Wir müssen noch runter. Oh Gott, meine Nerven. Der Schneesturm wird immer schlimmer. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Ah, er hat ihn verfolgt. Und er geht zu dieser Hütte. Es sind also mehrere. Weil hier hat ihn ja auch irgend so einen Typ. Und das ist so eine andere Zeitstränge. Obwohl, nee, da steht ja immer die Zeit. Ich glaube, er will ein Spiel mit ins Spiel. Was sind wir denn hier? Blut. Ein blutiges Teil von ihrer Tasche. Ich glaube, wir müssen hochgehen, oder? Weil diese Scheißmasken, ey. Ich würde gerne einen Totem finden. I'm just here for the Totems. Da liegt ja keiner. So fies sind die nicht, den hier in der Ecke zu verstecken. Gehen wir mal hierher. Prinzipiell müssen wir, glaube ich, hoch. Ja, erst mal einen Kaffee machen. Können wir da raus? Nein, doch. Wir hauen ab. Ach! Verdammt. Okay, links rum. Geht nicht. Da ist die scheiß Theke. Ist ein Außenrum. Hallo, Mr. Killer. Ich meine, sie sind doch tot, die beiden... ...Schwestern. Aber warum will er dann auch noch die anderen töten? Ach so, die wollen, dass die vom Grundstück verschwinden. Ist doch nichts, oder? Hä? Warum können wir hier hingehen, wenn hier nichts ist? Ist da wirklich nichts? Müssen wir da hinten zur Tür. Ach so. Ach so, ein Teufel! Boah, Gott. Raben. Haben wir irgendeinen Totem? Der uns diesen Hinweis gibt? Ach, shit, nein! Oh! Und er mag sie doch. Komm, wir da rein. Ash vs. Evil. Weiß ich mal, vielleicht können wir da oben hoch. Mal hier auf die Terrasse. Aber ich glaube, da ist zu, ne? Da können wir nicht durch, ne? Okay. Okay. Äh, shit. In welche Richtung müssen wir? Das ist hier die Frage. Können wir hier, oder können wir den Weg lang? Er hat doch oben irgendwie was gemacht. Warum müssen wir jetzt den Weg lang gehen? Oder sollten wir jetzt den Weg lang gehen? Nein, da, da rechts. Ja, irgendwo. Ja, nur ein Steig. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ist jemand da, Ashley? Ist jemand da, Ashley? Scheiße! Warte mal, gab es nicht irgendwas mit Raben? Irgendein Rabentotem? Na, das war am Anfang. Kreissäge. Miene? Und? Feuer? Keine Ahnung. Sie, die runterfällt. Das war eine Puppe, oder? Der Killer. In der Hütte. Und die Rehe. Ich weiß nicht, ob wir... Wir gehen mal in die Richtung. Wir gehen mal Richtung Raben. Oh, shit. Vogelscheuche. Was zum Henker? Wer tut sowas? Warum Vogelscheuchen? Warum Vogelscheuchen? Ein Totem. Todes-Totem. Okay. Wessen Schuhe war das? Neu. Irgendwas? Keine Ahnung. Scheiße. Warte mal. Können wir uns diesen Film eigentlich nochmal ansehen? Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Und wurden wahnsinnig Mörder. Die Stimme kenne ich irgendwoher. Aßen Menschenfleisch. Nun vielen Jagden. Fassbar weit entfernt. Acht vor einem Jahr. Visier. Aber... Tja. Hilft uns nicht wirklich weiter. Todes-Todem. Äh, Todes-Tandem. Und wie ein Schweinekopf. Hinweis entdeckt. Schweinekopf. Was hat das immer mit den Schweinen zu tun? I don't get it. Vogelscheuche. Schweineköpfe. Aber haben sie cool gemacht. Wenn du vorher sagst, ich hab Angst vor... Wie ist das eine Blutspur? Ich hab Angst vor Vogelscheuchen und dann bringen die halt sowas, ne? Aber dieser Psycho mit der Maske scheint ja ein Spiel mit uns vorzuhaben. In seinem Spiel kann man ja möglicherweise auch gewinnen. Wenn nur schwer, aber möglicherweise. Können wir da irgendwie hin? Will den Zaun springen? Nein. Da hinten ist ein Licht. Aber warum... Warum sollte Ash draußen sein? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, was das für eine Hütte ist. Oder sind wir in einer anderen Hütte aufgewacht? Hat er was? Nee. Das sieht so einladend aus, dass wir einfach mal weitergehen. Ich will mal gucken, was da hinten ist. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Schönes. Da sitzen auf jeden Fall wieder die Raben drauf. Ach so, hier ist auch wieder zu. Können wir da vielleicht rein? Ich guck mich erst ein bisschen hier hinten um. Können wir vielleicht durchs Fenster gucken? So will ich das ja machen. Gucken, ob alles in Ordnung ist. Okay, komm. Geh mal schneller. Ich weiß nicht, was hier hinten ist. Da liegt noch was. Ein weiterer Totem. Geh. Verlusttotem. Der Kopf von wem? Was? Die, die ich mag? Die sich ganz am Anfang eine Wanne einlassen wollte. Okay. Sieht so aus, als könnte man hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen in die fucking Hütte. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Vielen Dank dafür. Die Raben da oben drauf heißen nichts Gutes. Ich hoffe, keine Vogelscheuchen. Buh. Sieht auch genauso aus wie der Eingang, wo dieser Psycho da der einen so entgegenboxt. Ne? Hier also der... Suche nach Ashley. Ey. Warte mal. Was meine ich denn? Was meine ich denn? Was meine ich denn? Wir haben ein Todes-Totem. Todes-Totem. Zwei Todes-Totem haben wir anscheinend verpasst. Das suche ich nicht. Das ist auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Gefahr. Den. Das sieht so nach Hütte aus. Oh Gott. Hallo. Okay, sie ist hier irgendwo. Hab ich da rechts geguckt? Chris! Ash, ich bin hier. Wo bist du? Huch! Ich weiß es nicht! Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir! Ich komme, Ash. Geht einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Ich bin gefesselt. Ashley, ich hole dich da raus. Kein Fett. Gott verdammt! Kein, ich bitte! Ich beeil mich. Oh Gott, Chris, du wirst nicht hier raus holen, bevor er zurückkommt! Der kommt schon nicht. Wo bist du? Oh Gott. Oh, sie sind bei... Oh! Chris, bist du da? Hallo und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Können wir beide retten? Nein, das kannst du nicht tun! Das Bischofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Josh retten, Ashley retten. Ich würde Ashley retten, einfach weil wir sie ja mögen, ne? Ashley, du musst nicht sterben, ich will da raus! Oh, danke! Können wir nicht beide retten? Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will nicht mehr nur ein, Chris! Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde! Ich? Ich? Was soll ich denn tun? Bro! Was ist, wenn wir gar nichts tun? Komm schon, ich will nicht so abtreten! Chris, bitte! Ich hab's euch hier! Eins, bitte! Wir tun gar nichts! Das ist ein Trick, wir tun gar nichts! Und guck mal, was passiert, wenn man gar nichts tut? Wahrscheinlich sind beide tot. Nein, Chris! Wir haben nichts getan! Nein, 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 nein! Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte! Nein! Nein! Oh, das kannst du nicht tun! Das hab ich dir gesagt! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich hab' den! Paul und ihr noch! Nein, 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 nein! Nicht hinsehen! Das geht nicht! Nicht hinsehen! Das geht nicht gut! Bitte! Ah, toll! Ich komme, ich hole dich da runter! Psst! Hör auf! Bitte! Komm, komm, los! Wir holen dich da runter! Komm, wir müssen hier raus! Tja! Psst! Wir müssen weg, okay? Der ist jetzt aber wirklich tot. Ah. Man kann wirklich alle retten? Chris! Ashley! Ashley! Ähm! Blut? Blut? Was ist denn Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh! Josh, was, Mann? Er stohlt! Was? Direkt vor uns an Augen, Mann! Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath! Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich versteh einfach nicht, was los ist! Hier ist ein Psychopath! Jesus! Er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash! Äh! Wovon sollte ich denn Blut tun? Sie hat ihn zersägt, wie war alles sein Blut durch die Gegend gesprichert! Wir haben uns nicht entschieden! Oh mein Gott, Chris! Äh! Ich! Ich hab ihn getötet! Hey! Ich, Chris! Ich hab ihn getötet! Es war meine Schuld, Matt! Nein, nein! Das ist verrückt! Wir müssen Hilfe holen! Einfach durchgesicht! Hey, wir werden die Sache klären! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Matt, wir müssen sofort Hilfe holen! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Anne, wir sollten die anderen suchen! Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist! Ich glaube in der Lodge! Gut! Du hast recht! Hol die anderen zusammen! Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur... Abwarten! Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Ah! Das ist... Hm! Status-Update! Oh! Puh! 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 Da sind wir wieder! Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Alles läuft gut. Nein, tut sie nicht. Was wollen sie? Wer sind sie? Was will er? Und dieses Spiel, das du spielst, dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist, nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächsten nie betreibst, so wie du spielst. Ich habe Angst. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Die sind nicht real. Ah, der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Er ist nicht sehr zufrieden mit uns. Hm. Was bisher geschah, war er unter Dorn. Aber so. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, du bist doch. Das ist Wahnsinn. Bitte. Wahnsinn. Oh, Jessica. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, shit. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ja, das Sanatorium. Furcht. Sechs Stunden bis zum Morgen. Okay. Okay, wir spielen wieder... Scheiße. Ihn halt. Aber wir sind dann zum Sanatorium. Nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Der Hund. Mehrere Hunde. Sanatoriumsgenäure. Mike. Ein weißer und ein schwarzer Wolf. Genau. Stell deine scheiß Kerze da oben hin. Damit er sich direkt sieht. Und alles im Schießerfeindrip unterhemmt. Okay. Was ich nochmal gucken will. Wie war das mit dem Hund? Man müsste hier so eine kleine Vorschau kriegen. Er streichelt ihn. Ein Führung. Okay. Der weiße Hund. Wir sollten uns an den weißen Hund halten, sofern wir die Möglichkeit haben. Oder weißer Wolf oder was das ist. Wolfshund. Whatever. Liegt hier irgendwo ein fucking Totem rum? Es ist so fies, wenn ihr den irgendwie in... Was steht da denn? Unsafe. Keep out. Okay. Dann bleiben wir da weg. Es ist so fies, wenn die halt die Sachen irgendwo in den tiefsten Ecken verstecken. Aber es sind ja scheinbar auch Hinweise und... Um alle irgendwie durchzukriegen, ne? Das, was wir nicht geschafft haben. Freddy musste zuerst sterben. Dass hier so viele Sachen auf dieser... ...in diesem Gebiet sind. Okay. Wir gehen mal einmal rum. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes hier. Da hinten. Sag ich doch, wir finden noch was. Ich hoffe, kein Tod ist Totem. Äh, Tod ist Totem. Es ist schwarz. Ein Glückstotem. Der erste Glückstotem, den wir kriegen. Okay, irgendein Ding in der Hütte. Vielleicht müssen wir den einsperren, das Ding. Was auch immer das ist. Müssen wir vielleicht bei der Hütte bleiben? Okay, ich bin gespannt. Ich mache wahrscheinlich alles falsch. Es wird auf jeden Fall interessant, mal andere Let's Plays zu gucken. Oder Videos, wie es halt so hätte sein können. Wenn das hier vorbei ist. Wenn wir das hier durch haben. Schon gelesen, viele haben geschrieben. Ihr kennt es schon oder habt es bei anderen schon gesehen. Oder selber gespielt halt. Ihr kennt es in- und auswendig. Und ich kenne wirklich nichts. Okay, ich weiß nicht, wo das Geheule herkam. Vielleicht können wir uns ja wirklich irgendwie... Guck mal hier. Da kommen wir rein. Okay. Aber gibt es noch einen anderen Weg? Wir gehen definitiv nicht durch den Haupteingang. Selbst wenn wir es könnten... ...werde ich es nicht tun. Also auf der anderen Seite war gar nichts. War da nichts? Da ist schon wie so ein Schild. Geht nach links. Aber unsere Freundin ist jetzt da runtergekracht. Anstatt dass wir versuchen, sie zu finden... ...und zu suchen, jagen wir jetzt diesem Phantom hinterher. Keller immer gut. Keller super. Verdammt. Hallo. Was hier alles so groß ist. Die Häuser und alles. Wo müssen wir das hinschieben? Warum machen wir das? Ach so, kommen wir da hoch. Da war aber noch was. Ich wollte jetzt gar nicht da hoch. Ich komme mal wieder runter. Ich bin nochmal runter. Na toll. Da hat definitiv noch was geblinkt. Wir waren ein bisschen zuvor... Was war da? Ach, da hinten ist was. Ah, so kommen wir hoch. Zack, Kopf ab. Schon besser. Das ist so eine Art Kirche. Das ist so eine Art Kirche. Was war da? Was war da? Das ist so eine Art Kirche. Oh, was? Ich will nochmal eben in die andere Richtung gehen. Da war auch noch eine Tür. Oder hat was geblinkt? Irgendwas hat da geblinkt, da hinten. Können wir vielleicht einfach raus? Ah ja. Pass mal auf. Da gehen wir jetzt einfach nochmal die Runde. Wenn wir das denn können. Ja, können wir scheinbar. Und können nämlich nochmal gucken, was da jetzt im Keller war. Verdammt. Er fragt sich auf, warum muss ich das zweimal machen? Ja. So, jetzt können wir nämlich nochmal gucken, was da hinten denn noch so für uns geblinkt hat. Da hinten liegt da vielleicht noch ein Totem. Naja. Ein Glück haben wir nochmal geguckt. Ein Verlust-Totem. Das sah ja nicht so gut aus. Das ging ins Gesicht. Ich guck nochmal. Rot, braun, gelb war das, ne? Achso, hier. Der ist neu. Braun. Irgendwas, was uns angegriffen hat. Ich weiß aber nicht, wer das war. Okay, gibt es sonst noch irgendwas Schönes hier unten? Wir haben schon länger keine Hinweise mehr gefunden zur Geschichte oder so. Vielleicht ja da hinten noch irgendwas. Okay, da kommen wir hoch. Okay, das war tatsächlich wirklich nur der Totem, den wir hier befunden haben. Ja, dann gehen wir zurück. Hängt da nicht vor dem Container rum? Mehr gibt es doch nicht. Okay, wir müssen irgendwie da rein, wo die Hunde sind. Da muss es aber noch was anderes geben. Ein anderer Zugang. Die Tür war ja zu. Vielleicht noch mehr Heimweg. Wir müssen uns gleich mal in dieser großen Halle noch ein bisschen umsehen. Ich finde es interessant, dass man wirklich zurückgehen kann. Der Weg zum Totem nicht versperrt wird. Er geht sehr elegant darüber. Er hat quasi einen Moonwalk drauf. So. Gehen wir nochmal hoch. Na komm schon, mein Freund. Das ist schwierig. Du hängst immer überall. Ich weiß, du hängst an allem. Jetzt stell dir mal vor, eigentlich wollte er einfach nur einen wegstecken. Die Nacht. Tja. So kann es gehen. Können wir da hoch? Ich glaube, wir können da hoch. Okay. Wir sollten vielleicht nochmal gucken, ob wir hier irgendwelche anderen Sachen finden. Da können wir vielleicht auch noch hin. Ist ja alles gut beschriftet hier. Administration. Also Verwaltung. Hier mein Schild. Sieh mal an. Das Blackwood Pines Senatorium. Eröffnet 1922. Mens sana in corpore sano. Kann leider kein Latein. Mens heißt bestimmt Menschen. Verwaltung. Was können wir denn hier finden? Irgendwas Schönes? Ein Safe. Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Ah ja. Hinweis entdeckt. Stechuhrkarten. 30 Stechuhren. Okay. Warum sind die hier drin? Stechuhrkarten von was? Gibt es hier? Ja gut, da gibt es Minen. Vielleicht von den Minenarbeitern oder so. Was ist denn ein Sanatorium? Eigentlich so eine Art Kirche, oder? Eine Kamera? Hinweis entdeckt. Eine kaputte Kamera. Wie hilft uns das weiter? So, was haben wir hier? Steht da auf dem Schild. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Morgou. Ah. Schön. Leichenhalle. Ich will nochmal eben zurück in die Haupthalle und gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Da die Treppe hoch. Wie er sich die Hand abgewischt hat. Nice. Ob wir irgendwie ein Stockwerk höher kommen. Oder ob die Treppe da auch eingestürzt ist. Das wäre dann ja hier rechts gewesen. Kapelle. Können wir hier was machen? Locked. Okay. Ich schätze mal, wir müssen den Strom einstellen, dass wir da vielleicht reinkommen können. Aber die Hundis bewachen das. Ich dachte, wir konnten hier noch irgendwie die Treppe hoch. Aber nee, es ist komplett eingestürzt. Hier gibt es ja auch nichts mehr. Na ja, die Treppe ist eingestürzt. Wir kommen nicht in den oberen Stock. Wir müssen also durch die Leichenhalle. Juhu. Ein paar Gleichen besuchen. Ich freue mich schon darauf. So, gab es hier rechts noch was? Ja, ist auch noch alles eingestürzt. Wie kann man denn hier leben? Mit schnellem Schritt in die Leichenhalle. Oder vielleicht gucken wir uns erstmal da um. Hier gibt es ja noch genug zum Umgucken. Hallo. Da gibt es auf jeden Fall noch einen Hinweis. Eine Eis-Zeitschrift. Hinweis entdeckt. The Alberta Post. Reporter auf dem Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines AB. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood-Senatoriums angegriffen und anschließend in den Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage über drei Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren. Die werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Senatorium behandelt. Das Senatorium ist eine Art Krankenhaus-Kirche. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood-Senatoriums erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptet er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Senatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Das heißt, er hat irgendwas gefunden und fotografiert möglicherweise. Was die anderen nicht wollten, dass er findet oder sieht. Können wir vielleicht jetzt mehr mit der Kamera machen? Können wir hier rein? Fuck, wir müssen in diese Leichenhalle. Da können wir nicht durch. Da geht's nicht weiter. Gut, Leichenhalle. Alles klar, ich hab verstanden. Viel besser wird's nicht, Schaui. Du kannst dich nicht dumm drücken. Okay, wir haben hier noch eine Tür. Können wir die irgendwo aufrechnen? Reingucken. Nein? Hier können wir noch reingucken. Eine Ratte unter uns. Okay, da gibt's noch mehr zu lesen. Sehr schön. 6.01.52, Nummer 42, medizinischer Bericht, Bergarbeiter, behandelnder Arzt Dr. N.H.F. Bowen. Medizinischer Bericht, Bericht betreffend Ausgangszustand der zwölf, äh, Ausgangszustand der zwölf Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines Aufnahme. Bei Aufnahme der zwölf Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machten die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie die Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwahnt ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung Aufgrund der labilen Verfassung einige der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeit wurden einer Bronchioskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Fowles Einer dieser Typen wollte mich beißen. Das werde ich Dr. Bowen melden. Zombies! Juhu! Ich freue mir. Dann doch lieber Vogelscheuchen. Aber wussten wir, dass es irgendwie um Zombies geht, ne? Wurde ja schon angekündigt. Also, was gibt es Besseres als jetzt in die Leichenhalle zu gehen? Hier in diesem komischen Gedings. Ich sage immer, warum nicht, ne? Schicken wir ihn in den Keller. Da hinten flackert was. Okay, es ist aber nur ein Glitch. Glaube ich. Scheiß Konsolenportierung. Hallo! Das klingt irgendwie so, als ob hier unten was frisst. Und es ist kein Hund. Oh, Scheiße. Nimm das Ding. Klasse. Ja, schön. Ash vs. Evil. Da ist was. Ich habe das Scheißhaus gefunden. Hinweis entdeckt. Fixierstuhl. Was war denn hier los? Können wir da reingucken? Ich bin nur wegen einem Totem hier. Den es hier leider nicht gibt. Okay, ich will mal eben gucken. Und zwar der Unbekannte. Der Unbekannte ist, glaube ich, dieser Psychotyp, ne? Und hier haben wir 1952. Da sind die ganzen Notizen. Dieser komische Stuhl. Okay, das gehört alles zu dieser 52er Linie. Bis jetzt kann ich mir nicht einen einzigen Reim auf das Ganze machen. Und ich denke mal, in einem ersten Durchlauf wird man wahrscheinlich auch nicht wirklich wissen, was hier so abgeht. Wo kam ich denn jetzt her? Ich kam von links, ne? Hier ist die Tür. Genau, mit dem Brett. Alles klar. Gehen wir mal nach rechts. Da ist schon nichts zu sagen. Wir können also nur noch hier. Immer wieder Zeit für ein paar saftige Quicktime-Events, würde ich sagen. Okay, das scheint die Krankenstation zu sein. Da ist Blut. Wards 1 bis 3. Station 1 bis 3. Können wir irgendwie rein? Können wir das Blut angucken? Tatsächlich. Komm da hin. Das sind auch die Kackschüssel. Wie ist der Fachbegriff dafür? Haben wir Krankenschwestern unter euch? die Schüssel, die du quasi einem, ja, unter den Popo schiebst, zum, wenn die Natur ruft, ne? Oh, da ist eine Nachricht. Wie ist der Fachbegriff dafür? Wie viele Tage werden sie uns hier festhalten? Wer würde denn... also die Minenarbeiter wurden hier festgehalten? Für eine sehr lange Zeit scheinbar. Und da haben wir wieder so eine Kackschale, ne? Okay, links oder rechts? Huh! Wir gehen links. Wir folgen dem Hund. Hey, Scully! Alles klar, mein Freund. Totem? Nein? Doch. Gut. Hallo? Aha, da liegt was. Vielleicht können wir doch mal kurz da rein. Ich glaube, es ist nur ein Raum, wenn ich das richtig sehe. Ja, ein Raum. Das heißt, wir konnten... Das war jetzt nicht, dass uns die Wege... dass die Wege getrennt werden oder sowas. So, was haben wir hier Schönes? Take it. Okay, sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis festgehalten werden. Hinweis entdeckt. Werkarbeiter-Telegramm. Ich würde hier keine Presse wollen in diesem Paradies. Western Provinz Telecommunication. Dr. Richard Castle, Blackboard-Sanatorium an. Mr. J. Bragg. Statusbericht. Gleich. Drei Überlebende in Sanatorium eingewiesen. Zeichnen mentaler Traumata. Eventuell Festsetzung... nötig. Lokale Presse hat Blut geleckt. Wird zum Problem. Erbitter Anweisung. Okay, an wen hat er denn da das... Wieso musste er was melden? Und wieso erwartet er Anweisungen? Von wem? Was ist hier damals passiert? Also irgendein Geheimnis birgt dieser Ort. Vielleicht hat es etwas mit den Indianern zu tun. Vielleicht hatten sie irgendwie einen Deal und der Deal wurde verletzt. Da klopft wieder was. Wie im Keller, du. Rata, rata. Rata, matata. Ah, wir sind auf der anderen Seite vom Stuhl. Verstehe. Mehr gibt's hier nicht. What is this shit? Ich gucke gleich. Ich will mich erst umsehen. Oh, das ist die Kreissäge. Das ist die Kreissäge. Aus dem... Aus dem... Das ist die Kreissäge aus dem... Aus der Warnung. Wir fassen das nicht an. Wir gehen weiter. Da hinten ist was. Hier links. Da und da. Himmel ist entdeckt. Seltsamer Schädel. Ich werde diese Leichenhallendinger werde ich nicht öffnen. Kapelle. Wir werden... Aber wo kriegen wir die her? Grüß Gott. Ist hier die Schlüsselkarte? Ah, er stampft noch frisch, du. Lecker, lecker, lecker. Ein Hinweis. Aha. Nikolaus Bowen. 24. Februar 52. Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Okay. Sind sie alle hier gestorben? Möglicherweise. Das erinnert mich an Resident Evil 2. Remake. Schön, dass hier überall Hinweise drin liegen. Nice. Okay, Hinweis entdeckt. Totenschein. Name der verstorbenen Person Sarah Smith. 24. Februar 52. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. bis zum 24. März bis zum 24. Februar gekümmert, also von 51 bis 42 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 52 lebend gesehen habe. Todesursache, schwere Fleischwunde am Unterleib, intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch extreme Ursachen herbeigeführt wurde, in Klammern Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusatzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevanten Informationen ausfüllen. Dr. N. Bone, Adresse Blackfoot Sanatorium. Zusatzliche Anmerkung, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer vergessen. Hier haben wir unsere Zombies, also noch deutscher kann es nicht sein. So, hier passiert jetzt irgendwas, weil es die ganze schon bewegt. Ich glaube nicht, dass da was Böses drin ist, sondern nur eine Ratte oder sowas. Also, gleich Jumpscare, Ratte. Hallo. Oh, es ist... Die Leiche ist noch warm. Scheiße, ist das krank. Hallo. Ah ja. Zack. Die brauchst du ja nicht mehr, nicht wahr? Okay, sehen wir mal. Können wir das Ding bitte wieder... ...reinschieben? Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ja, den hatten wir schon. Und mehr können wir hier nicht machen. Okay, die Frage ist, gehen wir jetzt den ganzen Weg zurück? Oder gehen wir hier in die Kapelle rein? Und dann macht es keinen Unterschied. Bäm. Bäm. Nehmen wir sie mal mit. Dieses Klackern ist mir irgendwie nichts. Okay, hier gibt es nichts. Gott, das wird eine extra lange Folge, Leute. Dieses Kapitel würde ich auf jeden Fall zu Ende machen. Aber ich würde es sorgfältig machen. Hier kommen wir zumindest wieder hoch. Das ist gut. Ach, das Klackern war von dieser scheiß Einrichtung. Mit der Kettensäge oder was da drin war. Aber wir streicheln doch den Hunden nicht. Oder nicht? Das ist der Weiße. Okay. Die Schmetterlings-Effekt aktualisiert. Wir sind irgendwo oben. Okay. Hat eine Kerze an einem Stuhl da stehen? Den Rest kann ich nicht erkennen. Da kommen wir nicht zurück. Kapelle. Ach, da kommen wir vielleicht runter. Ach, wir sind jetzt oben. Bei der eingestürzten Treppe. Das heißt, wir müssen runter springen. Wir haben ja die Karte. Und kommen dann vorne rein. Ja, ja, ich verstehe. Round and round and round it goes. Die Kapelle ist jetzt scheinbar offen. Ach, nee, doch nicht. Aber wir haben jetzt die Karte. Hinein. Nehmen wir sie mit? Warum nicht? Nein, alles gut. Alles gut. Er ist lieb. Er tut dir nichts. Der Weiße ist lieb. Status Update. Okay. Okay. Gut. Ich glaube, soweit haben wir alles richtig gemacht. Können wir dich petten? Ja, mein... Ja, ein ganz feiner. Annähern. Alles gut. Wir können dich streicheln. Schmetterlichs-Effekt aktualisiert. Ja. Alles gut. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommen wir dann zur Tür? Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja. Mir gefällt's auch. Okay, also wir... Kommen wir zur Tür da hinten? Ja, wir streicheln die. Ja. Du bist ja ein guter. Ja, so ein guter. Komm, vielleicht finde ich noch ein Leckerli für dich. Vielleicht wäre das Ganze anders ausgegangen, wenn wir wirklich dann diese scheiß Falle gegriffen hätten. Okay, das ist irgendwie ein Bastler. So, was haben wir denn hier? Ne Jacke, aha. Ist der oben irgendwo? Der ist ne Waffe. Verdammte Scheiße. Komm schon! Nein, das wird nicht klacken. Ah ja. Okay, wir haben einen Beil, wir haben eine Waffe. Können wir sonst noch was da machen? Da können wir was ansehen. Aha, er hat sich einen Plan gemacht. Wie ist dein Plan, Jena? Hinweis entdeckt. Ausschnitte. Was? Okay, das dreht sich hauptsächlich um diese Leute, die in der Mine sind. Local men found dead. Lügner. Fußspuren gefunden. American. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Okay. Also, er glaubt nicht, dass dieser Unfall jemals stattgefunden hat. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das vielleicht ein Böser ist oder ob er uns helfen kann. Wir sollten vielleicht überlegen, ob wir ihn wirklich erschießen oder nicht. Falls es denn zu der Situation kommt. Ich meine, er hat Hunde. So schlimm kann er nicht sein, oder? Was haben wir hier schon? Ah, das geheime Zigarrenversteck. Ah ja. Zigarrenkiste. Das heißt, das ist definitiv der Typ, der in den Minen rumgerannt ist. Weil da war auch schon eine Zigarre. Da ist eine Kiste. Hier wird es ja hoffentlich keine Fallen geben. Knochen. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Zumindest eine. Ich schätze, wir müssen auch in die Richtung, oder? Durch die Tür. Mehr gab es hier, glaube ich, nicht. Na, mein guter. Mit so einem Leckerli. Mit kleinen Menschenknochen. Können wir jetzt hier raus? Oder da hin? Ach nee, da sind wir reingekommen. Ich frage mich gerade, wo wir überhaupt hin müssen. Also, wir haben, wir sind da her. Er ist ja hinten rechts irgendwie da. Genau, er ist da zur Tür. Da waren wir noch nicht. Da zur Tür müssen wir raus. Vielleicht rennt er dann nicht hinterher, der Hund. Weil wir ihn besänftigt haben. Exit. 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 Ja, so sieht es aus. Okay. Dafür brauchten wir die Waffe. Nur dafür. Warte mal, vielleicht muss ich noch einen Knochen holen für den anderen Hund. Kann ich nochmal zur Kiste? Weil er ist ja, der Weiße ist ja eigentlich Freund. Nee, wir haben den Knochen verschenkt. Vielleicht haben wir ja Glück und der Weiße kann dem Schwarzen sagen, hier, pass auf. Der ist voll okay, der Bruder. Lass den mal. Okay, können wir links? Können wir rechts? Können wir hier? Können wir da? Können wir da? Holy moly. Fatoli. Was ist denn hier? Da geht es runter. Da geht es runter. Nachhinein. Ein Totem. Ich wusste es. Oh, das ist ein totes Totem. Glaube ich. Der oberste. Schwarz. Totes Totem. Totem. Okay, das waren wir mit unserem Feuerzeug. möglicherweise sterben da noch andere. Wir hatten doch schon mal so eine Explosion. Ein Code. Die Bergarbeiter. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller zwölf eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 1952. Das ist ein Code. 1952. Ja, 1952 steht da drauf, ne? Ich bin einfach nur 1952 drauf. Okay. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal als Code oder so. So, mehr liegt hier nicht. Ich sehe zumindest nichts. Wir haben eine Pistole. Wir haben eine Machete. Wir sind Freund mit dem Hund. Mit Geist. Ich nenne einfach Geist. Ich weiß auch nicht, warum ich einen weißen Wolf Geist nenne. Oder Ghost, wie er im Original heißt. Das ist mir viel besser gefühlt. Steht da Welcome? Aha. Okay, alles klar. Verdammt. Irgendwas hier in die Richtung. Ich frage mich gerade, was das hier unten ist. Ist das ein Keller? Ein anderer? Wo kommen wir hier hin? Ist das Ding vielleicht mit der Mine verbunden? Bis auf unsere Kletteraktion am Anfang lief es doch bisher eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Umso schlimmer wird es jetzt bestimmt. Da läuft der Bus. Wir haben doch gerade das Schloss aufgeschossen. Aha. Oh oh. Ah. Nicht gut. Lauf, 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 lauf. Aha. Hm. Okay. Matt. Obere Seilbahnstation. 1,5. Und damit würde ich sagen, machen wir eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Part. Ich mache mal eben Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, es lief ganz gut. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben zumindest überlebt. Zumindest einer von uns. Und bewertet das Video. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Joey. Willkommen zurück zu Until Dawn. Und wir spielen jetzt Matt und wir sind an der oberen Seilbahnstation. Und haben wieder schöne Entscheidungen zu treffen und vielleicht ein paar Totems zu finden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Da bin ich nicht alleine und fehle bei QuickTem. Ja, wer weiß. Vielleicht hat er seinen Tod gefakt. Aus Rache. Vielleicht gibt er denen die Schuld an Hannas Tod. Generell am Tod seiner Schwestern. Und will sich jetzt rächen. Vielleicht ist er der Psychokiller. Wer weiß. Wer weiß. Okay, wir versuchen mal einen Totem zu finden. Ich meine, es wird ja gerne immer so ein Plottwist in solchen Dingern. Die Bösen sind auf einmal gut. Die Guten sind auf einmal böse und so. Du weißt schon. Hä? Was war da? Was war da? Was ist hier? Was ist hier? Ja, ich drehe mal eben kurz aus, ne? Ist hier vielleicht was? Marta-Pfahl. Ich gucke mal eben, ob hier irgendwo so ein verfickter Totem rumliegt. Aber der würde ja blinken, ne? Da liegt was. Da liegt was. Was haben wir denn hier? Rote Farbe? Farbe. Kein Blut. Okay. Warum Farbe? Farbe, Farbe, Farbe. Da ist er im Totem. Warum haben wir denn auch seinen Tod nicht im Totem gesehen? Aber wir haben zwei Todes-Totems nicht gefunden, ne? Au. Todes-Totem. Todem. Jetzt haben wir auf jeden Fall eins gefunden. Sehr, sehr schlecht. Ich guck mal, ich bin hier wieder... Okay, mehr müssen wir denn, glaube ich, nicht finden. Wir haben ja auch noch ein Totem gefunden, wo er irgendwie vor einer Hütte steht. Ich muss mal eben gucken. Oh, wir sind nicht tapfer. Wir sind total feige. Ich glaube, ein Wahntotem war das. Kann das sein? Ich glaube, das war ein Glückstotem, ja. Okay, er stand irgendwie vor so einer Art Gefängniszellentür oder so. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht... Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Was? Die Axt? Sollen wir sie wirklich nehmen? Jetzt hab ich sie schon genommen. Hinweis entdeckt. Axt. So, wir wollten, glaube ich, Hilfe holen, ne? Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Ich habe eine Axt. Du brechst die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Emily ihn durchhelfen, Tür aufbrechen. Wir helfen ihr durch. Ich sag jetzt mal, wo es lang geht. Ich pass nicht durch, aber du... Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Äh, wie bitte? Ist dein Talent? Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Sch, los, mach jetzt! Ich krieg die Axt nicht raus. Ach! Ich glaub, von ihrem Gemecker ist der Killer eher aufmerksam geworden. Hey, wir haben Licht. Es werde Licht. Verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was? Ah, die Fahrtfraube. Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da. Die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Aber das... Ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich... Ich weiß nicht. Die Klappe halten. Nach Hinweisen, so gut. Oh, das ist total demoliert. Status Update. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Wir gucken mal. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, wir können das Bild aufhängen. Erst mal ein bisschen Ordnung machen. Okay. Wir sind da. Da ist das Sanatorium. Ranger Pass. Okay. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Da ist ein Funkturm oder so. Hey, da. Feuerwachturm. Feuerwachturm. Hey, du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Ja. Du Schlaumeier. Gehen wir zur Seite. Ich dachte, ich könnte diesen Zettel da lesen. Gibt es sonst noch was Toys? Hier, warte mal. Das Licht ist da am Boden. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Hier am Boden. Hier gibt es so viel Schrott. Da muss doch was Brauchbares dabei sein. Da ist noch was. Stirb, stirb, stirb. Ich bin freundlich. Ach, so grottig. Die Uhr ist stehen geblieben. Viertel nach sechs. Da ist doch noch was. Naja. Wieso können wir da nur was gucken? Oh, mit Schlüssel? Wieso können wir das einfach nicht aktivieren? Schlüssel. Aha. Keine Schlüssel. Keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm? Auf der Karte vorhin. Oh, du Schlaumeier. Vielleicht gibt es dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Okay, wir brauchen das Funkgerät oder gehen wir zurück? Ja, das war ja eigentlich auch meine Idee, ne? Du hast recht. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. Status-Update. Komm, wir hauen Emily einfach die Axt in den Hinterkopf und haben unsere Ruhe. Können wir denn sonst noch irgendwas Tolles hier gucken? Moment. Was denn? Was ist da? Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Nicht so freundlich. Eine Leiter. Gut. Ich wollte nochmal eben gucken, ob es da hinten vielleicht auch noch irgendwie ein Todes-Totem-Tandem gibt. Ein Totem. Oh, da sind wir ja reingekommen, ne? Mach's gut. Du gehst den Weg, ich vermiss mich hier. Gut. Ich wollte nochmal hier in der Ecke gucken. Ich glaube, da hinten habe ich noch nicht geguckt. Hier so? Ah, blinkt auch nichts, ne? Soll ich wirklich mit dir mitgehen? Ich habe das Gefühl, wegen ihr gehe ich noch drauf. Aber was haben wir eigentlich für eine Wahl? Sie ist unsere Freundin. Emily hat immer recht, wisst du doch. Rein zufällig eine Taschenlampe. Aber wo? Alles klar? Ja, äh, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Ich habe ein Quick-Time-Event hingekriegt. Okay. Okay, vorsichtig. Bitte nicht mehr Quick-Time-Events. Okay. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Komm gleich runter. Na, komm schon. Okay. Okay. Heiliger Strohsack. Zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Heiliger Strohsack. Wer macht die Übersetzung? Wer sagt heutzutage noch Heiliger Strohsack? Okay, wait mal. Wait. Da liegt ein Totem. Äh, ein Totem. Das ist gelb, oder? Buh. Ein Führungstotem. Okay. Die Pistole. Wir sollen eine Leuchtpistole nehmen. Sehe ich das richtig? Das war schon echt. Haben wir alle Führungstotems gefunden? Aha. Zumindest der vorletzte. Mehr Führungen gibt es hier nicht. Ansonsten haben wir nur noch Gefahr und Glück. Und ein paar Todes. Warte mal. Ach, wir haben doch noch die Todes-Tote-Tode-Tode-Tode-Totems gefunden. Todes-Totem. Auf gar keinen Fall. Das Licht benutzen. Ist das nicht derselbe? Ach ne, das sind wir. Das sind wir. Wie heißt das denn nochmal? Ähm. Matt. Matt war das. der da runtergefallen ist. Okay. Wir müssen also aufpassen, wenn... Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht kann wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet ihr nämlich von uns. Ich will gucken, ob da noch was ist. Nein, das ist doch nicht. Was wollte ich sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Aber ich will immer so ungern die Gespräche unterbrechen. Das waren wir auf jeden Fall. Also jetzt hier Matt, der irgendwo runtergefallen ist. Aber möglicherweise Führung. Also die Leuchtpistole hilft uns. Das ist ja echt komisch, dass das hier alles so gebaut ist. Naja. Rechts, bist du sicher? Ich geh mal links gucken. Ciao. Ciao, Bella. Bella, ciao. Oh. Die Geräusche sind komisch. Was sind das für Geräusche? Warte mal, das Handy. Das ist die Handy. Hinweis entdeckt. Beths Handy. Wow, das ist Beths Handy. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Okay. Wir sind auf jeden Fall dann hierher gerannt. Ich kann aber nicht weiter da reingehen. Warum nicht? Das hört sich da an wie Kühe oder sowas. Das hört sich ja mir mal total gruselig an. Gut. Okay. Wir haben hier Handy. Können wir irgendwas in den Hinweisen noch sehen? Hinweise. Ihr Handy. Der Unbekannte. Nö. Und zu 52. Die Zwillinge. Beths Handy. Beth hatte ihr Handy immer dabei. Sie muss in der Nacht ihres Verschwindens hier vorbeigegangen sein. Okay. Ja. Ist das nicht sogar... Das muss ja nie irgendwo gewesen sein, wo sie runtergefallen ist. Da ist... Da ist... Da ist was. Noch ein To... 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 Totem. Schwarz. Totem. Glückstotem. Mit einem... Gewehr. Ich muss mal gucken. Haben wir uns irgendwie in eine Hütte gesichert? So, was war das hier nochmal? Okay. Das war die Leuchtpistole, die wir nehmen sollen. Wir sollen die nehmen. Okay. Wir gehen, glaube ich... Das ist, glaube ich, die Lodge. Weil das, glaube ich, wo wir uns reingerettet haben. Dieses Gemur macht mich ganz... Verrückt. Da ist... War da noch was? Da ist nichts. Ach, das ist doch das... Wo die runtergefallen sind. Danger. Flip. Ja, Matt. Wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürmen. Tja. Wenn du die Wahl hättest. Was soll ich jetzt hier? Sollen wir jetzt zurück? Oh, Matt, was ist das? Oh, keine Ahnung. Scheiße. Oh, shit. Oh, hallo. Ihr tut einem doch nichts, oder? Ihr seid doch lieb, oder? Oh, hallo. Das ist eine verdammt große Badewanne. Hat es einer zugeguckt? Achso, sie hört natürlich mit Kopfhörer. Oh, und jetzt steht er, ja. Scheiße. Er geht erst mal wieder. Oh, jetzt wird's schlimm. Wollt ihr spannen? Haben sie schon. Vielleicht sollst du demnächst besser abschließen, wenn du baden gehst. Sam, Washington Lodge. 1.11 Uhr. Wie lange haben wir in dieser scheiß Badewanne gelegen? Zwei Stunden? Ja gut, ich weiß, Frauen können sowas. Ich hab schon nach fünf Minuten genug. Gut. Finden wir einen Todestodem hier. Todestodem. Das ist nicht gut, dass wir in dem Outfit quasi dem Killer begegnen, glaube ich. Da ist was Schönes. Immerhin hat er uns eine Socke gelassen. Wir können uns immer noch mit einer Socke bekleiden. Happy Birthday. Er zeigt nach rechts. Also gehen wir nach links. Da ist immer noch zu. Irgendwas klackert da. Okay, hier liegt kein Todhemm rum. Wir haben wohl keine andere Wahl, als durch die Tür zu gehen. Aber er hat immerhin ein paar Kerzen aufgestellt. Er ist ein Romantiker. Sehr romantisch. So. Vielleicht mag er uns ja. Wenn es wirklich dieser Typ ist, dieser eine... Aber er ist ja eigentlich gestorben. Eigentlich sah es ja schon ziemlich echt aus, ne? Wer ist jetzt das Mädchen? Ja, im Himmel. Hallo. Wir sind immer noch nass. Okay. Hier ist keiner da. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha. Seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Sam. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch zu anderen Bereichen... Da können wir gar nichts machen. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben, oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Hm. Im Handtuch also. Männern gefällt das. Gut. Manchen Frauen vielleicht auch. Schnellen Schrittes gehen wir einmal hier rum. Weil wir hier unsere Kleidung vermuten. Nein, natürlich nicht. Gut. Wir sollen die Treppe runter. Machen wir das mal. Hm. Hier also runter. Und dann nach rechts. Oh Gott. Ich glaube, er will, dass wir in den Keller gehen. Fuck. Will Dudel da. Ich geh aber raus. Seid ihr in der Küche? Braut ihr was zusammen? Braut ihr was zusammen? Komm, gib mir noch einen Totem. Seid ihr hier drin? Hier war ich noch nicht. Ist cool mit der Kerze. Da ist zumindest etwas, was ich... Keine neuen Nachrichten. Na, hier war ich schon mal. Okay. Hier waren wir schon mal. Warum sollte denn dann hier ein neuer Dingsbums rumliegen? Totem. Ist schon ein verdammt cooles Haus. Ha, ha. Sehr witzig. Hallo. Weiter gehen. Nein. Aber immerhin das Kaminfeuer ist an. Ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwo hin können. Ich vermute mal, alle Türen sind zu. Oh, hier ist noch was. Laviande. Meat Processing. Jack Mahoney. Verkauf von Schlachterei bedarf. Einmal Kreissäge. Fünfmal Ersatzsägeblätter. 15. Januar Donnerstag. 12 bis 17 Uhr. Okay, Schlachterei. Hat er vielleicht... Warte mal. Wozu gehört dieser Hinweis? Der Unbekannte. Visitenkarten. Eine Schwellung für Sägen und Klingen bei einem Geschäft für Schlachterei. Teilbedarf. Nicht die Art von Lieferung, die man zu einer abgelegenen Berglodge erwarten würde. Kreissäge. FSX5. Also es hat jemand, der hier wohnt, bestellt. Und das ist doch die Kreissäge. Kreissäge. Mit der der... Der... Der Bruder ermordet wurde. Oder nicht? Das war ja so eine große Kreissäge. Also ist vielleicht der... Der Psycho vielleicht ein Verwandter. Da sind ja überall diese Schweinemasken. Und so eine Schlachterei, die liefert dann bestimmt auch so als Giveaway zu der Kreissäge so ein paar Schweineköpfe mit. Ist vielleicht ganz interessant, dass wir das gefunden haben. Okay. Ähm. Gut, da rechts muss ich nicht mehr lang. Ich glaube, wir können dann nur noch in den Keller gehen. Super. Ich freue mich schon. Ja, ich sehe schon. Ach du armes Mädchen. Sind jetzt eigentlich schon alle tot? Also... Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jetzt wirklich schon jemand gestorben ist. Außer der Typ, der mit der Kreissäge zersägt wurde. Ach, wie heißt er denn? Ich kann mir keine Namen merken. Ja, ihr müsst es nicht sagen. Ich werde es nie lernen. Jetzt spielen wir den ja dummerweise auch nicht mehr. Oh, warte mal. Guck mal, vielleicht können wir da aufmachen. Weil genau da hatten sie sich doch gerettet. In diesem Glückstotem. Totem. Oder nicht? Da hinten hat noch was geleuchtet, oder? Hat hier noch was geblinkt? Oder war es nur eine Reflexion? Nein. Okay. Wir gehen in den Keller. Ich freue mich. Ja. Ja. Er will uns im Keller haben. Das ist... Wir laufen direkt in die Falle. Aber ich habe auch keine Ahnung, was ich sonst tun könnte. Ich finde ja nichts anderes. Sie geht jetzt von alleine. Na gut, sie nimmt die Taschenlampe mit. Wo seid ihr bloß? Wow, das ist schräg. Gehört sie. Hey! Leute, kommt schon! Ich will nicht mehr! Jetzt hört gefällig damit auf und redet mit mir! Ah! Wie hat er das denn gemacht? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Ich bin hier los! Öffne dir auf. Oh mein Gott! Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was treibt ihr da draußen? Eine hübsche Badenäste. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Erkst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. Josh! 9! Nein! Ach! Nein, 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 nein! Sieben! Bitte! Nein! Sam! 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 Vase werfen. Gas! Was? 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 Freakland, man? Oh Gott, wir werden so sterben. Alles zu. Verstecken. Da ist doch der Weltbeutschläger irgendwo. Sam, versteckst du dich? Sam, warum das Buch vermeidbar ausschieben? Du hörst dich, wenn du glaubst, du könntest mir entkommen. Weißt du nicht, dass ich dich riechen kann, Sam? Ja, ich rieche deine Angst. Ab dich. Scheiße. Nein, ich wollte danach greifen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Der Psychokampf. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Auch nicht, Sam. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. Was ist das denn wert? Was? Was? Okay, wir sind also beim Psychiater. Fern, das kannst du nicht tun. Was habe ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Hier ist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus. Und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Ich erinnere mich so, dass ich das Schatz-Quicktime-Event falsch hatte. Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Die. Joshua. Oh, Leute, ey. Geldhung. Fünf Stunden bis zum Morgen. Was hast du vor? Was willst du tun? Beiß dich zusammen. Ruhig bleiben. Bleib ruhig. Die werden uns nichts tun, wenn wir ruhig sind. Was? Was ist das? Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Das sind verdammte Hirsche. Die tun einem nicht weh. Guck mal. Wenn man ganz ruhig ist, tun die einem nichts. Was soll ich sehen? Sind wir ganz langsam durch? Siehst du? Die haben Angst vor uns. Ganz ruhig. Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Okay. Ich glaube, wir dürfen keine gewaltigen Tiere annehmen. Das hat uns bisher immer Glück gebracht. Mit dem Hund, mit dem Vogel. Das war der Hinweis. Schmetterlingsaktualisierung. Auf der Klicke. Okay. Hat ja gut geklappt. Ich glaube, die wären ausgerastet, wenn wir die angegriffen hätten. Okay. Ich will mal eben gucken, ob da vielleicht irgendwie was steht. Not wäre. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Okay. War, glaube ich, die richtige Entscheidung. Das ist wieder ein Vögelchen. Dann haben wir es ja jetzt quasi geschafft. Also Richtung Leuchttürme. Hä? Ich hänge. Ich kann nicht weitergehen. Warum kann ich nicht weitergehen? Jetzt aber. Jetzt. Okay. Super Plan. Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hierbleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät nicht so bleiben. Ich sehe nichts blinken. Seht ihr was blinken? Ich sehe auch keinen alternativen Weg. Oh, es ist wirklich ein Flugturm. Ja, hallo. Hallihallo. Scheiße. Oh, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Natürlich. Gut. Da ist da. Hier. Da. Da. Bla, bla. Totem. Totem. Ach, wir spielen jetzt M. Führungstotem. Er hat die Waffe weggelegt. Okay. Er hat die Waffe weggelegt. Wir sollen also eine Waffe. Wir sollen immer friedlich sein, glaube ich. Kann das sein? Oh. Hey, es ist wirklich... Es ist wirklich ein Bewegungssensor. Du hattest recht. Super. Guck mal, hier rechts kann man noch leihen. Oder? Nein? Nein. Gut. Komm, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Folge M. Denn M hat immer recht. Jetzt müssen wir auch die spielen. Na gut, aber der Psychiater sagte ja, vielleicht ist es einfach nur Unsicherheit. Vielleicht ist sie deswegen so zickig. Ich gebe ihr eine Chance, sich zu bewähren. Sie ist zwar arschig, aber ich gebe ihr eine Chance. Vielleicht will ich doch nicht hier im Tod. Das Spiel versucht uns jede Menge Sachen zu lehren. Okay. Gibt es hier noch was Schönes? Zu entdecken. Ich glaube nicht. Gehen wir mal da hoch. Ich hoffe, die Leiter hält das aus. Mein Gewicht. Fette M. Nein. Dass sie rutschig ist, meine ich natürlich. Kommst du mit? Ja, genau. Lass die scheiß Axt da unten. Das ist eine weise Entscheidung. So, wir können es hier ein bisschen umsehen. Hier geht es nur noch mehr Ebenen hoch. Kein Tote. Das ist so gemütlich hier oben. Die Nacht hätte so schön werden können. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Warum ist es hier so windig? Hat sie es jetzt ernsthaft gefragt? Liegt da vorne was? Sehe ich das richtig? Ne, da ist doch nichts. Müssen wir hier hoch? Da hoch? Das wollte ich gar nicht. Nein, ich... Wollte ich hier aufmachen. Das wäre geklappt. Ja, hier ist doch gemütlich. Jetzt können wir wieder gucken, wie logisch alles ist, ob man durch diese kleine Klappe hier die sämtliche Mobilar hochkriegen konnte. Vielleicht, wenn es Ikea ist. Aber selbst dann wird es, glaube ich, schwierig. Okay. Klappe zu, Affe tot. Hier ist man zumindest ziemlich sicher, würde ich sagen. Hier sucht dann noch keiner. Ich würde hier bis zum Morgengrauen warten. Okay, was suchen wir jetzt? Wir wollen... ein Funkgerät... aktivieren. Ah, missing. Himmel ist es nicht. Nach heute Nacht ergibt der Verschwinden langsam mehr Sinn. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der She-Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale, Töne Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Seite. Sie ist 1,72 groß, wiegt 50 Kilo, hat braune Haare und braune Augen. Können Sie helfen? Tja, Hannah. Montana. Meine Liebe. Das sieht alles sehr alt aus hier. Moment mal. Ich will mal gucken, was es sonst noch so gibt. Was ist das? Tja, kein Strom. Kein Strom. Dann gibt's auch nichts fürs Funkgerät, wa? Bei dir auch nicht, mein Freund? Da auch nicht? Ach, komm schon. Tja. Aber warum ist unten so ein riesiger... Unten ist ein riesiger Strahler und hier ist kein Strom? Was ergibt denn das für einen Sinn? Hallo, Schalter. Aber hier. Okay, ich guck aber erst mal rum. Ob wir hier noch einen Totem finden. Da ist zumindest nicht von den Hinschübs. Ach, die Flair. Ah ja. Die sollen wir ihm geben. Gib Matt die Leuchtpistole. Wir machen das. Los. Schmetterlings-Aktiv. Status-Update. Ich hoffe, dass der Führungstotem hat uns jetzt richtig geführt. Ah ja. Let's go. Let's fast. Ich guck nochmal eben aufs Führungstotem. Auf den Führungstotem. War das der hier? Gell. Das war auch eine Führung. Führung. Sie sollte ihm die geben. Wenn er uns wirklich führt. Eine Vision zur Führung für eine zukünftige Entscheidung. Okay. Hoffen wir mal, dass es eine positive Entscheidung war. Ah ja. Super. Was haben wir hier schönes? Missing. Hinweis entdeckt. Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der She-Lodge in Bloodborne Pineser weitergesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, merkt mal, zur Identifikation. Beth schlug einen leuchtenden, pinkfarbenen, gefilterten Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze 1.72 ebenfalls 50 Kilo Augen und Haare braun. Können Sie helfen. Dann gucken wir mal, ob wir Hilfe rufen können. Okay. 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 Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück. Wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Parkranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Hilfe. Oh mein Gott. Wir sind hier am Blackwood Mountain und hier ist dein Psychopath. Können Sie mich hören? Wir holen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich, zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Warum? Oh mein Gott. Okay. Hey, hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Wir sind auf dem Berg. Wir werden sterben. Informieren. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Skilodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte. Hilfe, Sie müssen uns helfen. Ich wusste es. Das Licht ist angegangen. Deswegen der Bewegungsansatz. Sobald der Sturm sich gelegt hat. Wie lange? Morgen. So früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Oh mein Gott, er ist mir! Ich will mich aufs Weg. Stell dich drauf. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, was passiert hier? Der Fangorn ist zu arg geil! Verdammt! Verdammt! Scheiße! Oh, shit! 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 sind sie Minengerutsch mit dem Ding. Verdammt! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir, bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen, sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Alles wird gut. Ich habe euch gesehen. Ja, es ist sicherlich super, sie jetzt zu konfrontieren. Stehst du das halt noch auf, Mike? Er ist dein Denker. Ich mache das einfach jetzt mal. So ein... War falsch. Ich habe dich vorhin gesehen. Aber sie war ja auch schade. Verdammt, Matt, wir haben nur geredet. Oh mein Gott, muss das jetzt sein? Beste Chance, oder? Sag mir einfach, was da läuft! Gar nichts, Matt! Gott! Bucke es aus! Ich war verwirrt! Und da fickst du ihn! Bitte! Demonetarisiert. Matt, es tut mir leid! Sie hat doch nur mit ihm geredet. Jetzt hol mich, Matt, von diesem gottverdammten Turm! Bitte, 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 Matt, tu endlich was! In Sicherheit springt! Fick dich, Emily! Das erste Gefühl ist immer das Richtige. Sie soll sterben. Genau. Das klingt jetzt hart, aber glaub mir, es ist besser für uns alle. Das geht schon. Sei ein Mann! Ich bin so fies, ich weiß. Ich fühle mich auch schlecht. Aber manchmal muss man auch Dinge machen, die man nicht machen würde. Ich hab gesagt, Emily muss sterben. Hab ich von Anfang an gesagt. Sie muss einfach sterben. Schwarzbild. Ah. Ashley. 2 über 3. Hüah! Ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Ist die Kerze angegangen? Riecht da was? Das Foto, aber das kennen wir ja schon, ne? Bereit für den Seniorabschlussball. Hannah, Sam, Mike, Emily. Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß nicht, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich... Ich dachte, wir müssten vielleicht irgendwie die Tür aufmachen für später, weil wir uns ja definitiv in so einem Omen da retten. Hätte ja gut sein können. Okay, wir gehen mal runter. Vielleicht finden wir hier jetzt noch ein Totem. Wir sind unentschlossen. Irgendwo hier? Weil da leuchtet nichts. Können wir hier die Tür vielleicht noch aufmachen? Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nah. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Das Kino. Hier war der Killer. Hier gibt's lustige Filmplakate. Oh, haha, the devil. House of the devil. Ich würde gerne die Plakate sehen. Vielleicht gibt's hier Hinweise irgendwo. Bitterfeast. Hypothermia. Liegt hier echt nichts rum? Habe ich nichts übersehen? Lieber nochmal eine extra Runde gehen. Okay, scheinbar nicht. Dann gehen wir mal weiter. Was soll das? Der hat auf jeden Fall alles gut hier installiert, ne? So, verdammt. Ich will mal ihr Gesicht sehen. Normalerweise wird auch rangezoomt, oder? Wenn man eine Weile nichts macht. Okay. Das ist so abartig. Wir bleiben dabei. Das ist wirklich gruselig. Jetzt lass mich raten, die Tür ist jetzt auf. Warte nur kurz. Hast du das gerade gesehen? Sah aus wie Hannah, oder? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Das war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh, Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nichts? Das war die Hölle heute Nacht. Okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Beharren, das war ein Geist. Nachgeben. Ich beharre. Wir haben es aufgesehen. Nein, du irrst dich. Es war da, und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut, schon gut. Vielleicht, vielleicht... Aber ich glaube nicht mehr, dass er der Böse ist. Lass uns Ruhe bewahren. Du bist zumindest nicht der Killer, will ich sagen. Kann ja nicht sein. Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt. Oh, Gott. Los geht's. Der Keller. Okay. Scheiße. Statusupdate. Wo ist denn der Geist langgegangen? Ach so, hier links war das, ne? Im Keller? Okay, vielleicht spielen wir hier mehr Hinweise zu Hannah. Ich hab eine Spieluhr gehört. Das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle? Wer ist denn hier los? Oh Gott, hab ich mich hier geschrucken. Du bist herangestoßen, oder? Bist du herangestoßen? Ich glaub nicht. Ich mein, ich weiß nicht. Sie hing grad im Forstenfest. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Und dieses Gespenst, oder was aber ist wahr? Du willst einfach nicht einschieben, was hier passiert. Da, 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 Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein. Wir konnten jetzt gleich schon gucken. Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ein Schlüssel? Du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel für die... Für das Puppenhaus. Das war mir ja schon vorhin aufge... Also, das heißt vorhin. Das war mir schon aufgefallen, als wir das erste Mal im Keller waren. Da ist was. Ihr Arm, Ralf. Da, wo sie sich versteckt hat. Okay, die Frage ist, ob wir hier unten auch einen Schlüssel für das Puppenhaus finden. Ich glaube, hier war nur die Tür, wo wir keinen Türknopf gefunden haben. Da ist kein Griff dran. Sackgasse. Sackgasse. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Deswegen bin ich auch nicht in die Richtung gerannt. Das heißt, wir können nur weiter rein in den Keller, würde ich sagen. Da liegt hier auch nichts mehr. Warte, Chris, 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 der Geist! Was? Hast du uns nicht gesehen? Ach, Chris, du Arsch! Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh und... Pass einfach nicht auf! Der tut so, als ob nichts passiert wäre. So wie Hannah! Oder wer wie Beth! Scheiße, Ash! Was glaubst du, die verbotten uns jetzt weiter Schaus? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen, weil das er ausgerissen? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach schon von der Wand fallen? Ach, Junge! Geister, Mann! Ghostbusters! Oder der Killer ist noch hier unten. Kann natürlich auch sein. Aha. Der Schlüssel! Juhu! Na bitte! Oh mein Gott! Ja, aber ich will hier nochmal einen Weg finden. Wie sieht es denn hier aus? So. Kein weiterer Totem. Hm. Gut, schauen wir mal nach. Das ist unglaublich. Ich glaub, der Geist wollte mir das zeigen. Mit was? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Oh Gott! Sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr! Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da hab ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand... Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Was haben wir denn hier Schönes? Ihr Tagebuch! 2013, 2004. Das ist Hannahs Tagebuch. Okay. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott. Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Smile. Das ist wie das Butterfly-Tattoo. Juhu. Morgen steigt die Party. Wir sind auf dem Berg. Das wird so super. Kamin, Feuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike. Ich bin so begeistert. Das ist hier schon. Ich kann das nicht lesen. Das ist zu traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Aber ich kann nicht. Okay. Das kommt von da hinten. Die Tür ist gerade aufgegangen. Spooky, spooky. Take a looky, looky. Oh. Eine zugemauerte Wand. What? War das Kenner? Nichts da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Da war irgendwas. Ich hab's auch nicht gesehen. Was haben wir hier? Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrie-Glühbirnen. Was hat der hier verloren? Industrie-Glühbirnen? Transformatoren. Eine Glühbirne ist eingekreist. Ist eine starke Birne? Arginallampe für... Hm. Eine Schere. Nehmen wir mal mit. Äh, okay. Irgendjemand hat einen sehr, sehr starken... Eine sehr, sehr starke Glühbirne. Oder Leuchte. Aha. Äh. Hinweis entdeckt. Versteckte Kamera. Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Besser? Fick dich ins Knie. Das ist besser. Das ist besser. Hier gibt's ja so einiges zu sehen, oder? Können wir da noch was machen? An dem Ding? Nö. Er wollte also sehen, dass wir an das Buch gehen und sehen, dass wir diese Glühbirne finden? Einen Puppenkopf. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Shit! Was genau machen wir hier eigentlich? Ich dachte, die Mauer sah irgendwie so aus, als ob wir hier... Als ob wir da durchkommen. Okay. Singt da einer? Ah, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Was? Aber wir haben noch das... Wir haben noch das Licht im Keller gesehen. Figuren. Okay, das sind Requisiten vom Film vielleicht. Ich will nochmal gucken, ob wir da wirklich nicht durch... Ne, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Sind die vielleicht verbunden irgendwie mit dieser Kirche? Vielleicht kommt irgendwas hier durch die Wände. Hotel? Auf jeden Fall wollte Hannah uns das zeigen. Chris, noch da? Okay. Dann kann ich mich mal eben hier umgucken. Das ist so eine Art Fahrstuhl. Irgendwie... Der Fahrstuhl kommt mir irgendwie bekannt vor. Als ob der von irgendeiner Prophezeiung wäre. Von irgendeiner Prophezeiung. Prophezeiung, Prophezeiung. Das ist tot. Tot. Fällt runter. Okay. Vogel. Heißsäge. Die haben wir überstanden. Dieses Wasserrad. Okay, Hundi. Habst du da? Das sagt mir auch nichts. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Kopf. Feuer. Da haut er ihm hier in die Fresse. Okay. Hm. Okay. Da war doch nichts mit dem Fahrstuhl. Da oben. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich... Ich hab mein Limit auch erreicht. Ich hab doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also, im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Naja, ihr wart schon. Hannah hat überreagiert. Wir haben sie blamiert. Wenn du's wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich mein, wer lässt dich gern verarschen? Hm. Mich verarscht dir niemand. Das bist du. Was? Chris. Wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Statusupdate. Vielleicht, äh, hat der Geist jetzt Gnade mit uns. Ich muss schon sagen, das Spiel sieht echt super aus. Was so die Playstation kann. Ich bin immer wieder überrascht. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wo sind wir hier? Da hinten. Da ist was. Dachte ich zumindest, da hätte was geleuchtet. Aber da leuchtet was. Hinweis entdeckt. Gefälschte Zeitung. Warum druckt jemand falsche Zeitung? Das ist eine echt gute Frage. Quality Corp. Limited. 18. August 2014. Exgenitor. Die lag doch irgendwo, oder? Das ist die Sache mit dem Brand. Jemand wollte uns also mit dem Brand in die Irre führen. Dass wir denken, dass der Typ vielleicht böse ist. Pass auf. Der Typ, der in diesem Mausoleum, oder was das war, der ist nicht böse, sag ich. Irgendjemand will ihm die Schuld zuweisen. Aber warum? Müssen wir in den Keller? Oh Gott. Genau. Ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley. Ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Ich hab wirklich Angst. Suchen wir Sam. Komm, wir sind mutig. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Na los. Starts-Update. Ich hab das Gefühl, ich hab alle Totems übersehen hier. Die sind keine mehr aufgefallen. Aber dafür haben wir die Zeitschriften gefunden. Hier ist nix. Oh, hier oben. Achso, wir können mit dir reden. Chris, ich hab wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Ah. Ich mach zu. Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen. verängstigt und beobachtet uns. Als wäre es ein krankes Experiment. Oh, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Er will auf jeden Fall, dass wir leiden. Das würde ja schon für... Kommst du mal mit? Für Dingens sprechen. Hier den Bruder. Das würde auch erklären, wie so das Haus so aufgebaut ist. Er möchte Rache üben. An allen. Weil er hat ja schließlich beide Schwestern verloren. So, mit da rein. Geht's noch weiter. Da geht's nicht weiter. Ist ja hakelig. Was ist das? Batterien. Hinweis entdeckt. Batterien und Timer. TV-Lichter. Aha. Es ist alles inszeniert hier. Können wir da... Okay. Können wir nicht irgendwie ausstellen oder so. Okay. hat da rechts noch einen Raum? Hier irgendwo? Stehst du im Weg? Ich seh nix, Junge. Mannequin. Mannequin. Das ist ziemlich krank, aber ich könnte mir echt gut vorstellen... Okay, da geht's lang. Dass es vielleicht ein Film-Trick ist alles. Dass auch der Tod von ihm ein Film-Trick war. Vielleicht ist auch der Geist ein Trick. Okay. Oh, hier. Sägeblatt. Ein großes Sägeblatt. Ein Fleischwolf. Oh, hier. Hinweis entdeckt. Haken und Ketten. Das sind dieselben, die auch in dieser Hütte hängen. Oh, Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja. Da hinten war noch eine Tafel mit Fotos. Oh, Schwein. Schweini, Schweini. Oh, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Hinweis entdeckt. Totes Schwein. Okay. Alles wurde von hier aus kontrolliert. Deswegen auch das Licht unterhalb, ne? Das wir gesehen haben. Ich geh mal zu dieser Tafel da hinten. Mal diese leichten Geigen im Hintergrund. Die machen einen wahnsinnig. Hinweis entdeckt. Foto von Freunden. Das ist Emily. Hat sie die Augen durch, weil sie vielleicht schon tot ist? Und die sind noch am Leben? Das sind nur sechs. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Ich wollte mal die scheiß Puppe anleuchten. Okay, da ist ein Ofen. Das ist so eine Art Schrank. Aber da können wir auch nichts gucken. Tür. Komm da raus. Aha. Ein Filmprojektor. Vielleicht ist er aber doch der Böse. Der führt uns direkt in die Kammer. Aha. Ich guck mich erst mal hier um. Ob wir noch irgendwas Tolles hier sehen. Hui. Okay. Hallo? Wo kommt er denn jetzt her? Oh mein Gott. Echt, oh mein Gott. Chris, das ist vom letzten Jahr. Oh mein Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Das gibt's auch noch auf Video. Ja, er hat hier ja seine GoPro. So, was? Aber wieso? Er ist so aufgeregt und lebendig. Sie hat keine Ahnung. Bedauernd rolllos. Ich bedauere. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Sie haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder... Mit Herzen spielt man nicht. Oh. Tja. Es ist alles eine Rache wegen Hannah. Nein. Oh, Chris, 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 Chris. Was ist denn hier los? Ash, Ash, ganz ruhig, okay? Ich bin doch sicher. Geister und die Videos und jede Sekunde fliegt ihr was rum. Hör mir doch einfach mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Ach, Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Er ist aber so behaart. Irgendwie vertraue ich ihm doch nicht. Beharrt so darauf. Status Update. Okay, können wir da vielleicht mal eben gucken? Rette dich selbst. Gefahr erkannt. Zusammenbleiben. Aus nächster Nähe. Gebissen. Zurückgelassen. Gebissen? Wichtiger Entdeckung. Das Ergebnis des Chaos. Können wir eigentlich schon mehr von unserem Film gucken? Wirkliches Ding und mein Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Jeder erweckte. Es waren Dutzende Männer. Ohne Essen. Ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig Mörder. Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Nun fielen Jagden. Fassbar weit entfernt. Acht. Vor einem Jahr, da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber. Der. Ich konnte die Mädchen nicht. Er konnte die Mädchen nicht retten. Ich meine, er wollte ja die Hand geben. Nein, nicht zurück. Okay. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass dieser Fremde, also nicht der Psycho, dass der Fremde eigentlich ein Freund ist. Wo ist Josh denn jetzt hin? Treib keines Spielchen mit mir, Josh. Ach, da bist du. Wollen wir eben nochmal hier gucken. Ja, ich komme sofort. Ich suche nur meine Handtasche. Okay. Hier gibt es kein Totem. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich habe es, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Komm schon. Chris. Was? Ich glaube, ich habe Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Nein. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los. Chris folgen, bewegen, untersuchen. Wir folgen, Chris. Das ist der Killer. Ich renne nicht hinter dem Killer her. Schmetterlingsaktiv. Oh, deine Vogelscheuche. Okay, etwas ist hier drin. Fuck my life. Sehr general. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen kommt, Vogel-Tash. Tja, das ist in der Tat komisch, wa? Wo stand denn die Vogelscheuche rum? Oh Gott, Vogelscheuche. Da passiert jetzt eh was, wenn wir da weitergehen. Alle auf Vogelscheuche. Ja, er hat es ja geklaut. Dieser Psycho war also hier unten. Ganz sicher. Los, der ist immer noch hier. Ich hoffe nicht. Was? Soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Ui, ui, ui. Okay. Okay, es ist... Es sind nur ihre Klamotten, die der Psycho geklaut hat. Quasi vom... Von... Von... Von Sam. Können wir sonst noch irgendwas machen? Können wir was machen? Gott, ich weiß. Ich habe schon total überzogen. Was ist gerade so spannend? Ich suche hier... Ich suche, ich suche. Okay, hier gibt es nichts. Gut. Gut, 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 gut. Oh, er wird schon Böcke machen, das Spiel nochmal zu spielen. Also, wir haben es ja nicht durch. Aber ich würde jetzt gerne schon ein paar andere Entscheidungen treffen. Sam. Wie ich immer in die falsche Richtung gehe, nur um diese Totems zu finden. Möglicherweise. Es ist aber auch groß hier. Okay, da können wir rein. Da können wir rein. Hier scheinbar nicht. Nehmen wir die kleine Tür und nehmen wir die große. Die große ist so offensichtlich. Also nehmen wir zuerst die kleine. Okay, die ist zu. Dann bleibt ja nur noch die große. Ich würde da mal ja durchgucken hier durch das Ding. Oh, Chris. Oh, nein. Hallo? Sam? Sam? Er hat hier auch Gas aufgesetzt. Oh, nein, 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 das ist übel, ganz übel, wir müssen sie hier rausschaffen. Oh, nein, 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 dir zeige ich es. Okay, Schmetterlingsaktualisierung. Gut. Wir haben genug gesehen für diese Folge. Mein Gott. Es tut mir leid, aber irgendwann muss ich mal einen Cut machen. Und ich glaube, jetzt ist ein richtiger Moment. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Bitte bewerte das Video. Und wir sehen uns dann bei dem nächsten Park von Until Dawn. Wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Oh, mein Kopf platzt. Oh, shit. Oh, Mist. Ash? Ash! Oh. Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mache den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Joshua unterbrach hat. Oh Gott, nein. Du perverste Stück Scheiße. Monster. Zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Ich will noch nicht sterben. Lars, mir was sagen. Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf. Sag's. Wir reden immer drumherum. Und jetzt, ich wein. Wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? In der Sekunde, die ich bei dir war. Ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du da mit Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott. Ashley, ich hole dich hier raus. Ich lasse dich nicht stammen. Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, scheiße. Ich habe keine Angst, Chris. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clue. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nein, nur du, Chalice. Das war doch nicht allmer, Chris. Oh mein Gott, nein. Nein, nein, Chris. Nein. Chris. Chris. Nein, Gott, nein. Chris. Damit, hallo, herzlich willkommen. Zurück zu Until Dawn. Schießen, schießen. Können wir noch in die... Okay, so, damit. Willkommen zurück zu Until Dawn. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr sitzt genauso gemütlich wie unsere zwei Totem-Täubchen hier. Ich wollte noch mal eine Sache nachgucken. Und zwar gab es doch einen Totem, wo er eine Waffe in der Hand hatte. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. War es ein Führungstotem? Ich gucke mal eben die Führung... Ja, genau. Er legt die Waffe nieder. Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir beide sterben werden. Das wäre ein bisschen hart. Also entweder töte ich jetzt alle. Oder wir gucken mal. Auf jeden Fall, ich glaube, ich werde keinen. Ich werde weder mich noch sie erschießen. Ich werde also nichts machen. Kann ich die Waffe niederlegen? Ihr könnt es euch ja mal ein bisschen kleiner machen. Vielleicht. Die Zeit, lasst nach uns. Der Controller die ganze Zeit wie bescheuert am Vibrieren. Okay, Status-Update. Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folter-Porno... ...zu weit gegangen ist. Hä? Ist das unser Vater vielleicht? Also, was gibt dir das Recht hier Gott? Mit diesen Leuten zu spielen. Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Warum hat er jetzt die Computer? Du bist krank. Ein krankes Schwall. Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath. Psychopath. Tja. Was ist der Geschah bei Until Dawn? Ich mach mal so. Wow, das ist schräg. Ah, der Psychopath. Okay. Hey! Leute, kommt schon... Ah! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Was zum Teufel! Die Ämle! Ah! Nein! Emily! Unsere vielleicht schlimmste Entscheidung. Ach ja, er ist ja auch noch dabei. Shit! Shit! Ah! Siebtens. Gewalt. Vier Stunden bis zum Morgengrauen. Okay. Und wie sind wir das? Mike, bist du das? Was? Was? Was war denn Mike zuletzt? Washington Lodge. Ein Glück sind wir auf einem Rollstuhl. Und das alles nur mit einem Handtuch. Oh, sehr gut. Ah ja. Vorsicht. Ganz vorsichtig. Okay, Schmetterlingsaktivisierung. Schnell. Okay. Einmal. Schnipp. Gut. Wie dreckig das Handtuch ist. Neugierig. Wie bist du hier hingekommen? Wo ist Jessica? Ich frage mich, ich bin neugierig. Ja. Obwohl, ich weiß es ja eigentlich. Ich verstehe nicht. Wie bist du hergekommen? Hierher zu mir? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Ja, das weiß ich. Er lebt in einer Art Labyrinth aus Tunneln. Ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du. Ach ja, ist da was explodiert? Du, dieser Typ, von dem du sprichst, er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheiß-Film ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da auf machen? Wir versuchen es mal. Ich starte das Update. Ich wollte mich da noch da umgucken. Verdammt. Na gut, lass die Tür auf. Dann komme ich vielleicht wieder zurück. Genau. Vielleicht haben wir hier noch ein Totem, ne? Oh, eine Kamera. Hinweis entdeckt. Videokamera. Geht das zu dem Psycho? Hinweis vom Psycho? Der Unbekannte? Schweinskopfnotiz. Videokamera. Eine Videokamera auf einem Stativ, die auf einem Stuhl gerichtet ist. Der Psychopath sammelt Aufnahmen von dem, was er hier vor sich geht. Okay. Sollten wir uns vielleicht mal durchlesen? Machen wir mal, glaube ich, ganz zum Schluss so mehr oder weniger. Hier ist auch noch eine Tür. Aber sonst haben wir da nichts. Nur Videokamera. So. Können wir noch da hoch? Das ist einfach ein. Wo war er denn? Hier links irgendwo, ne? Ja, die Tür kann ich aufmachen. Wir hätten aber auch einfach abhauen können. Aber wir helfen ihm. Wir öffnen die Tür. Was ist eigentlich in diesem Rucksack drin? Hm. Will sie jetzt eigentlich immer mit dem Handtuch rumrennen? Das ist doch total unpraktisch. Ah, vielleicht hat sie... Vielleicht hat sie Klamotten da. Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Ja, ja. Würdest du mal, Mike? Oh, äh... Ein Glück hatten wir Wechselkleidung dabei. Naja, ist zwar nur die Sportkleidung, aber immerhin. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Sieht viel besser aus so. Was war das? Ist das... Weilen? Nein, 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 nein! Geh weg! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe es gesagt. Aber warum? Oh nein, sie lebt noch. Oh Gott! Sie steht? Nein, sie hängt. Was? Was? Oh, Scheiße! Shit! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Verdammt! Das ist krass. Eins, zwei, zwei. Und eins, zwei. Erinnert mich an Top Raider. Da musste man, glaube ich, auch so scharfen. Und eins und zwei. Und schwingen. Upsa! Wir versuchen es nochmal. Bis das Kabel reißt. Sag ich doch. Das reißt gleich. Okay, okay. Quicktime event. Bitte mehr. Nein, danke. Oh. Das ist ja tief gefallen. Was sind wir denn hier? Warum ist das so ein riesiges Not-gegeben? Ja, hau doch ab, ey. Ja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Tja, jetzt zu verletzt, wäre sie mal eher weggerannt. Jetzt hinken wir auch noch. Kein gutes Zeichen. Na ja, dafür hat sie jetzt Licht. Und sie weiß, wie man eine Fackel baut. Gut. Wir haben wieder Licht. Wir müssen mit den Fässern aufpassen. Wenn wir überleben wollen. Wir geben ihr eine Chance. Aber irgendwas ist in diesen Höhlen. Oh Gott, ich will einfach noch raus. Mir reicht's eigentlich. Hallo. 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 War wir hier nicht schon mal? So, was haben wir denn da? Ausgang? Oh, warte mal. Da hinten leuchtet was. Da hat was geleuchtet. Eine Lore. Eine Lore. Kommen wir über diese Lore irgendwie raus? Möglicherweise. Okay, was haben wir denn hier? Surface Elevator. Okay, Oberflächenfahrstuhl. Also Fahrstuhl an die Oberfläche. Kommen wir da runter? Dummerweise müssen wir jetzt Richtung Schreie. Ich hoffe, es sind nur ein paar Fledermäuse. Ah ja, wenn links die Lore ist, dann können wir da vielleicht irgendwie rein oder so. Da ist ein Verlöchtet. Aha. Okay. Also eine Kette. Möglicherweise kommen wir hier aber wirklich mit der Lore weiter. Alter, hier sind die Schienen. Wenn wir uns da reinsetzen oder sie zumindest das Ding zumindest ein bisschen Anschwung geben. Dann reicht es vielleicht, um da durchzukommen. Okay. Aber bevor ich das mache, gucken wir uns noch ein bisschen um. Hinweise und so. Ah ja. Was haben wir denn hier schönes? Hinweis entdeckt. Bergarbeiterfoto. Auf der Rückseite die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Northwestmine Dezember 51. Aha. Nur für den Hinweis. I just came here for the Hinweis. For the hint. Aber kein Totem. Kein Totem in Sicht. Wie viele haben wir denn überhaupt? Noch da möglicherweise. Wir sind schon ziemlich weit, ne? Also es fehlen noch einige Totems. Zwei Totestotems. Zwei Verlusttotems. Jede Menge Gefahrentotems. Und ein paar Glückstotems. Aber wer weiß, wo man die findet, ey. Ich hab keine Ahnung. Aber die Entscheidungen reichen ja irgendwie nicht mehr. Also da ist nicht mehr viel übrig irgendwie. Gut. Schnellen Schrittes machen wir uns zur Lohre auf. So schnell wir können mit unserem kaputten Knie. Aber es wird schon irgendwie gehen. Okay. Marsch. Ja, da geht's zum Aufzug. Ah ja. Ich hoffe, der geht noch. Das alte Scheißteil. Aha. Wir können, äh... ein bisschen Licht machen. Aha. Gehen wir hier erstmal ein bisschen rum. Da ist so eine Tür. Leider verschlossen. Unsafe. Keep out. Okay. Das nehmen wir mal beim Wort. Ein bisschen rumlatschen. Dann gucken wir mal, was wir finden. Hier hat doch auch grad was geblinkt, oder nicht? Da. Die Stempelkarten. Hinweis entdeckt. Die Stechuhr. In, out. 36. All Ampliers need to clock in and out at the start and end of their shift. Alles klar. Eine ganz normale Stempeluhr. Nichts Besonderes. Also alle müssen sich ein und... Warte mal. Meine eine Theorie hat gestimmt. Dass es Josh war... War Josh. Also, dass der Killer der eine Typ war. Okay, da können wir hoch. Also... Glaube ich auch, dass der Flamm... Flammwerfer-Typ, glaube ich, gut ist. Dass er nicht böse ist. Weil, ich glaube, wir haben nur einen Bösen. Warum hat er sich jetzt überhaupt offenbart? Irgendwie... So, okay. Bevor wir da weitergehen, gucke ich mal, ob wir hier... Irgendwie... Ja, kein Strom. Das habe ich mir schon... Ach, da oben. Aha. Wie schallt ich das Ding ein? Ich hoffe, sie guckt auch dieses Video. Damit sie jetzt gesehen hat, dass da oben ein Hebel ist. Ist ja wirklich wie ein Tomb Raider hier. Nur mit einer sehr unsympathischen Hauptdarstellerin. Aber naja. What sollen wir tun? Ich gucke mal eben, ob da hinten noch vielleicht irgendwo ein Totem ist. Ja, leider können wir hoch. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter hier rein. Da liegt doch was, oder? Ich sehe mal irgendwo überall was liegen. Tja. Doch, da! Na also. Hat aber spät geblinkt, oder? Habe ich das nur nicht gesehen. Ein Todes... Totem. Und es ist unser Todes-Totem. Aber wo waren wir da? Irgendwo in einem Raum mit ganz vielen Hinweisen. Und so Karten und so. Und dann wird sie erschossen. Okay. Scheinbar. Hm. Gut, dass wir hier nochmal vorbeigeschaut haben. Da hängen wieder die Haare. Nee. Was, mich hält die Leiter. Ah, super. Ganz toll. Ich sollte Horrorfilm-Drehbücher schreiben. Tja. Die Hose ist hin, mein Schätzchen. Das ist eine Totenschäde. Oh Gott. Ist das vielleicht die Arbeiter? Vielleicht sind die Arbeiter nie draus gekommen. Okay. Oha. Ja. Vielleicht sind die Arbeiter nie rausgekommen. Vielleicht sind sie alle hier unten gestorben. Und etwas an... Und etwas anderes ist rausgekommen. Matt. Matt ist das nicht. Kann man mal sehen, wie sie ihren Matt braucht, hä? Okay. Wie das Matt auf dem Brötchen. Komm schon. Aber genug Kraft in den Oberarmen haben wir, um da so ein bisschen Detail kaputt zu machen. So. Können wir da hochklettern? Was haben wir denn hier Schönes? Sag nicht noch ein Toro. Ist das die Maske? Das ist ein Arbeiterhelm. Okay. Das heißt, hier war wahrscheinlich der Ort, wo diese Arbeiter waren. Aha. Mach mal auf hier. Ein Foto. Von einer jungen Familie. Mit einem Baby. Hinweis entdeckt. Bergarbeiter-Familienfoto. Auf der Rücksette. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Louis. Kuss, kuss. Mehr gibt's hier nicht. Das heißt, das war wirklich der Ort, wo sich wahrscheinlich die... Ah, da ist eine Leiter. Da können wir hoch. Ah! Leiter kaputt. Leiter. Das ist wahrscheinlich wirklich der Ort, wo die... Die Bergarbeiter eingesperrt waren. Okay. Ich schätze mal, es waren ein paar Quicktime-Events auf uns. Und wir müssen da vorne den Hang hochklettern. Was vielleicht... Was vielleicht... Aufgrund... Klettern oder Springen. Springen wir mal. War zum Glück nur das Erste. Keine Sorge. Wir machen's nochmal. Zur Leiter springen. Warum nicht? Okay. Üben wir noch ein bisschen Quicktime-Events, ne? Zack. Und zack. Sind zum Glück immer dieselben. Und zur Leiter springen. Und zack. Das hat doch super geklappt. Hat auch geklappt. Huhuhuhu. Man muss wirklich schnell sein. Ja. Okay. Komm hoch. Bitte, bitte halte Leiter. Leiter, bitte halte. Bitte, 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 bitte. Okay. Aber hier oben war auch der... Flammenwerfer-Joe, ne? Ich mach mal gucken. Da lag nichts rum. Diese Enge gefällt mir gar nicht. Ausnahmsweise. Boah, weißt du... Ich hasse das, weil... Halt mal die Klappe. Ich weiß ja, wie die Jumpscares sind. Die haben es halt wirklich drauf in diesem Spiel. Und das ist... Ah... Okay. Eine alte Brücke. Komm. Mut zur Brücke. Nur nicht runterfallen, bitte. Oh. Mit einem X-Tone wäre das nicht passiert. Wir brauchen Licht. Oder wir gehen halt alone in the dark. Oder wir gehen halt alone in the dark weiter. Aber solange er ein kleines Leuchtfeuer für uns veranstaltet. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der böse ist. Der wird uns retten. Er hat ja auch versucht, Hannah und die Schwester zu retten, wenn er es war. Es muss also eine andere Gefahr geben, die vielleicht hier in den Minen lauert. Ach, unsere Facke. Sehr gut. Scheinbar treibt er sich ja in diesen Minen rum. Und räumt hier auf oder so. Man hört ja immer dieses Kreischen. Ich glaube nicht, dass er es ist. Juhu. Das wäre richtig. Das denke ich mir auch jeden Tag, du. So. Jetzt entdecken wir, dass da hinten eine Treppe war. Goldig. Können wir denn... Da ist auf jeden Fall auch eine Treppe. Ah ja. So ein Kurbeldings, Wurms. Können wir da was machen? Nö. Ich dachte, wir kurbeln jetzt hart und kommen dann hier wieder raus oder so. So, da liegt noch was. Da liegt noch was. Ein weiterer Totem. Haben wir schon drei Stück gefunden hier. Der ist lila. Gefahrentotem. Okay, der war irgendwie... Das war... Wie heißt der? Dingsbums. Unser Hedge. War irgendwie in einer Zelle. In so einer Art Gefängnis. Was ist das für... Das sind so komische lange Hände. Sehr ekelhaft. Geist wieder oder so. Okay, da können wir nicht... Ja, das sieht ja... Wirklich... Was können wir da machen? Ein Fass. Irgendwas liegt da drauf. Irgendwas ist auf diesem... Okay, irgendwas ist hier drunter. Wait. Das sind keine Tropfsteine. Sie will immer noch Matt, obwohl er sie hat fallen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Was lebt hier unten? Tageslicht. So einfach werden wir nicht hochkommen. Shit. Ach, da sind wir. Ich dachte, wir könnten jetzt rumgucken oder so. Da ist ja irgendwas auf dem Fass. Vielleicht können wir uns den Weg frei ballern. Oh, ein Foto. Von Hannah. Tattoo-Foto. Was steht da? Von Hotel Deinsbeth. 18.03.2013. Aha. Warum liegt das hier? Ich meine, da sind wir rausgekommen, glaube ich. Da sind wir rausgekommen. Dann müssen wir da hinten in die Höhle. Kümmern wir mal eben, ob hier vorne noch irgendwas liegt. Ich glaube nicht. Oder? Da? Ach, da war das Beth-Foto. Warte mal, da ist auch noch was. Da rechts. Da rechts ist was. Reizende Gefahr ist mein scheiß zweiter Vorname. Mhm. Und da liegt auch noch was. Und da liegt was. Hannahs Brille. Ist sie hier reingestürzt? Da. Warte mal, da. Hilma ist entdeckt. Zeichen im Eis. Was? 2.2014. Hat sie vielleicht überlebt? In dieser Höhle? Ja gut, aber sie würde, glaube ich, nicht ohne... Sie würde, glaube ich, nicht ohne Brille dann hier... hier... umherlaufen, oder? Da hinten blinkt wieder was. Ich guck mal hier rechts. Da liegt auch was. Beth. Beth. Halt, Hannah hat doch überlebt und Beth begraben? Vielleicht doch dieser Flammenwerfer-Typ, der versucht hat, sie zu retten. Ich glaube, dass er versucht hat, sie zu retten. Ich glaube, dass er versucht hat, sie zu retten. Ach, das wollten wir nehmen. Was ist das denn? Ein Anhänger. Aha. Hennas Medaillon. Hennas lebt noch. Aber warum hat sie sich versteckt? Sie war hier unten. Was haben wir denn sonst noch für schöne Hinweise? Die Zwillinge. Ein Foto von Hennas ihre neue Tätowierung zeigt. Dieses Foto wurde an dem Tag gemacht, an dem Hennas ihre Tätowierung bekommen hat. Am 18.03.2013. Okay. Wo ist dieser Anhänger? Beths Handy. Plakat. Tennisfoto. Ein gerammtes Foto mit Hennas beim Tennis. Hennas mit Bronze. Hennas-Best-Kreuz. Ein einfaches Holz-Kreuz, in dem Beths Name geritzt wurde. Zeichen im Fels. Die eingerissenen Zeichen zeigen, dass Datum von Hennas und Beths verschwinden, sowie eine Tagesstrichliste. Jemand war hier für lange Zeit noch am Leben. Ach so, das ist eine Tagesstrichliste. Hennas-Medaillon. Hennas angelaufenes Medaillon mit einem Foto der Washington-Familie im Inneren. Hier kann es nicht runtergefallen sein. Jemand muss es tiefer in die Mine gebracht haben. Okay. Wir sind der Lösung. Wir sind dem Rätsel auf der Spur. Was haben wir da? Ist da irgendwas? Oder da? Hier geht es zum Fahrstuhl. Okay, ich will aber nochmal einmal zurück. Boah, die Lichtschwele hier gerade. Oh. Beths Kopf. Oh Gott. Oh Gott. Beth. Oh Gott. Beth, nein. Was? Also Beth hat doch überlebt hier unten. Es ist nur ihr Kopf. Ja doch, da ist auch noch ihr Körper. Sie hat ja die Jacke von... Okay. Hm. Also hat Beth hier unten überlebt. Sah aber nicht so aus. Aber Beth hat doch... Beth hat doch ein Kreuz. Was ist da? War noch ein Punkt? War ein Glitch. Ist ein bisschen blöd mit den Punkten. Okay. Nichts wie raus hier. Wir haben genug rausgefunden. Wenn wir es denn schaffen. Wenn nicht wieder... Unser Leben von Quicktime-Events abhängt. So, hier sieht es gut aus. Ja, wir haben Licht. Wir haben Strom. Wir haben alles erforscht. Wir haben alles gefunden. Jetzt aber nichts wie raus. Hier kommt. Wie sie schon guckt. Zack. Hoffentlich hält das teil. Oh komm schon. Jetzt mach. Nein. Oh Gott, bitte komm nicht hierher. Das ist die Stimme aus diesem Video. Wir entzünden das mal nicht. Das ist die Stimme aus dem Video. Und das hier alles... Kein Feuer in der Höhle. So gefährlich. Oh Gott. Umdrehen. 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 Er will uns nichts tun. Er will uns nichts tun. Er hätte uns schon längst Brot zu erfahren. Er hat uns die Hand gegeben. Er hat uns die Hand gegeben. Ich habe es riskiert. Start das Update. Josh. Josh. Oh, oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt. Gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also? Wie ist das? Ist das schön? Wenn man terrorisiert wird? Gedemütigt? In Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber ratet mal. Sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein. Nein? Nein, nein, nein. Sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh. Aber keiner von uns lacht. Ach, kommt. Kommt, kommt, kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast. Er wollte einfach nur Rache. Ich glaube nicht, dass er jemanden töten wollte. Ich meine, bei jedem von euch. Bumm, 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 bumm. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich habe kein Detail zu klein. Ist das wirklich bei dir? Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler bei eurer Pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe. Nein, nein, nein. Alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike ist krank. Was kommt schon? Ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Mensch. Ah! Jungs, Jungs, kommt schon. Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Halt's Maul. Warum schlägst du sie? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Du hast Äschle geschlagen, du Stück Scheiße! Schmutz-Aktualisierung. Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro, ich... Ich bin nicht ein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Schimpfen oder abtun? Sei still. Darf jetzt, wir bleiben noch ruhig. Hör auf, Mann. Halt endlich dein Maul. Chris, hey. Komm schon, Kumpel. Wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Na schön. Spiel den Arsch. Oh, warte, das ist diese Hütte. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid die Klappe. Ihr seid... Alter. Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je. Hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann. Schluss, Mann. Scheiße, Alter. Warum hat er die Pistole mit dem Platzverdruck? Mike, sorry, Mann. Das ist total dumm. Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist. Aber ich schwöre. Ich schwöre dir. Ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Hütend. Dir ist nicht zu trauen. Aggressiv hat einfach die Fresse. Wir werden nicht aggressiv. Mal ganz ehrlich, Mann. Denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen? Auch nur eine verdammte Sekunde lang nach dieser ganzen beschissenen Show? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein. So war das alles. Doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Oh. Kann ich das kurz unterbrechen? Hängen lassen. Das war das Stichwort. Todes Todes. Äh, Todes Todes. Äh. Da. Oder war das... Ich hab keine Ahnung. Ne, ich dachte, er wäre das gewesen. Defensiv, du bist ein Feigling. Aggressiv halt die Schnauze. Oh, bitte. Du bist der größte Feigling überhaupt. Aha. Ich habe was getan. Ich hab euch glauben lassen. An eine Welt, die ich erschaffen hab. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert. Reingelegt. Deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh. Und sonst nichts. Ah. Ah. Okay, fesselt mich nur, okay. Halt still, Mann. Klar, klar, klar. Still. Weil es das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann. Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm. Okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Trends. Ja, in Gottes Namen. Fasel, Kabelbinder. Fasel, Kabelbinder. Wie krass. Geiselnahme sind auf. War früher schon mal so drauf? Am mindesten für drei Geiseln oder ihr Geld zurück. Alle sind dumm. Dumm, dumm, dumm. Das ist komplett durchgedrückt. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm, Dumm. Äh, wie bitte? Was sagst du da? Ich sag dir, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf, Ashley? Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy. Schluss. Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley, unsere Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Christopher. Ich mach den Typen alle. Hör nicht auf ihn. Er ist es nicht wert. Ey, Mike. Mike, 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 Mike. Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein. Nein, tu ich. Tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Es ist eine Spielzeugpistole. Entwaffnen. Wie entwaffnen wir es. Echt jetzt? Was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja. Dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böser Kopf-Guter-Kopf-Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh. Wir konnten nämlich beeindrucken. Pijama-Party. Bestellen wir uns ne Pizza? Kommst du hier klar? Ja. Okay, das ist komplett. Anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Durchgedreht. Du hast recht. Bis morgen früh. Naja, wenn wir Glück haben, überlebt er. Wenn wir Pech haben. So. Und damit würde ich sagen... Bums. Warum ist er jetzt da? Der Psychiater. Ist auch egal. Damit würde ich sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Until Dawn wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet bitte das Video. Und haut rein. Ciao. Was bisher geschah bei Until Dawn. Josh. Josh. Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber wartet mal. Sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein. Nein? Nein, nein, nein. Sie sind fort. Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wechsel. Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Was? 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 Kapitel 8, Enthüllung. Drei Stunden bis zum Morgen. Oh shit. Nein, 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 weg! Geh weg! Nein! Nein! Aber er ist gut. Er hat uns geholfen. Emily in den Wien. Ja. Okay. Huh. Was? Sie hat ihre Tasche noch. Oh shit. Oh shit. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Oh man. Shit! Warum hatten wir die noch? So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Wie ich vermutet hatte, ist der ja ein Lieber. Ich weiß nicht, hatten wir das schon in der letzten Folge? Hatten wir da schon was gesehen? Irgendwie erinnere ich mich. Nein, ich glaube, da war ich nur der Meinung. Das ist ein Lieber, ne? Der Flammenwerfer, Mann. Sieht so aus, da war irgendein Viech in der Höhle. Und der hat es scheinbar gejagt oder gekämpft. Wir machen, er hat mal Licht hier. So. Also, das muss ich dir hier zeigen, ne? Und los geht's. Wir haben immer Licht. Wenn wir eine Person steuern, sie hat immer irgendeine Fackel in der Hand oder irgendein Licht. Das gehört einfach zum Spiel dazu. So, suchen wir wieder Totems, ja? Suchen wir wieder lustige, tolle Totems. Okay, wir können... Uh, in die Richtung. Ist das denn so richtig? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal in die Richtung. Ne, hier ist Ende. Hier liegt doch nichts. Nichts von Interesse. Nichts, was wir irgendwie finden können. Oh, das ist aber enttäuschend. Schade. Okay, dann müssen wir da mal gucken. Da liegt was. Das könnte ein Totem sein, aber es leuchtet nicht, oder? Doch, es leuchtet hier. Man muss immer in die richtige Szene erst treten. Mal sehen, was haben wir denn hier? Schwarz. Totes Totem. Glückstotem. Okay, wait. Ein Glückstotem. Der war weiß. Achso, immer das, was die da umrandet haben. Aha, Glück. Also. Das ist, äh, Dingsbums. Und der will jemanden erschießen, aber macht es dann doch nicht. Okay. Also, wenn er jemanden erschießen will, dann soll man es nicht machen. Dann bringt das Glück. Gut. Versuchen wir uns mal zu merken. Das hat bisher ja auch immer funktioniert. Aber jetzt müssen wir erstmal lebend aus dieser Scheißhöhle rauskommen. Ich hab hier mir ein ganz schlechtes Gefühl. Ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und nicht so nah zu den Fässern gehen. Das sieht sehr gefährlich aus. Okay, okay, okay. Ist das nicht ungefähr die Stelle, woher auch schon hier der Feuerzeug... Ich... Kann nie die nagen. Immer noch nicht. Huh, was ist das? Ahaha, weg. Da hinten leuchtet wieder was. Unverkennbar zu sehen. Kann ich da noch rein? Ist da eine kleine Höhle hier links? Nein. Irgendwas hier im Stein. Nein, nein, stopp. Geh mal zurück. Kann ich nicht. Okay, gehen wir weiter. Okay. Weiter, 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 weiter. Verdammt. Du Scheiße. Nach rechts. Boah, da war Elevator, war links. Ja, komm hoch. Boah, das Viech, ey. Gollum. Das ist zwar Gollum. Fahr bitte bis nach ganz oben. Okay, reiß dich zusammen, Andrew. Shit. Gollum. Haha. Haha. Wunderbar, quick time. Shit. Okay. Sie haben es verkackt. Ah ja. Sie musste eh sterben. Scheiße. Was für ein Viech, ey. Ich will nicht alle retten. Ich weiß nicht, was wir hätten tun müssen, um sie zu retten. Vielleicht die Quick-Time-Events nicht verkacken. Rip Emily. Hatte einer geklopft? Chris Washington Lodge. Ich sichere die Tür. Gib mir die Pistole. Gib mir die Pistole. Gib mir die Pistole. Hey, äh, gib mir die Pistole. Du überwältigst doch jeden nur mit deinem Aussehen und Muskeln und so. Also, ich brauch die Pistole. Oh. Hm. Mit dem Aussehen und Muskeln und so. Wie ist denn ich in den Fuß? Witzig. Ich lach mich gleich tot. Ist, glaube ich, der Flammenwerfertyp, oder? Eigentlich ist die Tür ja abgeschlossen. Ach, shit. Chris, schieß auf ihn. Nein, 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 nein. Sie können nicht. Äh, ja. Sie können. Ja, Papa. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt, ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Vendigo. Wem? Dem Vendigo. Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sag euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mehr glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Shh, klappe Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Vendigos entfesselt werden. Oh, scheiße. Ah! 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 Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Oh. Haben die Schwestern vielleicht überlebt und sich auch gegenseitig gegessen? Tosh hat eingelassen, als er eben geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Hm. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein! Nein! Unmöglich! Wir waren erst bei ihm! Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein! Ich gehe ihn holen! Du kannst da nicht raus, Chris! Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten! Nein! Er hat dich verraten! Er hat uns alle verraten! Ist mir egal! Ich werde ihn holen! Ah, okay. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Komm ruhig mit! Geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Tun wir das, was er sagt. Oh, ja. Eine Flinte. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir. Ich weiß es. Wir haben ja geübt vorher. Komm bloß zurück. Oh. Die Lieben. Wir sehen uns dann. Seien wie er hält. Ich bin der Experte für die Dinger. Was, äh. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Okay. Äh, kurzer Zwischenstopp. Ich glaube, also damals, diese Bergarbeiter, äh, die waren ja in der Höhle eingesperrt. Und möglicherweise, sie waren ja, sie haben sich wahrscheinlich auch von irgendjemandem ernährt. Vielleicht haben sie damals schon, ähm, damals schon diesen Fluch heraufbeschworen des Wendigos. Und ich glaube, dass Hannah und Beth das eine von beiden überlebt hat. Wahrscheinlich Beth. Und die hat an Hannah gegessen. In der Höhle. Weil die eingesperrt waren. Und ist dann aber letztendlich auch gestorben. Schätze ich mal. Das ist so meine Vermutung. So. Ach, guck mal, die Beziehungsstatue ist ja auch neugierig. Romantisch. Wir sind Romantiker. Und ehrlich. Okay. Sicher, jetzt erst. Gut. Jede Menge Entscheidungen. Ein paar haben wir noch gebissen. Hm. Oh Gott. Gebissen. Ja, da freu ich mich schon drauf. Status Update. Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich war kein Feuer. Sie fürchten es. Und es können sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... So wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie viele gibt es denn davon? Von den Gollums. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Ja. Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplan? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Hab ich nicht gefragt. Gibt es, ähm, Profi-Bendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Tja, sie riechen dich trotzdem irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann, äh, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Wir gehen zum Schuppen, gehen zum Schuppen. Stillstehen? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich bei Emily auch nicht lange genug stillgestanden. Ich weiß es nicht. Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Steckt dann irgendwo noch ein Rest in die Menschlichkeit? Irgendwo? Ein paar Dinge sind noch da. Ne, ich meine, sollte man sie dann töten, vielleicht kann man sie heilen, oder? Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Ne, ich meine, wenn es noch Menschen sind, darf man sie dann verletzen. Wenn du einem gegenüberstehst, heißt es du, oder er, spiel ruhig den Moral Apostel. Das machst du bestimmt nicht lang. Ich suche immer noch nach Totems, aber hier ist keiner mehr, glaube ich. Da konnten wir uns befinden. Okay. Ah, er ist weg. Aber vielleicht ist er auch einfach geflüchtet. Oh nein, da ist Blut. Oh nein. Verdammt, was soll das? Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Der Bau bewegt sich. Der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bisschen nach dem anderen. Zur Latschgut. Ja. Lass uns abbauen. Vielleicht ist er noch hier. Ja. Ich geh da mal rein. Oh krass. Ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Dach, da hinten leuchtet auch noch was. Wir haben ja eine Waffe. Da. Da. Shit. Tja, das war der Trick, ne? Coole Scheiße. Die überall Puppen und Requisiten. Hat er gut gemacht. Genau. Da ist noch was. Ich gucke mal, ob wir die Treppe hoch können. Schade, können wir nicht. Okay, dann können wir nur mit ihm mitgehen. Können wir uns doch mal hier alles angucken. Aber kein Totem. Zumindest habe ich keinen gesehen. Können wir hier gucken. Aber da oben waren wir ja. Da haben wir ja schon mal einen gefunden. Deswegen wird hier wahrscheinlich keiner mehr liegen. Doch, da. Aber den hatten wir schon, meine ich. Oder ist jetzt ein anderer? Das kann auch sein. Naja, den hatten wir schon. Gut. Bevor wir jetzt gleich wirklich gejagt werden, gehen wir jetzt mal schnell. Schnell weg hier. Hallo. Kann ich wirklich nur außen rum gehen? So. Ich komme, mein Freund. Ein heißer. Halt. Ganz. Ich habe mich nicht bewegt. Lauf. Los. 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 Roll. Gott. Verdammt. Wir sind weg hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Mein ist schuld. Und jetzt weg. Guter Schuss. Quicktime Event. Okay. Ah, scheiße. Okay. Scheiße. Tja. Ah, wir hätten auch auf das Ding schießen können. Ah. Jetzt geht's rund, ey. Jetzt sterben alle, diese Folge. Ash. Ash. Nein. Als ob er nicht durch diese Glabtür kommen würde, wenn er quasi mit seinen Fingern einen Typen enthaupten kann. Mit der Kopf da noch hingerollt. Das tut mir leid. Das ist so klischeehaft einfach. Okay, wir gehen los jetzt. Gehen wir runter in den Keller. Ah. Bleib bei mir. Bleib bei mir, Ash. Da müssen wir doch irgendwann mal im Livestream versuchen, es besser zu machen. Der Wendigo, du. Die Gefahr, die ganze Zeit, war eine andere Gefahr. Was für ein Viech, ey. Mike, altes Hotel. 4.47 Uhr. 4.47 Uhr. Was ist los? Sieht schlecht aus Oben. Schlecht. Mike, wo ist Chris? Oh Gott, Ash. Er wollte... Er war draußen und... Es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, und ich glaube, den hat es auch erwischt. Hey, 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 hey. Hier raus. Hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann... war's das wohl. Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel, direkt aus der Höhle dieser Bestie, und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Gut, der Nächste wird sterben. Es war auch da, wo M... erschossen wurde, eigentlich. Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz, in den 50ern ungefähr, und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter, und ich glaube, er hat rausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle, und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und... wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl, mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. So bin ich hergekommen. Dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher, da rausfum Schatten. Ich bin bald zurück. Oh, verdammt, Mann. Oh, Gott. Was sieht sie? Ein Tagebuch. Ashley, altes Hotel, 4,51. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaun zu halten. Ich wollte das noch weiterlesen. Halte sich an diese Worte, oder sie wirst mit dem Tod bestraft, und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg, in heftigen Winterstürmen, Winterstürmen. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, besitzt von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davon gefreit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh und von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon. Von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen. Sie werden milchig und weiß. Dann verändern sich die Zähne, wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über die Knochen. Hinweis entdeckt. Tagbuch-Geschichte. In diesem Berg lebt er als ein Stamm, die Kree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen... Das ist eine lange Geschichte. Halt doch mal die Fresse. Von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde dem Kree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Kree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Kree sagten, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger. Die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keine Schmerzen zu spüren. Schritte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe sechs Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuch nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt von jeden, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Okay. Biss. Möglicherweise kann man sich dafür schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Na los, quatsch mir dazwischen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems, Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaun. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Kree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen. Aber ich habe mich nicht verhandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Okay, das war's. Also ein Biss ist harmlos. Oh nein, 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 nein. Was ist denn? Was steht da? Lass mich das sehen. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Aber pronto. Sehr romantisch mit diesen Kettensägen, dieses Kreissägen da noch. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch, letztes Jahr, du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Einsamkeit. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Hä? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Ich habe kein Letzt. Sie haben mich verletzt. Ja, sie haben ihn verletzt. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie haben nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Es tut mir leid, es war nur ein Spiel. Ich bereue. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor der furchtbaren Isolation. Was bisher geschah bei Until Dawn? Ash, was ist los? Sieht schlecht aus oben. Ash, Ash. Nein! Oh nein! Es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, und ich glaube... Halt! Nicht verliegen! Oh Gott, was ist da? Oh Gott! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Josh! Er muss ihn haben. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr, und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Shit! Fuck, fuck! Dann müsst ihr es tun. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Status-Update. Verzweiflung. Zwei Stunden bis zum Morgen. Okay. Mach zu. Ist das gut oder schlecht, dass wir es zugemacht haben? So, wir sind jetzt, glaube ich, wieder in den Tunneln. Kann das sein? Ob wir Josh finden? Kein Plan. Okay. Wir halten wieder nach Totems Ausschau. Ich hasse das, wenn man da nicht reingucken kann und auch nicht reingehen. Aber man sieht, dass da irgendwie was ist. Weißt du? Was ist dieser Keller? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir jetzt überhaupt sind. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Na ja. Okay. Die Einstellungen sind schon geil Ich glaube Doch hier waren wir doch schon Da hinten liegt das Bild von den Arbeitern Wenn ich mich recht entsinne Wenn wir da nochmal hingehen Ich glaube ein Totem auch Aber den haben wir schon Den müssten wir schon haben Ja Ich gucke trotzdem nochmal Ja hatten wir schon Wie viele haben wir denn generell noch Ah Ein Todes Totem fehlt noch Und ein paar andere Da könnte noch was kommen Wir haben ja auch noch zwei Stunden bis zum Morgen Was genau ist unser Plan J.C. findet einen Weg Durch das Sanatorium um Josh Den Schlüssel zur Seilbahn zu finden Yeah Okay Aber warum glaubt ihr Dass er in dem Sanatorium ist Hey vielleicht sehen wir Ghost wieder Was war da Irgendwas war da Irgendwas liegt auf dem Tisch Ich kann es aber nicht erkennen Aber es blinkt Wo sind die Wölfe hin Ja Die sind jetzt alleine Wir müssen uns drum kümmern Um die Hundis Das hatten wir ja schon Das hatten wir ja schon Bigfoot Siting Okay Warum hat der heilige Scheiße gesagt Ist hier irgendwas verändert? Die Kiste ist nicht mehr da Ist ein bisschen was runtergekommen So wie es aussieht Da ist was schönes Warte mal Das ist die Zigarre glaube ich einfach nur Hier links ist auch noch was Okay Da kommen wir her Da ist auch noch ein Tor Das ist aber zu Okay Das ist jetzt alles ein bisschen anders hier Können wir die Treppe hoch Können wir die Treppe hoch Okay warum ist das so groß hier Aber wir kommen aber nicht mehr zurück Das sind jetzt quasi Andere Bereiche Okay Gehen wir da hoch Gehen wir da hin Ich gucke nochmal eben da Können wir nichts machen Ich gehe mal eben da hoch Wenn wir in den oberen Bereich kommen Vielleicht noch ein Totempfinden Weil ich glaube wir müssen durch die Tür Damit es weiter geht Will ich jetzt mal so sagen Nicht dass wir hoch müssen Mal gucken Oh wir kommen da rein Ah verstehe Können wir da runterspringen Irgendwas haben wir da auf dem Tisch gesehen Clever Ich hoffe du hast auch einen Weg wieder raus Was lag hier denn Ah Shotgun Shotgun Was ist denn hier schönes Eine Fackel Aber wir haben doch eine Taschenlampe Warum nehmen wir das Nimm bloß genug Munition mit Ja reicht bestimmt Zu einer Handvoll Das muss reichen Damit können wir die Vendigos vielleicht Aufhalten Vielleicht So dann können wir raus Was geht jetzt von innen Ah hier ist jetzt nix Von innen ist die Tür auf Verstehe ich auch nicht Gut Mit Fackel und Shotgun Ausgerüstet Gehen wir dann mal in die andere Tür Ich glaube das ist der einzige Weg Ghost Bist du es Ein Totem Könnte wieder tot sein Rot Gefahren Totem Okay Ich muss mich nochmal angucken Nein Nein Im Menü Wir kämpfen bei so Gittern Mit dem Wendigo Okay Okay Ich habe doch wieder Einen Hund gehört Mal zurück gehen Ghost Bist du es Welche Sau Er hat draußen Dann gucken wir mal draußen Ach warte mal Naja die Tür war zu Da waren wir schon Na geh so durch Warte Den hatten wir schon Hatten wir schon Okay Sonst ist ja nix Gehen wir mal raus Gehen wir mal raus Viele viele Gräber Kann man es angucken Vielleicht von den Bergarbeitern Provisorischer Friedhof Adam White 52 gestorben Evelyn Daniels 52 Und Charles Müller 52 Das sind wahrscheinlich die Bergarbeiter Können wir hier irgendwie drüber Kann man hier irgendwie drüber Nein Hä Müssen wir gar nicht hierher Ist das gar nicht unser Weg Hier raus zu gehen Ach Hä wo muss ich denn denn landen Wenn das nicht unser Weg ist Wo ist denn dann unser Weg Können wir irgendwie rüber Okay das ist auch nichts Wir sind nochmal zurück Ich dachte jetzt hier geht es lang Ach vielleicht können wir jetzt das Schloss aufschießen Mit der Der Wumme Das können wir natürlich auch nochmal versuchen Hat ja schon mal so gut geklappt Ein Teil von mir Will jetzt gerne zurück zur Amokiste gehen Und sich noch mehr Ammo einstecken Vor allem nach diesem Schuss Geist Ja Alles klar Kommst du mit? Genau Du hilfst mir vielleicht Ich habe eine Karte von hier gesehen Das wird also kein Blindflug Es müsste einen Weg Für die Psychiatrie geben Direkt raus aus der Miene Ach die Psychiatrie Kriegen wir das hin? Könnt es nicht besser sagen Ach Ghost So ist es brav Gut Wir haben einen Begleiter Das ist ja schön Warte mal Ich will dann Ich habe da nicht geguckt Totem Tja Da sind wir rein Schade Gut Haben wir das wenigst abgesucht Wissen wir Dass wir nichts vergessen haben Da hinten bist du mein Freund Ist ja ein bisschen vorgerannt Warnung Ist ja bereichsgeschlossen Kein Eingang Gefahr und Tumsch Na okay Wär ich bloß so gelenkig wie du Ich glaube ich sitze hier fest Das ist ja ein kleines Labyrinth Da war auch irgendwas da hinten Irgendwas war hier Irgendwas hat die doch geblinkt Da Entschaltung Na das hat ja gut funktioniert Okay Okay Ja Da liegt ein Klo Wolfi Der heißt Ghost Ghost Geist Für die Deutschen Wir haben hier eine Waffe So schlimm wird es schon nicht werden Was haben wir hier Tension Area Oha Holy shit Warte mal Hier ist was Ein weiterer Brief Hinweis entdeckt Arztbericht Von Dr. WB Cathcart Erst Erstbericht Die Patienten wurden vor 5 Tagen In die medizinische Einrichtung Von Blackwood eingewiesen Diesen Zeitraum Führten wir eine Reihe von Physiologischen und Psychologischen Tests durch Die Ergebnisse waren Außergewöhnlich Sie widersprachen Den allgemeinen Medizinischen Erwartungen Beobachtete Symptome Blässe Hautverfärbung Schwerer Vitamin D Mangel Störung des Sozialverhaltens Überdurchschnittlich lange Wiedereingewöhnungsphasen Nach traumatisiertem Ereignis Was Unstehtes Zwischenmenschliches Verhalten Gewalt gegen Pflegepersonal Drei versuchte Tätlichkeiten Ein Versuchter Kratzangriff Erwartete aber Nicht beobachtete Symptome Mangel Ernährung Skorbut Durch Schnittlicher BMI Nur innerhalb Circa 3% Der normal Weise Erwarteten Werte Sie müssten tot sein Erfrierung Reaktion der Patienten Auf Reize Innerhalb Akzeptables Bereichs 130 bis 410 Millisekunden Auf der Rückseite Gebrechlichkeitsschwächen Aufblähung von Schienbeinen Wadenbeinen Und Oberarmknochen Durchschnittlich 2,5 cm Ungewöhnlicher Kräfte Zuwachs Beobachtet Ein Patient Ob knapp 330 Kilo Gewicht Empfohlenes Vorgehen Unter strikter Beobachtung Halten Fixierungen Dringend empfohlenes Empfohlenes Pflegepersonal Von 1 auf 3 Personen Aufgestockt Beobachtung Rund um die Uhr Okay Da hat sich wohl Tatsächlich Jemand verwandelt Der dann auch hier Irgendwie gehaust hat So in der Art Gut Gehen wir mal weiter In den Albtraum hinein Blecki Tja War wohl sein Bruder Ach du Scheiße Bin ich da nur wieder Reingeraten Der Naive Okay Das sind ja die reinsten Panzertüren Wie irre waren Diese Insassen Hat der das nicht mitgekriegt? Lass uns raus Wir verhungern Wir frieren Ich werde mich rächen Hört auf uns zu testen Der arme Hundi So rechts noch irgendwas Ich höre was Bearing Doctors Office Da war er doch Der ist da hochgeklettert Ich hab's jetzt erst gesehen Da rechts Spul zurück Hier rechts Das Rohr Scheiße Ja es ist ein Gefängnis Wir haben einen Kampf Im Gefängnis gehabt Warte mal Wir dürfen nicht allzu nah Irgendwo lang gehen Das war auch ein Ein Warn Ein Warn Dingsbums Ich guck mal eben Das war eine Warnung Ein Gefarentod Hinten war das glaube ich Ich glaube der hier Das war Gefahr Aber Verlust Ja da Irgendwo links aus den Zellen Genau Wenn wir also in der Nähe Von Zellen lang gehen müssen Müssen wir aufpassen Gehen wir weiter rechts B-Wing Was ist denn in den B-Flügel? Was ist denn in den B-Flügel? Noch schauen Oha! Haha! Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Das. Okay. Die Vendigos haben sich hier auf der Station verwandelt. Sie sind also definitiv aus den Minen bekommen. So viel können wir jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich hier weitergehen sollen. Duchess Office. Okay, da können wir was machen. Vertraulich. Ärzte untersuchen Patient Nummer 9 Verlauf der Skelett Hyperrostose vertraulich. Tag 4 Epidermale Depigmentierung zu erwarten nach Aufenthalt unter Tage. Starke Krümmung des Thorax-Bereichs. Posttraumatische Kyphose. Hornhaut, Dystrophie und Linsentrübung. Sehschärfe 2060. Tag 9 Chronische Kyphose Narbige Alopezie Extreme Performation der Nasenscheidenwand Ectodermetale Dysplasie Anspitzung der Zähne Das ist die Verwandlung. Uh! Scheiße, setze sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. Längere Oberkiefer Eckzähne Konsistenz für Hornhaut Ödem Baselschärfe jetzt 2022 Evalimale für Härtung Hornschicht plus 1,3 cm Okay. Das ist also einer der Wendigos. Wahrscheinlich sind es insgesamt 12, ne? So können wir da durch. Ich weiß nicht, ob es da wirklich weiter geht oder wir den anderen Weg gehen sollten. Da vielleicht noch was ist. Ich gehe nochmal eben zurück. Das ist so eine Art Schrank oder so. Ich gehe mal hier lang. Aber ich hoffe nicht, dass er da durchkommt dann. Sitzt da einer? Ja, jetzt weiß er auch, dass wir da sind. heilige Scheiß. Wer ist dieser Kerl? Sorry, Alter. Ein Infinder dieser Nachricht. Was? Was stand denn da? Ein Infinder dieser Nachricht. Sie sterben draußen. Ich höre sie kreischen und weinen. Diese Hölle ist mein einziges Vermächtnis. Gottes Strafe für meine Fehler. Ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Der Tod weitet bereits auf mich. Jefferson Bragg. Hier hast du deinen Brief wieder auch. Alter Mann. Wer ist denn Jefferson Bragg? War das der Arzt? Okay. Dann waren wir nur hier oben quasi die Ereignisse zu sammeln. Da müssen wir nicht doch woanders hin. Doch den Hauptweg. Hier gab es ja nichts mehr. Guck mal eben. Der Unbekannte. Okay, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen sammeln können. Eine Reihe von Fotos eines Bergarbeiters namens Billy Bates. Sie zeigen eine Verwandlung über mehrere Tage. Zum Schluss der Bergarbeiter eindeutig ein Wendigo geworden. 24 von 27 Hinweisen. Mal hin. Bisher. Aber ich glaube nicht, dass wir noch mehr finden. Ghost, was siehst du? Kleine Glitches. Ghost. Soll ich vorgehen? Mh-mh, jetzt sind sie eine Dose. Eine scheiße Rattel? Okay, Quicktime! Äh, nach links? Scheiße, fuck, fuck! Verdammt! Keine Ahnung, ob das gut war? Was weiß du? So schnell kannst du die scheiß Quicktime-Events doch gar nicht machen, ey! Was war das denn? 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 Oh, du Scheiße. Verdammt. Ich hasse es. Okay. Komm schon, du Arschgesicht. Wo steckst du? Was? Was? Bitte keine Quick-Time-Events. Die von der... Die da weg, oder? Oh, der hat sich eingesperrt. Das ist nicht ganz viel über die Dose. Eine nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran. Jetzt geht doch mal weiter. Oh, Scheiße. Dann ist das vorbei. Ich mag das nicht. Kratzt, doch nicht schlimm. Okay, noch. 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 Das ist gut. Was musst du tun? So. Ja, 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 ja. Und jetzt Schuss. Der Geist ist frei. Ob das jetzt so gut war? Nicht, nicht, nicht für mich sowas. So aufregend. Dann lieber Jumpscares. Ich möchte wieder durchatmen können. Psychiatrische Anstalt. Okay, vielleicht finden wir einen Doktor. Wo er mal hinguckt, ey. Weil ich hier den Controller-Scheiß bediene. Okay. Ich hoffe, wir haben sie jetzt besiegt. Erstmal. Ich höre aber immer noch was. Machen wir noch was? Du hast doch noch eine Taschenlampe dabei, Junge. Das ist, glaube ich, wirklich da, wo der Arzt ist. Sieht genauso aus. Also der Psychologe. Ich glaube, Musik gehört. Oder bille ich mir das ein? Na, total. Fuuuuck! Da war die Kadion. Bitte nicht, Ghost. Schmetterlingsabschluss. Bis bald, mein Freund. Nein, kein Update. Geh weg, Bild. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Okay. Nicht schon wieder schießen, aber... Was? Wo sind denn da... Ich wusste nicht, ob die Fester auch explodieren. Ich habe einfach auch gut Glück, das sah so explosiv aus. Uh! Okay. Okay. Okay, Leute. Damit würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt einen Break hier. Wir haben schon wieder über eine Stunde. Ja, eine Stunde. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein, Leute. Bewert den Part. Vielen Dank. Ciao. Oh, shit. Oh, God. Oh, my God. Oh, my God. Ashley, Tunnel zum Sanatorium. 5.16 Uhr. So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Untill Dawn. Wie wir gesehen haben, unsere kleine Freundin lebt noch. Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Ich werde mir niemals die Namen merken. Können wir zurückgehen? Den Tunnel zurückgehen. Vielleicht finden wir noch einen Totem. Genau. Ich habe jetzt schon wieder einen Tag nicht gespielt. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Wir werden wieder schnell reinkommen. Totems finden. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Ich sehe da keinen fucking Totem. Kann man wirklich diesen ganzen Gang zurückgehen? Das ist... Oh, warte mal. Da sind... Da ist ein Seitentotel oder so. Können wir da irgendwie rein? Aber ich finde, das ist auch echt fies, dass die an solchen Stellen halt die Totems verstecken. Klar, man soll die finden und so, weißt du? Aber hier ist nichts. Man lädt schon den ganzen Weg zurück. Na gut, ist immer super, wenn man so eine Folge mit so einer Large-Aktion anfängt. Da schalten garantiert alle ein und lassen keinen Daumen nach oben da. Nur die wahren Fans lassen jetzt einen Daumen nach oben da. Nicht wahr? Okay, also. Die eine hat überlebt. Die Freundin von Mike. Das ist Mike. Und ich finde es übrigens so interessant, dass sie sich die, ähm... die Jacke angezogen hat. Weil wie YouTube so ist, äh, schlägt es einem manchmal doch interessante Sachen vor. Und zwar gibt es wohl auch die Möglichkeit, so viel mit ihr am Anfang rumzumachen, dass sie sich noch mehr entblößt. Also bis auf die Unterwäsche. Und dann macht das natürlich Sinn, wenn sie jetzt die Jacke wieder anzieht. Weil nur in Unterwäsche dann da, wo auch immer sie war, ist natürlich nicht so gut. Okay. Ich sehe keinen Totem. Ich finde die Kameraeinstellung immer interessant. Hm. Wahrscheinlich übersehe ich einen. Oh, warte mal. Hier, hier ist ein Seitentunnel. Aha. Hahaha. Totem Man. Was haben wir denn hier Schönes? Mit Fliegen drauf. Gefahren Totem. War das Mike? War das, war das Mike? Heißt der Mike? Sah aus, als ob er böse wäre. Aber ist er gar nicht. Okay. Ihr habt mir gesagt, ähm, in den Kommentaren, es wäre vielleicht auch mal ganz nett, wenn wir hier diese Entscheidung lesen würden. Weiterlesen würden. Das machen wir mal ganz schnell. Okay. Ashley und Matt ermutigt das Teleskop. Ja, ja, hatten wir schon. Äh, Matt stellt Mike zur Rede. Matt, Mayra, flirten. Hm. Okay, ja, das ist schon älter hier. Aber wir machen es jetzt mal eben. Okay. Mike altete Jessica sofort zur Hilfe. Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Jessica, das ist Jessica, die die überlebt hat, die wir gerade gesehen haben. So, so viel dazu. Jessica bewundert Mikes Helmut. Mike schindet weiter Eindruck. Mike schindet weiter Eindruck. Jessica, Widerstand Mikes Anmache. Natürlich, sie ist ja auch ein intelligentes Mädel. So, Sam hat einen Baseballschläger gefunden und im Keller dagelassen. Sam konnte wählen, ob sie den Schläger benutzt. Sam konnte wählen, ob sie den Schläger benutzt, aber Sam hat die Chance vertan, ihn zu benutzen. Okay. Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Erfolgreich. Okay. Aber eine Aktion fehlt da anscheinend noch. Der Schmetterling ist noch nicht vollendet. Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Ashley war dankbar. Josh fühlte sich betrogen und stellte sich gegen Chris. Chris zog Gewalt in Betracht. Okay. Nicht so gut. Mike hat die Leichenhalle erreicht. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Ach so, weil, ja, wir hätten die ja da benutzen können, als der Wendigo durch das Fenster kam, aber wir haben es ja verkackt. Mike fahre einen anderen Weg durchs Sanatorium. Okay, wir sind auf jeden Fall rausgekommen. Mike hat den Wolf nicht getreten. Mike hat einen Freund gewonnen. Der Wolf führt Mike durchs Sanatorium. Mikes neuer Freund überlebte. Ach, der hätte auch sterben können? Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Matt feuerte die Leuchtpistole ab. Hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Ich weiß nicht. Sam hat sich fangen lassen. Chris und Ashley fanden Sam. Chris und Ashley, äh, Sam musste von Mike gerettet werden. Emily hat Matt die Leuchtpistole gegeben und da endet der Butterfly. Matt hat sich in Sicherheit gebracht. Ja. Ashley hat die Schere genommen und Ashley hat auf den Psycho eingestochen. Und der Psycho verpasst Ashley ein Pfeilchen. Und Chris hat Josh geschlagen. Oh, okay, als Ergebnis wahrscheinlich. Als Dankeschön. Ashley ist Chris gefolgt. Ashley sah, nicht wer in der Werkstatt war. Chris und Ashley fanden eine Puppe mit Sams Kleidern. Und Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Tja. Aber Chris ist ja jetzt leider Cross. Okay. Mal sehen, wie sich das, wie sich das endet hier. Aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Wie gesagt, die Kill Weektime Events sind nicht meine Stärke und generell der Controller. Ich kann nichts dafür. Wenn ihr einen Pro-Gamer sucht, dann seid ihr sicherlich beim falschen Typen. Und wenn ihr einfach nur ein lockeres, gemütliches, durchspielen, blöden Sprüchen haben wollt, dann... Wir haben Ärschen. Vielleicht hier. Oh, ein Tunnel. Ein Tunnel. Nee. Es muss noch einen anderen. Ja, vielleicht diesen. Aber vielleicht gibt es auch noch einen ganz anderen Weg. Vielleicht ist das ein Trick. Ich komme erst mal zu dir. Oh, wir können auch mit dir reden, oder? Ach nee, du leuchtest, weil du so eine Lampe auf der Birne hast. Gut. Hier Totems. Wir haben ganz schön viele Totems gefunden, glaube ich, oder? Mal gucken. Wie viel noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Wir können vielleicht noch welche finden. Ich hänge gerade ein bisschen an dir. Sam. Sam, mein heimlicher Liebling. Okay, machen wir das da. eine super Idee, durch die Gullideckel zu gehen. Glaube ich schon, ja. Wenn es so ist, dann ist es wohl so. Okay. Nehmen wir die und hoch damit. Und nochmal. Super. Schon so in Spinnennetzform. Ist für mich ein Zeichen der Falle. Weißt du? Das ist eine Falle. Dann geht auch nicht da rein. Tja. weil der, der fragt, ne? Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Kann ich irgendwas machen? Die sind so langsam. Okay, mach mal zu. Das ist vielleicht eine gute Idee. Okay. Gibt es irgendwas? Nein. Spinnennetz. Ich sage es euch, Leute. Das ist eine Falle. Ich freue mich schon auf die Quicktime-Events. Äh, da lang? Da lang? Sieht ja super aus hier. Mit Rohren und alles. Da oben ein paar Netze, die das abfangen. Wo ist sie denn? Wo ist Sam jetzt? Sammy? Hallo? Stimme untersuchen und zur Gruppe gehen. Okay. Ich würde mal sagen, wir untersuchen die Stimme. Sie ist ja... Sie hat ja überlebt. Vielleicht ist sie ja irgendwo gefangen. Status-Update. Okay. Totem. Totem. Wer ist, ist sie, oder? Oh, hier liegt was. Ein Totem. Verlust-Totem. Verlust-Totem. Okay, wer ist das? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass wir das sind. Irgendwie ist das ein bisschen krass, dass wir... Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Ich gehe jetzt mal weiter und gucke, was hier so ist. Da hinten ist noch was. Spring. Oh, scheiße. Ich wollte nur gucken, was da noch ist. Habe ich sie jetzt nicht gerettet? Jessica. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich kann das. Scheiße. Sieg auf eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Ah, scheiße. Okay. Ich hoffe, wir überleben. Obwohl, vielleicht können wir sie nochmal spielen. Die Jessica. Oh, da ist das Rad. Was war das mit dem Rad? Führungstotem, glaube ich. Scheiße. Ich wusste nicht, dass es da weitergeht. Ich dachte, wir könnten da nochmal was gucken und dann wieder zurück und dann die Klappe öffnen. Ich verkacke es einfach immer wieder. Aber gut zu wissen. Oh, das ist... Ist der tot? Sam in den Minen. Okay. 5 Uhr 53. So, bevor es hier weitergeht, gehen wir nochmal kurz rein. Und... Warte mal. Was steht denn hier? Aus nächster Nähe. Okay. Wir haben da kein Butterfly Update. Ähm... Ich wollte aber noch was anderes gucken. Und zwar hatten wir, glaube ich, ein Führungs... Das war eines der ersten Führungstotems. Die irgendwas mit Wasserrad. Bei dem Wasserrad hochklettern. Bei dem Wasserrad. Da sind wir ja im Prinzip. Springen oder klettern? Ähm... Was geht denn besser? Können wir mal klettern. Versuchen wir mal hier... Äh... Drumherum klettern. Springen. Oh. Oh. Zur Kante springen. Uh. Quicktime-Event-Master, ey. Ich hab es voll drauf. Falls einer fragt, Quicktime-Events... Hab ich auch gelesen. Was ist das? Das ist, wenn halt diese Tasten eingeblendet werden... Und die Zeit runterläuft. Das heißt, eine schnelle Zeit... Event ist... Ähm... Ähm... Geschehen. Quasi. Ereignis. So. Das Ereignis müssen wir hinkriegen. So. Springen wir da runter. Da hinten ist aber auch irgendwie was. Gehen wir da hoch? Boah. Wo ist denn das Wasserrad? Was können wir da machen? Ha. Alles klar. Alles klar was? Ich geh mal da rechts hoch. Eventuell springen wir nochmal da runter. Ich bin mir nicht sicher. Na toll. Es ist doch echt zum Kotzen, ey. Man entscheidet sich immer falsch. Oh. Man entscheidet sich immer falsch. Kann ich... Wenn ich jetzt nochmal fortsetzen gehe... Na, ist doch egal. Komm. Erster Durchlauf. So wie es halt ist. Wir sterben auf der Brücke. Okay. 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 Quicktime Event Master. Okay, ja Ja, kann ich mir angucken Toller, toller Stock Gott, ich hasse die Minen Springen Vor allem kommen die Events auch immer so Plötzlich Glänzt da irgendwo was Ich seh nix glänzen Oh, hier, konnten wir die Tür aufmachen? Gucken, wo müssen wir denn hin? Da vermutlich, ne? Oh, oh Schmetterlingsaktualisierung Meine Fresse, ey Ich werd besser Der Licht Ach, das ist der Kopf Vereint Alter Was bisher geschah bei Anne Cetan? Schauen wir mal, welche Entscheidung ich falsch gemacht habe Der geschickte Wolfs... Hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Josh Er muss ihn haben Er ist weg Wir sind zu spät Still Halt, mich verriegen Großer Gott, was ist da? Ich hol mir den Schlüssel Direkt aus der Höhle dieser Bestie Und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards Kapitel 10 Reue Eine Stunde bis zum Morgen Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen Im Arsch Ist ja interessant, dass er jetzt auch in dieser Höhle ist Ich werde jetzt weggehen, Josh Für Zeit zu lernen Dass es mehr zu fürchten gibt Als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung Eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Barks So viele Menschen haben dich gern gehabt Sie wollten dir helfen Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen Und jetzt bist du ganz alleine Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein Nein, du bleibst nicht lange allein Tief atmen, Josh Ich dachte, wir wären schon tot Aber dann ist das wohl jetzt soweit Tief atmen, Josh Armer Josh Tut mir leid Aber wer hat ihn da hingeberacht? Geht mich in Frieden Nein, ihr seid tot Ihr seid tot Seid still Oh nein, ihr seid tot Verdammt, ich bin noch nicht fertig Nein, oh Sie werden begeistert sein Sie werden es Oh mein Gott, nein Ich lasse mich nichts von euch befehlen Ihr könnt mir nichts mehr befehlen Ihr könnt mir nichts befehlen Jetzt nicht mehr Die Zeit für Josh ist noch gelaufen Okay Okay Die Zeit ist um Josh in den Minen Sehr gut, 6.10 Uhr Jetzt muss doch mal so langsam morgen sein Toll Haben wir schon mal Josh gespielt? Haben wir jemals schon mal Josh gespielt? Oh Oh Du bist nicht real Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nicht normal Du bist nicht allein Jetzt bist du bei uns Familie Geht weg Geht weg von mir Geht weg Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe Ich schwörm's Ich will auch einfach eine weg Oh, okay Oh, wo ist sie? Hier, Schweinchen, Schweinchen Was ist das? Ich bin der Arsch Nein, nein, nein Ich lasse es Ich nehme keine Befehle mehr an Nein Was ist das, was du... Nein, nein Warum tut ihr das? Lass mich in Ruhe Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist gut Weil ich bist du untergebracht Oha 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 Ja Also Okay Als wir mit Emily in dieser Höhle waren Haben wir gesehen Dass wir Baths Grab gefunden haben Und die Sachen von Hannah Das heißt, Hannah hat überlebt So Da der Wendigo Quasi Erzeugt wird Oder geboren wird Wenn man Kannibalismus betreibt Hat wahrscheinlich Hannah Emily gegessen Weil sie in der Höhle gefangen war Und wurde zum Wendigo Genauso wie die anderen Mit Linenarbeiter Die in der Höhle gefangen waren Deswegen Und jetzt macht sie Führt sie wahrscheinlich Rache aus An uns Hat sie gerade gesagt Hier ist ein Versteck Wer sind wir denn überhaupt? Ach wir spielen Okay, wir spielen Sam Gut Sammy Boy Sammy Girl Okay, da ist das Da ist die Führungstotium Wir müssen da hin Oh, warte Da ist was Äh, wir müssen durchs Wasser Oder was? Können wir vielleicht da hoch An der Seite irgendwie? Ist hier Licht hier noch was? Okay, wir gucken mal eben da hoch Da Ah ja Okay Beth Hinweis entdeckt Beths Uhr Ah ja Aber wieso hat sie sie begraben? Wieso gab es da einen Grabstein? Oder hat sie sie wieder ausgegraben? Gehen wir weiter Okay Vielleicht sehen wir das im Hinweis Warte mal Äh Die Unbekannte 1952 Die Zwillinge Oh Was haben wir denn hier? Äh Ein leeres Grab Und Beths Uhr liegt im Dreck Jemand oder etwas Hat ihre Leiche ausgegraben Okay Okay Also sie war vergraben Und da das Da Dieses Schild bei Hanna Bei Hennas War es Hennas Leiche? Hennas Kopf? Vielleicht war es auch Beths Kopf Ja, guck da Das ist nämlich abgebrochen Also irgendwann hat die Leiche ausgegraben Also Hanna hat die Leiche wieder ausgegraben Wahrscheinlich Und hat Beth gegessen Um zu überleben Schrecklich, was die durchmachen mussten Okay, wir müssen durchs Wasser Macht euch schon mal auf Quicktime Events Gefasst Ich glaube, wir müssen hier links irgendwo hoch Müssen wir da irgendwo hoch? Hier links Da ist was Hier Da hat es beleuchtet Ich hätte natürlich noch rechts irgendwie nach Totems suchen können, ne? Habe ich idiotisch gemacht Aber irgendwie hatte ich auch Schiss Da rechts ist irgendwie was Weil wir auch diesen Führungstotem hatten Okay, was haben wir hier? Da liegt noch was Tag 1 Meine kleine Schwester ist tot Sie hat den Sturz nicht überlebt Ich habe gesehen Wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich Mein Bein ist gebrochen Ich bin ganz allein Gefangen mit Beths Leiche Bald wird jemand kommen Ich hatte recht Tag 5 Ich war noch nie so hungrig Es fühlt sich an Als würde mein Magen sich verdrehen Ich habe mir Beths Pulli genommen Jetzt ist es viel wärmer Sie passt immer noch auf mich auf Tag 30 Es tut mir leid Beth Ich habe keine Wahl Ich sterbe Ich habe keine Wahl Nur so kann ich noch überleben hier unten Wenn das jemand findet Es tut mir leid Ich muss da Es ging nicht anders Verzeih mir Beth Tag 33 Meine Hände fühlen sich schmutzig an Meine Nägel sind ausgefallen Herausgedrückt Ich habe Schmerzen Aber mir ist nicht mehr kalt Kein Schmerz Ich werde stärker Der Rest der Schrift Ist nur noch gekrackelt Okay Also sie hat sich Zum Wennigo verwandelt Storyman Das kann nicht sein Michael Es muss so sein Nur so ergibt alles einen Sinn Beth starb durch den Sturz Na und Was heißt das? Na Hannah Muss sie beerdigt haben Verdammt Gott Warum hat denn keiner nach denen gesucht? Hör auf damit Ich muss fast verhungert sein Sie war so verzweifelt Fuck Wir müssen zu Josh Sofort Okay Das hatten wir schon gesehen Könnten wir hier noch weiter rein? Ach da können wir gar nicht hin Wir müssen wieder zurück Das war nur um das Tagebuch zu finden Deswegen der Führungstotem Ah okay Ah Deswegen der Führungstotem Ich dachte wir müssten da irgendwie hin Dass wir irgendwie links an diesem Ding hochklettern müssten Aber scheinbar müssen wir nach rechts Er geht ja auch so Schön nach rechts Und er hinten hin hoch Warte mal Können wir dann noch nach rechts? Ich will nochmal gucken Ob es hier rechts auch noch was schönes gibt Nein Da krägt man aus dem Bild Okay Dann wird da nichts mehr sein Er folgt uns auch überall hin Das ist mal ein toller Freund Er wartet mit uns durch die Scheiße Und dabei erwartet er nichts Gut Wunderbar Was finden wir denn hier schönes? Hier hat irgendwas auch noch geblinkt? Oder war das einfach nur der Vorsprung? Da am Boden liegt was? Und die Tür auch Was haben wir hier schönes? Nein Ach so Ich will ja schon mit dir baden gehen Aber nicht hier Die Blicke ey Ich hab's mir anders überlegt Komm wieder raus hier So Nachdem wir nochmal geguckt haben Wie kalt das Wasser ist Nämlich so kalt Gehen wir jetzt hier durch die Tür Okay Köpfe Scheiße Was Oh oh Ah Tja Sie sammelt sie Den Fremden Oh mein Gott Nein Das war schlecht Ich hab's gesehen Nein Nein Okay Ich nehme keine Befehle mehr an Ihr könnt mir nicht mehr befehlen Ihr könnt mir nicht mehr befehlen Josh Josh Aber sie ist mit uns her Ihr befehlt mir nicht mehr Okay Okay Ich vertraue euch Ich vertraue euch Ich vertraue euch Ah Oh 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 Er ist drei oder so Josh Bike Josh Josh Hey Mann Nicht Schlag mich Bitte Du warst total weg Mann Völlig weggetreten Wir dachten du bleibst auf dem Treppen Steht sie jetzt hinter ihm Hannah war hier unten Schmeiß allerdings die Effekte Akzession Wochen Einen Monat Sieht grob besser aus Sam Mike Los Verschwinden wir jetzt von hier Okay Josh Hast du den Schlüssel für die Seilbahn Ähm Ja Hier Oh Gott sei Dank Wenigstens etwas Ein direkter Weg Sehr direkt Direkt hoch Okay Hilfst du mir rauf Dann gehe ich zu den anderen Und sag Bescheid Ja Ja gut Du bringst Josh wieder zurück Und wir treffen uns in der Lodge Pass gut auf Ja du auch Oh Gott Josh In den Minen Okay sie klettert alleine Warum vibriert das hier So fest Hättest du nicht zuschlagen müssen Mann Äh Ja Sorry wegen vorhin Mann Das war wegen Jess Mein Fehler Okay Finden wir hier noch irgendwas schönes Muss doch einen Grund geben warum hier Ah ja Hahaha Okay das sieht nach einem Todes Totem Aus Schwarz Ja ne es weiß Ein Glückstotem Warum sollte das Glück bringen So wir stehen ruhig Stimmt die können einen ja nicht sehen Wenn man sich nicht bewegt Vielleicht heißt das einfach nur Wenn er kommt Ruhig stehen bleiben Ah Okay Das Spiel ist relativ gleich immer aufgebaut Mit seinen Nebenhöhlen und so Eigentlich müssten jetzt bald wieder Quicktime Events kommen Das Habe ich Angst vor Diese Mauer sieht so aus Nein 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 Diese Mauer sieht so aus wie bei dem War das ein Verlust Totem Führung Verlust So eine Explosion Ich suche Ich suche Wo er sein scheiß Feuerzeug anmacht Das war die Führung Achso das ist immer das was wir machen sollten Todet Tod Sie fällt runter Fällt runter Da Feuerzeug Ah Okay Aha Gefällt mir gar nicht Wir gehen ja nicht zurück Oder Wir gehen zurück Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Okay War es das für uns beide Wir haben aber keine andere Wahl Oder Hinab Wer wird von beiden sterben Oder sterben beide War da was Hier ist was Da hat was Da hat was geleuchtet Da hat was geleuchtet Oder Ne War nur Einbildung Ach sie tötet uns nicht Schmetterlings Effekt Aktualisierung Was Okay Okay wir haben Hannah erkannt Sie hat uns scheinbar auch erkannt Sie hat uns ja schon mal gefangen Matt in den Minen Ach Matt Er lebt auch noch Nice to meet you Okay 6.25 Uhr oder so Okay Können wir das wirklich Sollen wir das wirklich Schnipp Okay Ich muss nur mal eben gucken Was jetzt die Oh Gott Ich hab doch richtig getroffen Oder nicht Ah wir sind Hat er die Lampe jetzt dazwischen gehalten Ich meine ich hätte getroffen Ich bin mir nicht sicher Okay sie lebt auch noch Okay Schmetterlingseffekt Aktualisierung Was ist mit dir passiert Wie zum Teufel hast du überlebt Ja Ja Wie genau Ja informieren Wir sind nicht allein Fragen was ist hier passiert Wir informieren sie Hier läuft irgendetwas schräges heute Tell don't ask Komm schon Jess Komm schon Jess Status Update So zwei Schmetterlingseffekte Haben wir nochmal zu lesen Okay zu welchem Preis Was haben wir hier Mike hatte weiterhin Eine brauchbare Machete Mike fand einen anderen Weg Durchs Sanatorium Sam hat Mike In der Mine gerettet Okay Rette dich selbst Matt von Jessica Und Wichtige Dokumente Sam fand Hannas Aufzeichnen Über ihre Notlage Josh Erfuhr die Wahrheit Über das Monster Josh erkannte Hannah Und Hannah erkannte Josh Okay Also ist doch noch ein bisschen Restmensch In den Wendy Wendy Äh Es heißt nicht Wendy Goes Ihr habt es mir geschrieben Die Mehrzahl von Wendy Go Aber ich Hab vergessen Irgendwie Wendo Wendy Gochia Ich weiß nicht mehr genau Okay Gut Sieht ja doch noch ganz gut aus Zwei sind raus Okay Gehen wir da links Gehen wir da geradeaus Was steht da? Loading Bay Oh da ist was Wir gucken mal was da ist Sieh mal da Hier gab es einen Einsturz Das war ich Was? Ich bin Da durchgestürzt Was? So tief runter? Scheiße Willkommen im Club Was? Ich bin von einem verdammten Feuerwachturm gefallen Verarschst mich Okay Da gab es nichts mehr Auch nicht auf dem Tisch Hier können wir nicht durch Dann müssen wir da her Hatten wir Hatten wir bei ihm nicht auch noch irgendein Todesdingsbums? Okay Das Emily können wir eh vergessen Irgendjemand wird da hochgezogen Er darf kein Feuer machen Runterfallen Vogel Ach Ich dachte wir hätten noch irgendwas in der Mine Warte ich muss nochmal eben gucken Man bräuchte so ein Preview von den Dingern Das wäre ganz praktisch Das ist ja nur Führung Verlust Was? Irgendjemand wird da Das sieht nicht gut aus Mine Runtergefallen Gefahren Totem Das haben wir erledigt Ich weiß gar nicht ob wir das auch erledigt haben Keine Ahnung Glück Er wartet Das ist vielleicht noch wichtig Er wartet vor der Tür Vor irgendeiner Tür Er lässt die Tür zu Er schießt nicht Und sie bleibt ruhig Hm Ich dachte wir hätten noch mit ihm irgendwie Was gehabt Wir sind jetzt zu zweit Naja Herrlich Aha Guck mal Sieh mal einer an Ich liebe es Einfach immer dahin gehen Wo man eigentlich nicht hingehen soll Ein Verlust Totem Wieder eine Explosion Und das war wieder Mike Glaub ich Es geht immer wieder um Explosionen Wir haben eine große Explosion irgendwo Okay Verlust und Führung haben wir komplett Tod fehlt uns ein Gefahr fehlt uns ein Und Glück fehlt uns zwei Vielleicht finden wir ja noch was Aber ich glaube Wenn wir schon drüber sind Und in der Mitte was fehlt Dann haben wir eine schlechte Chance Da ist was sheetet Da kommen wir nicht durch Was ist das? Sieht so noch voller aus Ah wir sind auf der anderen Seite Von diesen verschlossenen Dingens Hallo Ich bin der Mann mit der Fackel Das hat ja letztens schon mal Glück gebracht Why the fuck Lass den Scheiß Schau Ich spiel einfach das Spiel Lauf Vorlaufen Verstecken Wir laufen vor Verstecken wäre besser gewesen Was? Wir hätten uns einfach nur verstecken müssen Durchbrechen Durchbrechen Weiterlaufen Durchbrechen Okay Okay Wenigstens wir haben es geschafft Ey eine falsche Entscheidung Und du bist tot? Scheiße Scheiße ey Sam in den Minen Wir werden alle sterben Klettern oder springen Komm Let's test Scheiße Scheiße Auf ein neues Wir springen wieder Ich will die üben Gibt es einen guten Weg Quicktime Events zu üben Okay Ja komm schon Geschafft Okay Die nächste Tote steht bereit Hier ist noch so ein Seitenweg Ich glaube ob rechts oder links ist egal oder? War mir hier nicht schon mal? Gehen wir da drunter her? Oh da 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 Hallo mein Freund Gefahrentotem Okay Die sind scheinbar In der Lodge Also die Die Wendigo Ein Wendigo Mehrere von den Wendigo Okay Die Musik klingt so Ich hätte es aber wissen müssen Dass wir uns in der Höhle hätten Verstecken müssen Und nicht weiterlaufen Weil er ja auf Bewegung achtet Aber irgendwie denkst du da ja nicht dran Aha Oh wieder durchs Wasser Sehr schön Springen Ich liebe Wasser Ein bisschen kalt Können wir hier noch rechts Irgendwo hin Wenn man sich in die Hose scheißen will Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt Dann ist man direkt wieder sauber Jetzt wäre die Gefahren volle Musik Da friert man doch der Arsch weg ey Wenn eine Blasenswertentzündung Das einzige ist Was wir hier nach dem Trip haben Dann können wir uns echt noch Glücklich schätzen Ich glaube wir konnten noch nach links Können wir nicht Okay Wie viele fehlen uns denn noch? Ein Todes Totem Fehlt uns noch Okay Was hängt da? Wir müssen uns also merken Falls wir uns nochmal mit denen konfrontiert Eher stillstehen und verstecken Wir sollten immer die Verstecken Option wählen Was hängt da? Okay Habe ich was übersehen? Bevor wir springen Gehen wir rechts links Schauen wir mal nicht Sind wir da? Ach guck mal Wir sind bei der Kreissäge Dingsboms 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 Fischer. Mein Herz. Ja. Super. Jetzt können wir nicht mehr abschließen. Nicht gut. Die sehen noch kein Licht, oder? Sie sind in der Bewegung. Okay. Ich habe vergessen, wo der Keller ist. Können wir hier noch ein Tordem, Tordem, Tordes, Tordem finden? Gott, mein Herz, ey. Kommen wir hier zu... Hier, hier, okay. Da hinten lag gar nichts mehr. Ich gucke nochmal. Nur zur Sicherheit. Ich glaube, wir sind ja schon tausendmal hergerannt, oder? Ja, ist doch hier einfach nur die Haupt... Ja, ist einfach nur die Haupt. Hier wird nichts mehr liegen. Es wäre fies, wenn sie dann später eins da hinlegen würden. Ich glaube, wir haben einfach alle Totems verpasst jetzt. Musik nix gut. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Daran will ich gar nicht denken. Nein, nein! Oh, folgen! Toll, hinten die Türklistenzahlen. Ruhig. Keiner bewegt einen verfickten Muskel. Okay. Scheiße. Ich bewege mich nicht. Warum kämpfen sie? Gas? Feuerzeug Explosion. Glühbirne. Er bewegt sich die ganze Zeit. Aha, okay. Er will mit der Glühbirne alles in der Luftjahr. CGI-Gönse. Katana? Oh, Mann. Oh, Mann. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel sagen kann. Mal kratten. Ah, das war's. Das ist das Ding. Das ist auch zu kotzen. Oh Gott. Ah, das ist die Wienerweiter. Mal stecken. Verstecken, verstecken, die Wienerweiter. Okay. Stück für Stück. Hau ab. Boah, wenn der nicht immer so vibrieren würde. Quicktime-Event. Oh, Schmetterlings-Aktualisierung. Jetzt kommt bestimmt noch irgendwas. Irgendein Quicktime-Event. Status-Update. Oh, da fliegt der Wendigo. Oh, Leute, ey. Oh, ich kann den Kontroll aus der Hand nehmen. Okay. Chris, Todeszeit 34. Wir haben Chris verloren. Und wir haben Emily verloren. Gott sei Dank. Und wir haben Jessica verloren. Durch einen dummen, dummen Fehler. Nicht ruhig stehen. Nicht verstecken. Und was war das Chris tot ist? Polizei. Er war mein bester Freund. Und vielleicht... Wir hatten keine Chance. Ach, Mann. Wir haben zweimal verkannt. Ich wollte uns was antun. Und... Ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Ist er denn jetzt auch tot? Der Psycho? Ich dachte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte... Ich dachte, wir ständen uns nach. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch, nein. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war. Aber ich weiß sie. Ich habe sie gehört. Ich... Ich habe zugestochen. Und ich wollte weglaufen. Aber ich wusste nicht. Ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Hätten wir Jessica wahrscheinlich retten können, ne? Wenn wir die Klappe aufgemacht hätten. Er war es aber. Und ich konnte nicht wissen, dass Josh all die Sägen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Die werden sie wahrscheinlich gar nicht retten können. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist denn denn Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, was zu vergessen. Sind denn überhaupt noch welche... Sind denn überhaupt noch welche am Leben? Von den Wendigungen? Okay. Jetzt ist das auch durch. Okay, das war Until Dawn. Erster Durchlauf Blind. Ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen, dass drei gestorben sind, nur. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Und falls man das kennt, ist man natürlich auch schlauer. Und die Quicktime Events haben es, glaube ich, auch versaut. Vielleicht hätten wir dann durchaus mehr retten können. Ich weiß es nicht. Bei Jessica ärgere ich mich ein bisschen. Allerdings hätten wir Jessica vielleicht auch retten können, indem wir die Klappe aufgemacht haben. Ich werde mir sicherlich noch ein, zwei Videos dazu angucken. Und wir werden dann bestimmt auch mal im Livestream ein bisschen nochmal durchspielen. Und dann versuchen, alle zu retten oder alle zu töten. Sind eigentlich zwei Sachen, die man noch machen müsste. So, jetzt lasse ich euch mit dem Lied alleine. Vielen Dank fürs Zuschauen, bewertet das Video. Und bis zum nächsten Let's Play. Haut rein, Leute. Ciao. Wie? Oh, oh. Oh, Dad, won't you spare me over till another year? Oh, I am dead, and none can tell If I open the door to heaven or hell No wealth, no land, no silver, no gold Nothing satisfies me but your soul On death I come to take the soul Leave the body and leave it cold Oh, Dad, oh, Dad, won't you spare me over till another year? Amen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und eine neue Geschichte Und wir können nochmal unser Gesammeltes angucken Okay, was haben wir denn hier? Josh erfuhr die Wahrheit über das Monster Josh erkannte Hannah und Hannah erkannte Josh Josh war am Leben, gefangen und ein Kannibale Das Ergebnis Sam ist entkommen, Mike ist entkommen Ashley ist entkommen Emily wurde von dem Wendigo getötet Chris ist gestorben, bevor er die Lodge erreichen konnte Ja, gebissen, zurückgelassen Haben wir gar nicht Wir haben zwei Kapitel irgendwie vergessen Was haben wir hier? Was haben wir hier? Rette dich selbst Matt fand Jessica Und du erlebte bis zum Morgengrauen Tja Was haben wir hier? Rettungsaktion Jessica lebt noch Jessicas zweite Flucht Misslang Ich frag mich halt echt, ob wir da noch was hätten Machen können Okay, Bonusinhalte Was haben wir hier? Triff die Besetzung Wie man eine Szene macht Die Wissenschaft der Angst 1000 Seiten Von der Bühne zum Bildschirm Cool Guck ich mir mal in Ruhe an Falls ihr das Spiel kauft, könnt ihr es euch auch mal angucken Oder falls ihr es nicht habt Ich meine es ist ja jetzt schon ein bisschen älter So, wie gesagt Wir werden eine neue Geschichte starten Mal im Livestream Und Vielleicht noch, wie ich das Spiel fand Ich fand es richtig cool Ist halt mal was anderes So ein Film Als Spiel zu haben Ich bin aber kein guter Mensch In Quicktime Events Aber es war sehr unterhaltsam Man wollte eigentlich nie aufhören Deswegen sind glaube ich auch die Episoden Immer so lang geworden bei mir Man wollte eigentlich nie aufhören Und Jetzt kommt ja glaube ich diese Woche Noch Man of Medan raus Das ist glaube ich für denselben Machern Also Supermassive Games Und soll auch in demselben Style sein Allerdings auch für PC Und ich werde auf jeden Fall die PC-Version spielen Da bin ich mal gespannt Ob es da mit den Quicktime Events Besser passiert Ich habe schon mal Das ein oder andere Spiel Mit Quicktime Events Am PC gespielt Dann wurde dann W, A, S, D Habe ich auch verkackt Ganz einfach Weil du kennst ja nur vorne Zurück, rechts, links Aber du guckst ja nicht auf W, A, S, D Deswegen Ich bin mal gespannt Wie es da am PC läuft Ob es besser läuft Vielleicht spielst du es auch mit dem Controller Am PC Wird vielleicht auch besser Sofern das möglich ist Und ja Ich will auf jeden Fall wissen Wie es ausgeht Wenn alle gerettet sind Wenn alle tot sind Vielleicht machen wir es als Livestream Ist aber halt immer so eine Sache Mit der Zeit Deswegen wird es da Es wird jetzt keine Let's Play Folgen dazu geben Weil dann sitze ich halt wieder Acht Parts wahrscheinlich dran Und es blockiert halt andere Sachen Weil ich kann halt immer nur eine Sache Leider machen Ich würde gerne mehr machen Aber vielleicht machen wir es im Livestream Und ja Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal Spielt es selber Falls ihr es noch nicht getan habt Oder guckt euch Let's Plays von anderen an Um die alternativen Enden zu sehen Ich werde denke ich mal Auch noch ein bisschen rumgucken Was ich so machen muss Weil es ist dann irgendwie auch blöd Wenn man dann im Livestream sagt Wir wollen alle retten Und du weißt gar nicht was du tun musst Oder wir wollen dass alle sterben Und du weißt gar nicht was du tun musst Deswegen denke ich mal Werde ich mir jetzt auch Das eine oder andere Let's Play anschauen Und ja nicht jetzt Aber halt die Tage Und wir sehen uns dann Beim nächsten Let's Play wieder Haut rein Leute Und nochmal danke Und bis dann Ciao Ahoi